Hallöchen, ist der Typ schon wieder online? Was stimmt mit dem eigentlich nicht? Wenn das eure Gedanken sind, seid ihr gar nicht so fern ab der Realität. Ja, ich bin schon wieder da. Hi. Guten Tag, guten Tag. Ja, und heute geht's wieder einmal weiter mit Hellpie. Ja, würde ich sagen. Also, wir haben ja sonst nicht so viel. Aber mehr dazu nach dem Intro. Also, bis gleich. Bis zum nächsten Mal. 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 Das Glied war irgendwie nett. Ich glaube, das hatten wir noch nie. Nice. Sehr schön. Moment. Musik. So. Dann erinnert mich mein Handy daran, dass ich live bin. Als hätte ich das nicht mitbekommen. Ganz, ganz merkwürdig, als ob der Streamer nicht wüsste, dass er live ist. Also, gut, ab und zu ist das schon geschehen, da kommen dann sehr interessante Sachen bei rum, aber nee, das war tatsächlich gerade eine sehr bewusste Entscheidung. Und damit, ja. Und damit, ja. Hallöchen, Chargo. How Malikav, gut von mir. Ich hatte den neulich auch erst und der ist mit einem Faith-Bild erstaunlich schwer. Und Hallöchen, David. Hi. Na? Wie geht's euch? Wie geht's euch? Abgesehen davon, dass Chargo wahrscheinlich ein kleines bisschen frustriert ist. David, wie geht's dir? Dich habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Du warst irgendwie untergetaucht. Ich habe dich aber auch nirgendwo anders gesehen. Andererseits muss ich jetzt auch dazu sagen, ich habe jetzt gar nicht mal so wahnsinnig viel Twitch geguckt. Also schon auch irgendwie ab und zu. Aber es ist... Ich sage mal so, mein Twitch-Konsum ist tatsächlich auch ein bisschen runtergegangen. Klingt jetzt merkwürdig, aber es ist tatsächlich so. Und Hallöchen, Böhmef. Hi. Hallo. Hallo. Hall, Halla. Ich hätte jetzt fast ein Hallö draus gemacht. Hallö, Drio. So. Dann machen wir es halt so. Und Hallöchen, Medo. Juhu. Hi, hi. Na ihr. Das Lied erinnert irgendwie an die... Was? An die Aerobic Championship 1988. Lasst mich raten. Das ist sowas wie Winter Games. Ein ganz klarer Tastatur- und oder Joystick-Zerstörer. Weil Controller gab es damals ja noch nicht wirklich. Und ja, sowas in der Richtung, ne? Sowas in der Richtung wahrscheinlich. Mido, wie geht's dir? Freut mich, dass du da bist. Freut mich, dass ihr alle da seid. Nicht, dass sich irgendjemand hier vernachlässigt fühlt. Das wäre ganz, ganz schlimm. Achso, wegen Pen & Paper habt ihr über David gequatscht. David, ich hab das nicht mitbekommen. Ich bin erst später in den Call rein. Das ging dann auch bis 5 Uhr morgens. Das war etwas fatal. Aber ja. Eigentlich nicht viel. Findest irgendwie einfach keine Zeit mehr zum Twitch schauen. Oh, ja. Dieses dämliche Real Life, ne? Ich hasse es auch. Ich kenn das. Ich kenn das. Ja, das ist ganz, ganz schlimm. Es zerstört immer dieses Online-Gedöns. Dieses Online-Rumhängen und so. Ganz furchtbar. Was? Eine echte Championship in Aerobic? Könnt ihr mir mal das Video schicken? Achso. Okay. Ja, gern. Gern. Gebt mir aber bitte noch den Kontext, wenn ihr mir das schickt, dass das heute das Intro-Lied war. Weil sonst hab ich das nachher schon wieder vergessen. Ne, ich kenn mich. Du musst in den Lurk. Sorry. Hey. Gar kein Problem. Dankeschön dafür. Corona ist bei euch in der Family am Start. Das ist fies. Das ist fies. Dann gute Besserung allen, die es erwischt hat. Und hoffentlich einen milden Verlauf. Ganz großer Rotz. Ich bin bis jetzt ja tatsächlich noch Corona-frei. Schauen wir mal, wie lang das noch so bleibt. Meine Corona-Warnipp ist auf jeden Fall aktuell wieder mal rot. Aber gut. Das ist, ja. Passiert in letzter Zeit öfter mal. Ihr habt's mal in Videos gehauen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Oh ja. Das ist genau, also das Thumbnail von dem Video ist genau so, wie ich es mir gerade vorgestellt hab. Oh Gott. Kennt ihr noch diese lustigen Aerobic-Videos aus den, ja doch müssten eigentlich die 90er gewesen sein, wo diese leicht begleiteten Damen in ihren Badeanzügen vor der Kamera rumgeturnt sind. Und, ähm, das schon auch irgendwie wild war. Ich bin ganz ehrlich, irgendwie hab ich da kein Problem damit, dass das eine Sache ist, die irgendwie auch verschwunden ist. Glücklicherweise. Warum auch immer. Also ich, ich will, nein, ich will eigentlich gar nicht darüber nachdenken, was da alles vor dem Bildschirm stattgefunden hat zu dem Ganzen. Nein. Damals, als es noch no Internet gab. Ne, da. Und man TV für Sachen nutzen musste. Ei, 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 ei. Nein, ich vermisse die Zeit nicht wirklich. Allein das Konzept ist ja irgendwie wild. Ja, ja, ist es. Ist es. Absolut. Absolut. Hallo, ihr CO2-produzierenden organischen Wesen. Hallöchen, Eol. Das ist eine sehr, sehr schöne Begrüßung. Finde ich gut. Finde ich schön. Finde ich sehr schön. Ja, nice. Ähm, naja. Lässt sich leider nicht abstellen, dass wir CO2 produzieren, ne? Aber wir produzieren wenigstens keins, das von irgendwo her, weiß ich nicht, seit Jahrmillionen vergraben ist. Das ist ein Vorteil, den wir haben. Gegenüber anderen CO2-produzierenden Dingen. Und? Ach, da bist du. Hm? Legst du dich wieder zum Ventilator? Ja. Mach das mal. So, wie geht's euch, Leute? Seid ihr gut durch den Samstag gekommen? War es irgendwie warm bei euch, heiß? Hier ist es auch schon wieder wärmer. Ich habe übersehen, dass ich die Fenster zumache. Deswegen hat es hier schon wieder 25 Grad in der Bude. Ähm. Obwohl es draußen eigentlich gar nicht so warm ist. Aber Balkon heizt sich halt auf. Oder seid ihr auch schon wieder irgendwie am Schmelzen? Oder irgendwie sowas in der Richtung? Es ist, Gott. Ich hasse Sommer. Da bist du wieder aktiv. Kinder mussten gerade gemästet werden. Ähm. Okay. Gut. Ich hoffe, sie munden, wenn sie dann irgendwann mal durch sind. Sehr schön. Kinder mästen. Das, äh. Oh Gott. Find ich schön. Also bei einigen Restaurants könnte man meinen, dass das Essen ein paar Millionen Jahre vergraben war. Subway bei euch zum Beispiel. Ich war seit Jahren in keinem Subway mehr. Seit der in der Nähe vom Büro irgendwann mal zugemacht hat, ähm. Bin ich da raus. Und, äh. Ich muss allerdings auch zugeben, ich bin bei Subway jedes Mal überfordert. Deswegen gehe ich zum Beispiel auch nicht zu, wie heißt das andere Ding mit dem Kaffee? Starbucks. Ähm. Da gehe ich schlichtweg nicht hin, weil ich bin einfach überfordert mit diesen Fragen. Ja, wollen sie das? 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 Ich will ein Sub. Ich will einfach was zu essen. Ist doch mir egal. Haut drauf, was ihr da habt. Ich habe Hunger. Frag mich doch nicht so blödes Zeug. Das, äh. Ja, nee. Ich bin da jedes Mal total überfordert. Aber was sehr geil ist, sind diese komischen Cookies. Keine Ahnung, ob es die noch gibt bei Subway. Ähm. Diese großen Dinge. Ich glaube, so waren die. So 10, 12 Zentimeter oder so, glaube ich, haben die im Durchmesser. Also, die sind schon sehr geil. Die sind mega. Ist halt purer Zucker, aber deswegen sind sie halt leider auch geil. Die Hitze ging eigentlich bei 28 Grad. Ja, das geht noch. Das hat es hier auch, aber ich habe die Balkontür vergessen zuzumachen. Und dann heizt es halt unglaublich schnell hier drin auf. Aber es lässt sich alles noch aushalten. Sobald es hier so viel Obst und Gemüse wie sonst nicht. Das ist scheiß krank sein. Ja. Neulich erst gelernt. Weniger Obst als Gemüse. Weil Obst Fruchtzucker hat. Fruchtzucker meistens in Massen auch nicht gut. Aber, ja. Macht ihr eine Hühnersuppe? Ähm. Irgendwie sowas in der Richtung. Das ist unglaublich geil, wenn man krank ist. Warum auch immer. Oder irgendwas mit Brühe halt. Ist richtig gut. Die müssen groß und stark werden und gut Geld verdienen. Wie geht es mit leerem Magen? Oh, okay. Das ist ein Argument. Das ist ein Argument. Und jetzt komme ich und ich sage, bei leerem Magen, wenn er richtig knurrt, bin ich produktiver. Da denke ich irgendwie schneller. Weil, je schneller ich denke, desto eher komme ich hoffentlich in die Pause und kann mir was zu essen machen. Nennt das Zeug bei Starbucks nicht Kaffee? Ja, irgendwo da drin ist ein Kaffee versteckt. Oder irgendwas, das ich Kaffee nennen darf. Sagen wir es mal so. Ich war noch nie in dem Starbucks. Ich verstehe das nicht. Ich brauche halt einen Kaffee. Wenn es fancy sein soll, darf es mal ein Cappuccino sein. Aber ansonsten, ja. Nee, Kaffee. Läuft. Und das sind keine Cookies. Das sind verschrumpelte Pizzen. Sie sehen so aus, ja. Aber tatsächlich sind sie schon irgendwie geil. Suppe hast du gestern schon gekocht? Ja, sehr gut. Sehr gut. Schön. Und du reichst mir, du eine Tasse Leitungswasser. Ey, Leitungswasser ist verdammt gut. Also, ich trinke ja quasi nur Leitungswasser. Außer ich versetze mein Leitungswasser mit Kaffee. Wobei, dann ist es in der Theorie immer noch Leitungswasser. Ich trinke ja sonst quasi nichts anderes. Und, ne, warum soll ich irgendwie Kisten von irgendwas schleppen, wenn das Ding halt, ja, da, da, mein Wasserhahn ist nicht mal zwei Meter jetzt von mir weg. Ich muss zwar trotzdem außenrum um die Küche, aber er ist nicht weit weg. Leitungswasser ist super. Starbucks ist halt Lifestyle wie Apple. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das stimmt schon. Ich hab da auch gar nichts dagegen, wenn sich das mal irgendjemand gönnt oder so. Oder, keine Ahnung, von mir aus auch täglich oder so. Ist es mir völlig egal. Für mich ist es halt nichts. Und in der Theorie sind Wolwig und Co. auch nichts anderes als Leitungswasser. Ja, richtig, ja, in der Theorie, ja. Das stimmt allerdings. Das ist, ja, es ist halt, ich weiß gar nicht, wird das aus der Grundwasserschicht rausgibt? Nee, eigentlich, ich bin mir gar nicht sicher, aber ja, prinzipiell, ja, ist es Leitungswasser. Und dann wird es ganz groß vermarktet und für drei Euro pro eineinhalb Liter irgendwo hingestellt in den Supermarkt. Leitungswasser ist das Beste, ja. Und das Leitungswasser ist sowieso gesünder als jedes Premium Evian Wasser. Das, ja, das, das Einzige, was ich sage, ähm, wo möglicherweise gekauftes Wasser besser ist, ähm, auch wenn unser Leitungswasser das am meisten kontrollierte Lebensmittel der Welt ist, glaube ich sogar, ähm, bin ich hundertprozentig sicher, was das jetzt angeht. Aber es gibt schon gewisse Verunreinigungen im Leitungswasser, die halt einfach durch das ständige Recycling etc. blablub, ähm, da drin sind, die jetzt nicht unbedingt so gut sind für den Körper. Ähm, im Normalfall merkt man da nichts davon. Ähm, und da könnte es sein, dass abgepacktes Wasser tatsächlich einen Vorteil hat, weil das weniger wahrscheinlich recycelt wurde oder aus irgendwie einer Gesteinsschicht kommt, wo sich das abgesetzt hat oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber, das ist auch der einzige Vorteil, aber die Mengen sind so gering, dass es eigentlich auch schon egal ist. Naja, die Menge macht das Gift. Ähm, schlimm wird es nur bei alten Bleirohren. Ja, ja, richtig, richtig. Das ist eher ungut. Das sollte man dann eher nicht tun. Wobei, viele wissen wahrscheinlich nicht mal, was sie für Rohre in der Wand haben. Das ist halt die Sache. Gerade wenn du in einer Mietwohnung bist oder so, dann ist das manchmal gar nicht so leicht rauszufinden, was da für ein Material in der Wand drin steckt. Was nicht tötet, härtet ab. Den Spruch habe ich als Kind öfter mal gehört, wenn ich mal wieder mit einer kompletten Lätsche voll Sand rumgelaufen bin. Weil ich im Sandkasten oder so hingefallen bin. Irgendwie sowas in der Richtung. Ach, schön. Du hast runde Rohre. Ja, ich glaube, das haben die meisten. Das glaube ich haben tatsächlich die meisten. Wenn das Wasser jeden Morgen einen Liter ablaufen lässt, bist du selbst bei den Metallen super safe. Ja, weil es dann so kurz Kontakt hat, ne? Ja, das stimmt schon, ja. Das einzige Schädliche kann wirklich sein, wenn du mehrere Tage das Wasser nicht nutzt und dann sieben Tage später direkt aus dem Wasser handtrinkst, daher mal laufen lassen. Ja, das mache ich auch. Also was ich nicht mache, ist, wenn ich mir in der Früh oder so meine Wasserflasche auffülle, dann nehme ich es halt einfach, weil im Normalfall habe ich die am Abend davor aufgefüllt. Ähm, aber wenn ich jetzt, ne, ich war jetzt erstmal zwei Wochen nicht da und dann bin ich heimgekommen und dann habe ich auch erstmal Wasser durch den Hahn laufen lassen und direkt den Gulli, aber ich habe ja keine Pflanzen, die ich damit gießen könnte. Sonst hätte ich es dafür genutzt. Aber klar, dann lasse ich es auch einen Moment mal einfach fließen und dann fülle ich auf. Aber ansonsten, ihr müsst in Österreich auch jedes Jahr eine Probe von eurem Brunnen ins Labor schicken. Habt ihr denn einen eigenen Brunnen am Haus? Das finde ich irgendwie cool. Das ist nice. Aber klar, die, ne, es muss ja auch kontrolliert werden. Nicht, dass sich da irgendwas dran verändert und, äh, das plötzlich ganz, ganz schlimm wird. Aber wahrscheinlich ist, ist das alles im grünen Bereich bei euch. Vermute ich mal. Wo ist es auf einem alten Vierkanthof? Okay, Vierkanthof, sag ich, äh, sagt mir nix. Das muss ich mal eben ganz kurz, ganz kurz googeln. Ach, so ein Ding. Ah, okay. Mhm, 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 habe ich schon mal gesehen. Da kannte ich nur den Begriff nicht. Du kennst nur eckige Rohre. Das sind dann Kabelkanäle, Medo. Das, da läuft aber selten Wasser durch. Und wenn, hast du meistens ein Problem. Bei dir mussten die Stadtwerke die Leitung mit gekochtem Wasser durchspülen, äh, wegen irgendwelchen Bakterien, die sie entdeckt haben. Oh, okay. Ja, gut, aber lieber so als alles andere, ne? Legionellen, ja, das kann sein. Das habe ich schon öfter mal gehört, dass die möglicherweise im Wasser auftauchen könnten. Ja, was wir neulich in der Gegend hatten, war ein Wasserrohrbruch. Ähm, wo dann auch vom Wasserversorger hier die Meldung kam, so von wegen, hey, sollte euer Wasser jetzt gerade mal irgendwie braun sein, ist nicht schlimm. Könnt ihr trotzdem ganz normal nutzen. Vielleicht solltet ihr es nicht unbedingt trinken oder so, aber auch das könntet ihr. Das ist halt nur ein bisschen Dreck, ähm, von der Baustelle, die dann da entstanden ist. Ähm, aber ansonsten habe ich hier noch nie irgendwas mitbekommen in Richtung Wasser. Außer diesem einen Wasserrohrbruch, wo halt mal, ja. Der tatsächlich relativ kritisch war. Das muss mitten in der Nacht passiert sein. Und, äh, das war direkt hier von dem Nachbarhaus. Und das Rohr lag in Sand. Oder besser gesagt, das Haus steht selbst auch auf Sand. Und, äh, hätten die das nicht rechtzeitig entdeckt, hätte möglicherweise sogar das Haus absinken können, weil da richtig Druck auf der Leitung drauf war. Wo ich mir dann auch nur so dachte, so, hm, okay, cool. Hm, schwierig. Wenn du da drin wohnst und irgendwann aufwachst und feststellst, dass du im schiefen Haus von Bremen wohnst. Hm. Zur Not kann ich ja Wasser, äh, kann ich ja aus der Weser trinken. Äh, lass mich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, die Weser wird aus ganz bestimmten Gründen zum Beispiel nicht für die, äh, Trinkwasserversorgung genutzt. Ähm, weil hier in Bremen ist sie tatsächlich verschmutzt. Also nicht wild, man kann da locker drin baden, aber man sollte nicht unbedingt daraus trinken, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Weil flussaufwärts halt durchaus irgendwie Sachen da reingeleitet werden, die jetzt nicht unbedingt trinkbar sind oder getrunken werden sollten. Sagen wir es mal so. Aber es gibt noch ein paar andere kleinere Flüsse hier in der Gegend. Da, glaube ich, kann man hervorragend draus trinken. Aber irgendwas war da, ähm, weil ich mich da schon mal drüber informiert habe, äh, wo Bremen tatsächlich sein, sein Trinkwasser herbekommt. Ist auch schon eine Weile her und es hieß da ganz explizit nicht aus der Weser. Ja, man könnte es, man müsste es ein bisschen aufbereiten, aber so direkt für, also für den direkten Verzehr ist es jetzt nicht unbedingt so geil. Es reicht, wenn es der Mie draus trinkt. Ne? Jogo? Ja. Du trinkst ab und zu aus der Weser, wenn du dich reintraust. Mhm. Machste. Jetzt werde ich ganz fragend angeguckt. So, gehen wir wieder. Genau. Rückwärtsgang. Super. Ähm. Ähm. Der Fluss bei dir war einer der dreckigsten Deutschlands. Kannst dich als Kind erinnern, dass er stellenweise wie ein Schaumbart aussah. Mittlerweile sehr gut erholt. Ja, das ist auch sehr, das ist auch hervorragend. Also ich, ich kenne das auch. Gefühlt waren die Flüsse früher dreckiger, ja. Es mag jetzt großteils bei mir Erinnerungen und Dings sein, aber ja, das, äh, ja, ja, ja. Weil halt einfach auch deutlich mehr Bewusstsein da ist, was das Ganze angeht. Was ja auch gut ist. Was, wir haben das Backschiff in der Weser. Wer braucht da Wasser? Wir haben was viel, viel besseres als das Backschiff. Das Backschiff steht übrigens, weiß ich gar nicht, wo das steht. Äh, nicht in meiner Nähe. Ich glaube, das, ähm, lebt in Bremen-Nord. Und Bremen-Nord ist quasi das Ende der Welt. Ah ja, genau, die Alexander von Humboldt ist das. Ähm. Wo stehst denn du? Oh, nein. Oh, stimmt gar nicht. Die steht an der Schlachte. Stimmt, die wurde dahin transportiert. Ha. Das war ja ein Riesenaufwand, die da hinzubringen. Scheiße. Die stand mal in Bremen-Nord zur Restauration oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, hoppala. Ähm. Ich bin ganz ehrlich. Ich hab die noch nicht an der Schlachte gesehen. Also die Schlachte ist bei uns quasi die Promenade, für alle, die es nicht wissen. Ähm. Aber ich war da schon lange nicht mehr. Aber wir haben tatsächlich was deutlich, deutlich Geileres als das Backschiff. Wir haben nämlich ein Pfannkuchenschiff. Und, holy shit, solltet ihr mal irgendwann in Bremen sein, geht in das Pfannkuchenschiff essen. Das ist so geil. Also. Das ist echt mega. Hahaha. Das ist richtig, richtig, richtig gut. Das ist ein uraltes Schiff. Super eng da drin. Ähm. Aber total geil. So. Lasst mal gucken. Wow. Also die Seite ist rasend schnell von denen. Genau. Die Admiral Nelson ist das. So. Ähm. Falsche Szene. Da wollte ich hin. Ähm. Genau. Das ist das Schiff. Das da drüben ist der Dom. Also tatsächlich beste Lage. Und man sieht es hier. Das ist schon ein bisschen eng. Aber. Das ist wirklich, wirklich cool. Und richtig lecker. Und das ist kein Pfannkuchen. Das ist eine Suppe. Das ist ein Eis. Und süßen Pfannkuchen habe ich da drin tatsächlich noch nie gegessen. Oh ja. Mit Camembert und 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 Freiselbeeren. Oh. Geil. Oh ja. Oh ja. Guckt euch das mal an. Oh. Das ist ja nicht Pfannkuchen. Das sieht nach Spinat aus. Das ist Salat. Niemand braucht Salat. Also. Wie gesagt. Solltet ihr mal. Hier in Bremen sein. Dann. Geht da hin. Es lohnt sich sehr. Es lohnt sich tatsächlich sehr. So. Kann man auch Kanonen abfeuern? Nicht, dass ich wüsste. Nein. Nicht, dass ich wüsste. Nope. Wäre ein bisschen schwierig. So mitten in der Innenstadt und so. Es ist komisch, wenn du was, wenn du aus einer Schale trinkst, weil da deine Himbeeren drin waren. Und du jetzt zu faul bist, dir ein Glas zu holen. Solange du nichts verschüttest und keine Spuren hinterlässt. Nein. Also. Nö. Wüsste nicht, warum das komisch sein soll. Was dann mit eurem Foodtruck vorbeifahren und davor Pfannkuchen verkaufen. So in der Richtung kommt das durchaus mal vor. Wenn irgendein Event an der Schlachte ist und dann wieder ein Krebsstand oder so da ist. dann ist der meistens relativ nah am Pfannkuchenschiff. Hey, hörst du auf meine Flasche abzuschlecken? Da ist mein Wasser drin. Ja. Also. Ja, also Krebs ist ja quasi Pfannkuchen. Steht da schon öfter mal in der Nähe. Du isst ja auch aus der Pfanne, wenn du zu faul für Abwasch warst. Ja, normal, oder? Also. Ja, natürlich. Und du hast an mir geguckt, du kannst auch Schalen trinken. Ja, hervorragend. Hervorragend. Okay, Sammy liegt jetzt neben mir. Jetzt darf ich nicht mehr rumrollen, weil sonst überfahre ich die möglicherweise. Das wäre nicht so praktisch. Ich will jetzt keinen Hundenotfall hier. Ja. Ja, aber gerade wenn man Solo wohnt oder so, dann nutzt man halt irgendwie alles als Geschirr, oder? Also. Ich habe es neulich schon mal erzählt. Ich bin mir auch nicht unbedingt zu schade, dass ich einen Teller halt zweimal verwende, bevor ich ihn dann auch abspüle. Naja, also ich mache ihn halt, nachdem ich ihn benutzt habe, halte ich ihn unter das Wasser und schrubbe ein bisschen da dran. Der ist dann nicht so, dass man ihn wieder in den Schrank stellen würde. Aber er ist sauber genug, um am nächsten Tag nochmal genutzt zu werden. Also. Ne? Ist doch ganz normal. Oder aus dem Topf raus. Ja, warum extra einen Teller dreckig machen? Den Topf muss ich schon abspülen, den Teller nicht. Gerade wenn man keine Spülmaschine hat, wird man sehr, sehr, sehr erfinderisch, wie man Geschirr vermeiden kann. Was, du hast an mir geguckt und kannst dich in eine Prinzessin verwandeln. Lul Sailor Moon. Was, Sailor Eol. Oh, ja. Schön. Hey, Rapids. Hallöchen, hi. Hallöchen. Du hast ja auch schon einen Deckel von der Tupperdose benutzt. Ja, wie gesagt, alles. Oder direkt aus der Tupperdose raus. Also, ne, es ist halt auch... Wenn man sich irgendwie Essen beiseite gelegt hat, warum dann extra nochmal in den Teller oder so umfüllen? Oder auf den Teller? Pff. Macht doch gar keinen Sinn. Macht nur mehr Dreck. Weil das eine musst du sowieso schon sauber machen. Schön. Rapids, wie geht's dir? Ich hoffe, du schmilzt nicht irgendwie vor dich hin. Und bist quasi schon so ein halber Blob am Boden. Das wäre sehr tragisch. Wäre doch zu einer Sailor Döner. Okay. Ja, gut. Warum auch nicht? Sailor Döner hat schon wieder irgendwie was. Muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben. Stelle ich mir nur gerade ganz, ganz merkwürdig vor. Alles super. 25 Grad hier im Dachgeschoss. Och, das geht aber. Das geht. 25 Grad habe ich hier auch. Das ist ja... Das ist ja noch... Es ist nicht so, wie es sein sollte in meinen Augen. Aber es ist völlig angenehm. Das ist super. Das ist richtig gut. Das lässt sich aushalten. Warum wollen nicht alle essen? Erst will böse Alte dich braten. Jetzt Rapids. Ich weiß es nicht, Eolf. Vielleicht hast du irgendwie was an dir, das die Leute dazu bringt, dass sie dich essen wollen. Ich kann es mir auch nicht ganz vorstellen, aber... I don't know. Ich kann es dir nicht sagen. Er wird Döner und dann ist der Döner weg. Döner ist halt zum Essen da. Das ist richtig. Vielleicht glauben die Leute, du schmeckst noch Chicken Wings bei deinem Konsum. Möglich. Ja. Möglich. Durchaus möglich. Einfach in einem 3D Sailor Moon Spiel, die Hauttextur durch Döner-Textur ersetzen. Oh mein Gott. Dann auch am besten so ein Klecks Tzatziki oben auf dem Kopf. Wobei, das gibt es schon wieder eine ganz, ganz merkwürdige Symbolik. Weil das ist weiß und sticky und... Oh mein Gott. Tzatziki-Mütze. Ja, ja. Ach du Scheiße. Was bin ich froh, dass der Humor heute nicht anders wird. Das ist halt genau das, was uns Hellpye gelehrt hat, die letzten beiden Tage. Und heute auch weiter lehren wird. Ich habe übrigens vorhin, als ich das Wort für morgen vorbereitet habe, noch gesehen, dass wir was vergessen haben zu tun. Das heißt, da müssen wir nachher nochmal hin. Ach, schön. Sehr gut. Sehr gut. Ja, aber apropos Hellpye. Sollen wir anfangen oder habt ihr noch irgendwie irgendwas ganz, ganz Wichtiges? Wollt ihr noch irgendetwas loswerden? Was liegt euch irgendwas schwer auf dem Herzen? Liegt euch irgendwas locker im Magen? Keine Ahnung. Wie auch immer, was auch immer. Weil ansonsten würde ich jetzt dann gleich mal ein Spiel rüberschalten. Döner sind halt gut und Eol, naja, ist Eol. Döner sind lecker und Eol, naja, ist halt Eol. Ja, meine Freunde. Rapidkiller hat soeben für das Wort zum Samstag gesorgt. So muss das. Our bodies are ready. Ja, das ist hervorragend. So muss das auch in diesem Spiel. Anders geht's nicht. Anders geht's nicht. So, dann wechsle ich schon mal die Kategorie. Schnell übers Handy. Was ich scheine vergessen zu haben, dass ich bereits weiß, dass ich was vergessen habe und das Vergessene in dem Exo-Stream nachholen wollte. Ja. Ja, prinzipiell. Nein. Doch. Nee. Eigentlich nö. Also, ja. Was? Nee, nee. Wir haben nicht Dinge vergessen. Ich habe mich dann irgendwann bewusst dazu entschieden, die Dinge erstmal liegen zu lassen, dass wir die dann irgendwann demnächst machen. So. Also, wahrscheinlich morgen, weil ich vermute mal, dass wir heute ins letzte Hauptlevel kommen. Aber mir ist vorher noch was aufgefallen, weil die haben ja gestern diese wunderschöne Leuchtkugel über dem Kopf Fähigkeit bekommen. Und da war ja noch im ersten Hub was übrig. Und das würde ich jetzt noch vorziehen, bevor wir ins nächste Hub gehen. So. Das wäre jetzt so die Idee. Also, ja. Würde ich jetzt so machen. Ähm. Aber dann können wir jetzt hier rüber wechseln. Das ist hervorragend. Und Hallöchen, seht ihr ab? Hi. Hallöchen. Einen wunderschönen. So. Du kommst genau richtig. Wir starten nämlich gerade wieder ins Spiel. Ganz, ganz frisch. Ganz, ganz neu. In den Dschungel der lüsternen Lüstlinge. Äh, nein. In den Dschungel der lüsternen Schlingel. Ähm. Genau. Aber wir fahren jetzt erstmal kurz mit dem Aufzug zurück. In die erste Hubwelt. Ihr seid mal im Lurkburger futtern. Dann guten Hunger. Guten Hunger. Lasst es euch schmecken. Ich hatte vorhin auch schon Burger. Und das war so eine Portion, dass ich meine, meine, äh, meine Zwiebelringe danach nicht mehr geschafft habe, die ich mir dachte so, hey, cool, die hole ich mir, die hole ich mir so, aber dann war das so ein Riesending, ähm, dieser Burger, dass ich danach nicht mehr konnte. Äh, 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 so. Äh, so. Äh, da müssen wir, glaube ich, lang. Genau. Genau. Hier. Äh, äh, äh. Was hast du auf meinem YouTube gesehen? Ich habe Lost Ruins gespielt. Ja, tatsächlich, ja. Ist noch gar nicht so lang her. Wie fand ich das Spiel? Ich fand es super. Es hat sämtliche Anime-Klischees bedient, die es nur irgendwie gab. Wovon ich ein bisschen, weiß ich nicht, enttäuscht war. Enttäuscht ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich hatte mir möglicherweise was anderes darunter vorgestellt. War dann quasi, nachdem das Spiel vorbei war, was man dann da tun kann mit den anderen Charakteren. Weil man macht halt eigentlich alles nochmal, hat nur andere Text-Schnipsel. Aber ansonsten war das ein sehr, sehr cooles Spiel. Also hat echt Spaß gemacht. Und die Bosse waren durchaus auch relativ fordernd. Also jetzt nicht extrem, aber nee, war cool. Hat wirklich Spaß gemacht. Ich entnehme dem Ganzen, dass du möglicherweise ein Fan davon bist. Aber ich hab's mal in die Kategorie schräge Spiele eingeordnet, weil halbnackte Animes, Anime-Mädchen im Pixel-Style verkloppen ist halt jetzt nicht unbedingt so das, was man kennt. Hallöchen, schnallju! Hi, hi, hi. Du hattest auch Burger. 350 Gramm Burger. Warst du faul für was anderes? Ach du, ich finde das voll in Ordnung. Ich kann Burger nur unterstützen. Genauso wie jede Pizza, die man verdrückt. Also... Das kann ich alles nur absolut gut heißen. Ich bin ja nicht euer Arzt. Also von dem her. Von mir werdet ihr da nichts Negatives hören. Du fandest, der Boss-Mode war ganz cool, weil die sich ja schon anders gespielt haben. Ja, okay, den haben wir dann nicht mehr gemacht, tatsächlich. Weil meistens spielen wir halt Spiele bis zu den Credits und das war's dann im Normalfall. Die da waren das. So. Und den Rest überlasse ich den Leuten dann eigentlich selbst. Also ich versuche immer, die Leute dazu zu animieren, selbst die Spiele zu kaufen. Gerade wenn es dann noch irgendwie mehr gibt. Hellboy wird da ein bisschen die Ausnahme davon. Und da will ich schon auch nochmal aufräumen. Dann am Ende. Weil ich es einfach so großartig finde. Und ich weiß, dass wenn ich es nicht im Stream mache, dass ich es wahrscheinlich nie machen werde. Aber die anderen Modi sind Spielzeitstreckung. Ja, ja, im Grunde genommen ja. Weil du machst halt einfach alles nochmal. Aber ansonsten, wirklich schönes Spiel. Hat echt Spaß gemacht. Okay. Oh cool, wir drehen uns einfach. Ach, das finde ich schön. So. Was sieht fast aus wie bei Super Mario Sunshine. Ja. Ja. An der Stelle ja. Also die Oberweltlevel schauen eigentlich alle relativ harmlos aus. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Fuck. Das war nix. Stario, wie geht's dir? Ich hoffe, du hattest einen schönen Samstag. Und wenn nicht schön, wenigstens halbwegs entspannt. Fleisch ist gesund. Wenn in Wurst schon viele Vitamine sind, dann sind Burger wache Bomben. Ja, okay. Du gehörst zu den Leuten, die kürzere Games wie Lost Ruins auch mehrmals spielen, wenn dir das Gameplay gefällt. Ja, nee, ich bin meistens, weil ich einfach so wahnsinnig viele Spiele auf meiner, auf allen möglichen Listen habe. Also ich habe über 200 Titel allein auf meiner Wunschliste auf Steam. Da ist im Normalfall nix mit. Ich spiele das mehrfach. Ich bin tatsächlich eher so der Typ, also selten der Completionist. Sehr selten. Und meistens der, der die Abwechslung halt massiv bevorzugt gegenüber allem anderen. Aber ich liebe auch kurze Spiele. Au. 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 Das ist relativ fies hier. Also diese, diese Level hier erinnern mich wirklich unendlich an Blue Fire. Ähm. Und ich liebe es. Was Titan Souls vergammelt bei dir? Möchtest du ständig spielen, aber vergisst, äh, vergisst es aber auch genauso oft. Ja gut, das, äh, ja. Das geht mir aber auch so. Irgendwie ist dann meine Aufmerksamkeitsspanne dann doch nicht so gut. und ich vergesse dann auch gerne mal und ich vergesse dann auch gerne mal irgendwelche Sachen, die ich noch in meiner Bibliothek habe und eigentlich spielen will und so weiter und so fort. das ist ganz furchtbar. Also es hat einen Grund, warum ich inzwischen Listen habe und so weiter und so fort und die Streams alle plane, weil ansonsten, ja, wüsste ich halt gar nicht, was, was wir wann, wie, warum spielen wollen, sollen, müssen, dürfen. Wie auch immer. Au. Hi, mein Name ist Benni. Ich bin ein hervorragender Plattformer-Spieler. Ich kann das echt gut. Shit. Das ist ein bisschen fies. Ähm. Metro 2033 gammelt auch daher. Ja, gerade, gerade bei längeren Spielen oder so kenne ich das auch. Entweder, also, ne, ich spiele ja schon auch mal gerne ein längeres Spiel. Aber da nehme ich mir dann auch irgendwie Bewusstzeit. Ich hatte dieses Jahr zum Beispiel, äh, Urlaub. Extra für Elden Ring. Weil ich wusste, dieses Spiel wird mich erstmal eine ganze Weile beschäftigen. Aber ich habe es dann halt auch wirklich eine Woche lang durchgezogen. Und danach noch ein paar Wochen, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Also, manchmal nehme ich mir halt auch ganz bewusst Zeit für Spiele. Aber vieles gammelt bei mir. Also, wenn ich in meine Steam-Bibliothek schaue, habe ich, ich glaube, über, weit über 50% der Spiele noch nicht mal angeschaut. geschweige denn einmal gestartet, geschweige denn irgendwann mal installiert. Ach, nee, ich dachte, das reicht. Hm, shit. Was, was mit, äh, Warno? Warno? Auch ein Titel, den du unbedingt haben wolltest und das ja nur 5 Minuten gespielt hast? Ja, das, das kenne ich. Das kenne ich leider. Aber dann gibt es sowas wie Final Fantasy 7 Remake, ähm, dass ich jetzt schon zum vierten Mal durchspiele. So nebenher. Oder Final Fantasy 15, dass ich auch schon dreimal durch habe. Also, ich bin da auch ein bisschen schizophren, was das alles angeht. Aber gut. Der berühmte Pile of Shame, ja, und das Schlimme ist, er wird nicht kleiner. Er wird einfach nicht kleiner. Aber das ist halt auch einer der Gründe, warum ich hier für uns Stream im Normalfall kürzere Games raussuche. Also, Hellpye ist schon fast eine Ausnahme mit seinen vier Streams, die es wahrscheinlich werden. Ähm. Eben damit ich zum einen mal den, den Pile of Shame ein bisschen abarbeiten kann und, äh, ne, hier einfach auch Abwechslung reinkriege. Weil wer weiß, vielleicht ist ja für euch auch irgendwann mal das Spiel dabei, das ihr schon immer gesucht habt, ohne es zu wissen. Das ist ja durchaus aus einer Möglichkeit. Au. Oh, wie gut. Oh, wie gut. Oh, wir stehen hier safe. Wir sind hier safe. Oh mein Gott. Das ist hervorragend. Ich fasse es nicht. Du achtest darauf, dass auf deiner Wishlist nie mehr als 42 Spiele stehen. Ja, ich kann das inzwischen auf 420 erhöhen. Also, bei 220 sind wir schon. Ich kriege so viele Mails von, äh, von Steam. So von wegen, hey, ist im Angebot. Ist im Angebot. Ist im Angebot. Wurde released. Wurde released. Wurde released. Ist im Angebot. Ist im Angebot. Oh. Ah. 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 Es wird durch Humble Bundle und Fanatical auch immer nur größer. Ja, okay. Ja, Humble Bundle. Klar, wenn man das das Manfleet-Ding hat, dann, ja, das glaube ich. Das glaube ich. dass da dann auch mal sehr, sehr schnell viel drauf landet und auch stehen bleibt. Lestruins oder Bloodstained. Die sind hier in ein bis vier Stunden durchgespielt. Ja, wenn man es alleine macht, dann richtig. Im Stream ist es immer nochmal eine andere Sache. Weil dann steht man so wie hier einfach in der Gegend rum und quatscht doof. Und im Spiel geht gar nichts voran. So. Nein, das... Fuck. Kommen wir hoch genug? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Scheiße, das war so... so kurz. Ah. Plaspheme ist, wo du jetzt im elften NG-Plus bist, obwohl du das... obwohl du schon alles machst, was du machen hättest können. Ja, ja, so geht es mir mit Elden Ring auch, ja. Das habe ich ja gleich doppelt platiniert auf PS5 und auf dem Rechner, weil... Warum auch nicht? Ja. So. Was mit War on the Sea hast du in Spiele gefunden, das du seit C64 Zeiten gesucht hast, nur durch Zufall auf YouTube gesehen? Ja, das ist doch super, Eol. Das ist wirklich gut. Das ist wirklich gut. Hm. Da versuchst du dich auch gern hin und wieder mal an Spearons oder so. Zuletzt war das... Udon Gain... Udon... Udon... Udon Gain... Keine Ahnung. Ähm... Sehr, sehr unbekannter, aber sehr, sehr guter Megaman-Klon. Äh, okay, okay. Megaman mit Toro gemixt. Okay. Ja, was mich zum Beispiel an... Äh... Ne, diese Woche ist ja auch Stray rausgekommen. Ähm... Das Katzen-Cyberpunk-Spiel. Es ist übrigens großartig. Ich hab's auch an einem Tag durchgespielt. Das hat auch nur so, weiß ich nicht, sieben, acht Stunden oder so gedauert. Recht viel mehr war das nicht. Ähm... Das ist der Klassiker. Finde alles davon, finde alles davon. Mach dies, mach das. Schubst da einen Blumentopf runter. Und dann hab ich gesehen, es gibt eine zwei Stunden Speedrun-Trophy. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt hab, so, okay, nope. Dann kann ich jetzt leider auch auf die Platin verzichten. Ähm... Das ist dann auch so eine Sache, wo ich sage, das passt leider irgendwie für mich nicht, weil das Spiel ist an sich großteils sehr relaxed und dann sollst du das einfach mal super schnell durchspielen. Ähm... Und mehr oder weniger alles auslassen. Und das ist ja dann auch Stress. Weil ich sage mal, beim ersten Mal funktioniert's nicht. Weil beim ersten Mal funktioniert sowas selten. Außer du weißt exakt genau, was du tust. Was ich jetzt mal behaupte, dass die wenigsten dann tun. Und, äh, ja. Nee. Leider. Was, weil alle wahren Männer Doppel platinieren. Ja, Chargo, du bist ja auch so einer, ne? Aber es ist halt auch immer noch großartig. So. Das hätten wir schon vor fünf Minuten haben können. So. Dann lass mal Nugget noch sein Bäuerchen machen und dann passt's. Was, die Dackeline brachte dich zu der Blasphemus-Sucht? Ach! Alpha Dackel! Meinst du was? Äh, oder? Ja. Vermutlich. Mir fällt sonst jetzt gerade keine Dackeline ein. Ja, okay. Stimmt, die hat das irgendwann mal gespielt. Ich weiß nicht, warum. Ich wollte das auch irgendwann mal anschauen, hab's aber nie gemacht. Warte, jetzt mal ganz ehrlich, das sieht doch so aus, als könnte man's kaputt machen, oder? Lass mich mal kurz was ausprobieren. Ich weiß, wir haben das schon mal probiert, aber nicht mit äh, diesen hier. Dark Souls ist auch sehr relaxed. Tatsächlich spiele ich Dark Souls zur Entspannung. Also, nicht unbedingt Dark Souls, ähm, aber eigentlich so, so, so ein DS, so ein DS3 SL1 Run, was für die meisten ja, okay, war nix. Ähm, ein Megastress ist, das mach ich halt mal, wenn mir langweilig ist und wenn ich irgendwie Entspannung suche, weil ich weiß halt, was ich tun muss, aber meine Beziehung zu Souls ist halt auch eine andere als für Casual-Spieler, sag ich jetzt mal. Ich hab da halt ein bisschen mehr Ahnung. Ahem. So. Okay, jetzt lass ich noch mal ganz kurz gucken. Uns fehlt halt hier auch noch eine Sache. Aber das ist tatsächlich jetzt was, wo ich sagen würde, das holen wir mal nach. Irgendwann. Also, morgen vermutlich. Oh, wartet mal. Da ist ein Fragezeichen. Wieso ist denn da ein Fragezeichen? Okay, ne Leute, das kann ich jetzt gerade nicht auf mir sitzen lassen. Da ist ein Fragezeichen, das geht halt gar nicht. So. Okay. Ähm. Plus, es musst du tatsächlich irgendwann erneut spielen, weil es hat, du das gezockt hast, hat es einiges an, einige an Content-Updates bekommen. Ja, das mit den Content-Updates kenne ich, so geht es mir mit No Man's Sky. Das würde ich furchtbar gerne spielen, aber wenn ich das anfange, weiß ich halt auch, oh, das wird ein 300-Stunden-Projekt. Und bis dahin sind wahrscheinlich nochmal zehn Content-Updates da. Weil Hello Games haut so viel Content raus, das ist einfach nur insane. Und es ist großartig, aber das macht es für jemanden wie mich, der da dann doch nicht ewig Zeit hat, ein bisschen schwierig. Nächstes Jahr soll Blast Femus 2 rauskommen? Ja, stimmt, 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 ja, das ist richtig. Das hat einen Reiz in Spielen, vielleicht sich auch Mühe geben zu müssen. Stress, ungleich Stress. Ja, ja, das auf jeden Fall, ja. Aber da ich halt eine Vergangenheit mit Challenge Runs habe, namentlich halt No-Hit und das halt irgendwann mir sehr, sehr negativ aufs Gemüt geschlagen hat, vermeide ich solche Challenges, wo am Ende irgendwie eine Zahl dabei raussteht inzwischen sehr. Also eigentlich sogar komplett. Und bis auf dieses eine Fun-Turnier, was ich jetzt mitmachen werde, in DS3, wird es da auch nichts geben von mir. Wo ist denn dieses Fragezeichen? Das ist doch... Das ist hier an der Außenwand. Deswegen spielst du nie Early Access-Spiele, weil du dir denkst, ja, wenn es dann fertig ist, bist du gesättigt. Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich verstehen. Was ist da drüben? Oh! Hier. Ich habe mich schon gewundert, warum hier nur eins von diesen Dingern ist. Okay. Oha. Mit Gegnern. Interessant. Ne, was wollte ich jetzt gerade sagen? Early Access. Das letzte Early Access-Spiel, das ich gespielt hatte, war Have a Nice Death. Das ist auch sehr, sehr cool, tatsächlich. Macht super viel Spaß, aber wir haben es halt auch einmal, glaube ich, gespielt. Ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht hatten wir auch zwei Streams, wo wir es mal hatten. Weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Aber da warte ich halt auch drauf, dass die Kampagne dann irgendwann mal vollständig da ist. Shit. Das habe ich verkackt. Eben genau aus dem Grund. Und dann würde ich es nochmal anpacken. Weil es hat so, es hatte auf jeden Fall sehr, sehr geile Ansätze. Es hat super gut funktioniert auch schon. Shit. 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 Knapp. Ähm. Aber ja. Das waren wir dann tatsächlich auch einfach noch zu früh. No Man's Sky hast du zu Release gezockt, warst dermaßen enttäuscht, dass du es nie wieder angerührt hast. Soll es zwar mittlerweile gut sein, aber die Enttäuschung ist noch zu groß. Das höre ich tatsächlich ganz, ganz oft, wenn es um No Man's Sky geht. Aber lasst dir versichert sein, No Man's Sky ist inzwischen alles, was damals angekündigt wurde, alles, was man sich vorgestellt hat und noch so viel mehr. Ja. Also es ist, es ist eines der besten Games ever, wenn man die Zeit dafür hat. Das ist, glaube ich, die große Voraussetzung dafür. Hoppala. Ich würde es halt wahnsinnig gerne spielen, aber die Zeitsache ist halt einfach, ja. Fuck. Ich sagte letztens, ich bin schlecht in den Spielen, habe aber eine No-Hit-Vergangenheit. Äh, ja. Ja, das schließt sich ja nicht aus. Das schließt sich tatsächlich nicht aus, weil No-Hit ist eine Sache. Ähm, Training, 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 Training. Ähm, und nicht mehr. Es ist am Ende, du läufst das Spiel blind durch. Du kennst alles, was auf dem Weg passiert. Du weißt, wie du reagieren musst. Und dann kommt es nur darauf an, ob du schnell genug deine Knöpfe drückst. Das ist, ne, jeder kann eine No-Hit-Run schaffen, der sich's in den Kopf setzt. Das Einzige, woran es möglicherweise scheitert, ist das Durchhaltevermögen. Elex 2 war eine riesen Enttäuschung für dich. Das habe ich gar nicht mehr angefangen, weil ich den ersten Teil mal irgendwann probiert hatte. Und, ja, sagen wir es mal so, ich habe es zwei Stunden, glaube ich, ausgehalten. Vielleicht drei. Und dann habe ich festgestellt, okay, Elex ist nicht das Spiel für mich. Ich weiß, dass das unglaublich viele Leute feiern und das auch echt gut sein soll, aber allein, also allein von den Mechaniken her war es überhaupt nicht meins. Aber ja. Auf deinem System, was erst drei Monate nach Release überhaupt genießbar im DirectX 12 Modus. Ja, ja, okay. Dann war jede Lust weg. Elex fandest du super, du verstehst mich. Ja, vom Humor her und so und vom Charakter her war es gar nicht mal so wild. Da schaue ich auch gerne mal zu, wenn ich das irgendwo shit sehe. Wenn es mir mal irgendwo unterkommt. Aber mechanisch hat es mich einfach dermaßen abgeturnt. Stopp! Nicht hüpfen. Ich will erst das da kaputt machen. Äh, ja, es ist halt eine mechanische Sache. Und das fand ich, die Mechanik war halt einfach furchtbar. Oder ist, glaube ich, immer noch furchtbar. Das war es aber halt auch einfach auf der, ähm, genau, auf Dings, äh, was, was, glaube ich, bei Piranha Bytes Games immer so ist. Was ja auch nicht wild ist. Ne, die Spiele sind ja deswegen nicht schlecht. Ah, scheiße. Aber mich turnt das halt extrem ab. Was war das mal? Du Fußballmanager 14 No-Hit gespielt. Hast jedes Spiel in der Saison ohne Gegentor geschafft und alle gewonnen. Am Anfang dachtest du, du wärst gut, aber irgendwann hast du doch das Gefühl, dass es nur ein Bug war. Hast du rausgefunden, ob es ein Bug war? Oder hast du mal gegen jemanden gespielt, der quasi wirklich, wirklich, wirklich gut in dem Spiel ist? Nein, 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 hm. Okay. Knapp. War ein Bug, okay. Ja, doof. Verglichen mit Gothic 1 und 2, was damals an der Zeit wirklich vorausweist, ist echt schade. Ja, 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 ja. Die habe ich damals allerdings auch nie, nicht gespielt. Ich war nie der, der Gothic-Typ irgendwie. Ähm, ist immer an mir vorbeigegangen. aber so ungefähr stelle ich mir halt die Gothic-Steuerung auch vor. Also auch damals schon. Shit. Du hast in der Saison durchgezogen und dann ein neues Spiel gestartet. Okay, okay. die Klammer sich halt an das alte Technikgerüst aus Gothic 3. Ah, ja, verstehe. Verstehe. Probier's aus, Gothic 1 und 2 sind überragend. Die Steuerung ist mehr, aber es geht mehr um die Story. Ja, das habe ich bei Witcher auch festgestellt. Ich habe ja auch nie die Witcher-Spiele durchgespielt, dann habe ich Witcher 1 angefangen. Wir haben es übrigens dann nie beendet, weil dann meine große Pause kam. Aber man gewöhnt sich auch an die Steuerung tatsächlich. Und das Spiel war wirklich, also ist wirklich gut. Auch wenn ich immer noch so ein bisschen, äh, ne, es war nicht Shani, es war, doch, es war Shani, oder? Weiß ich nicht mehr. Hinterher trauere, dass wir sie nicht mehr erwischt haben. Was ich halt kenne aus Gothic ist der Spruch, dann haue ich dir volles Pfund aufs Maul. Der hat es ja auch irgendwie weiter als nur bis zu diesem Spiel geschafft, sage ich jetzt mal. Der ist ja etwas ähm globaler bekannt. sage ich jetzt mal. Oh shit, warum hängst du da rum? Das ist ja jetzt richtig mäh. Okay. Geschafft. Sehr schön. Hi Daniel. Was ist das denn für ein Shirt? Das ist das No-Internet-Shirt. Das ist der kleine Dino, den man in Chrome bekommt, wenn man kein Internet mehr hat. Mit dem man das schöne Minigame spielen kann. Und ich habe das vorhin im Schrank gesehen und dachte mir so, cool, nachdem wir gestern die IT-Technik, die IT-Abteilung, ähm, der Hölle gerettet haben, die kein Internet mehr hatten und deswegen alles aus dem Ruder lief, dachte ich mir so, ja geil, dann ziehe ich das halt an. Es war leider ein Tag zu spät, aber das, äh, macht ja erstmal nix. Autsch. So. Daniel, hast du gut schlafen können? Du warst ja auch so ewig lang noch im Discord. Okay, wir müssen nochmal da hoch, glaube ich, um da hinzukommen. Ja. Du fandest die Steuerung tatsächlich aus Gründen ziemlich intuitiv. Nicht praktisch, aber intuitiv. Ich hoffe ganz zwei. Ja, okay. Shani, man. Ja, ich bin nicht mal mehr sicher, ob Shani war. Ne, es war Vessna. Es war Vessna. Vessna haben wir verpasst, weil uns der Typ getrunken gemacht hat. Shani. Shago, erstmal ankotzen. Nice. Nice. Und was, Goffigreihe, Ballersgate, Morawind. Für jeden Rollenspieltyp war es dabei. Ja, ich hatte Final Fantasy auf der Playstation. Das hat mich auch sehr glücklich gemacht. So. Okay. Sehr schön. Dann haben wir jetzt hier noch ein Stückchen mehr. Wunderbar. Dann, glaube ich, können wir so langsam tatsächlich ins nächste Level gehen. Dann wandern wir mal zurück zum Tor. Oh, wartet mal. Wartet mal. Vielleicht will ich das Kostüm wechseln. So. Du wirst gar nicht wissen, was für ein Fangirl du wärst, wenn du das damals miterlebt hättest. Ach so, Goffig und so. Ja, okay. Du hast wunderbar geschlafen. Dein Biorhythmus ist fast wieder gut. Meiner ist furchtbar. Deswegen habe ich auch jetzt gerade keinen Kaffee hier stehen, weil das würde ihn jetzt komplett töten, weil dann schlafe ich heute Nacht wieder nicht. Ich bin um 12 aufgewacht und versuche heute um 2 ins Bett zu gehen. Das heißt 14 Stunden wach und das ist schon kritisch wenig. Dort ist die Sacred-Reihe und Metal Gear Solid 3. Ja, Sacred habe ich damals auch gespielt. Tatsächlich. Ich glaube, den ersten Teil. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, man kann das online spielen und dann habe ich lauter Fragen bekommen, wie ich meinen Charakter so stark bekommen habe. Ich glaube, er war max level. Ich glaube, das war irgendwo bei 120 rum oder sowas in der Richtung und dann haben die mich das gefragt und ich so, ja, ja, ne, ich habe halt Dinge, ich habe halt gespielt. So. Es ruckelt jetzt wieder bei euch. Das ist dieses eine Menü hier. Es tut mir furchtbar leid. Ähm, aber da müsst ihr jetzt gerade mal eben durch. Äh, ich weiß nicht, was ich anziehen will. Nehmen wir das Entenkostüm? Ne, das ist hässlich. Ähm, wir nehmen die Strandklamotten. So. Und damit gehen wir gleich in den Dschungel. Hervorragend. So. Jetzt ruckelt es nicht mehr. Ich weiß nicht, warum, aber dieses eine Klamottenmenü ruckelt. Wie die Hölle. Also bringt, bringt den kompletten Rechner hier anscheinend zum Schwitzen. Und ich weiß nicht, warum. Das ist echt wild. Aber dafür haben wir jetzt quasi Sauna-Klamotte an und, äh, Nugget ist auch nicht ganz nackt immerhin. Man sieht den kleinen Piepmatz nicht mehr. So. Dafür sieht man seine Backen hinten umso besser. Naja. Nicht so wild. Okay. Sacred war nice, Metal Gear Solid fandest du nur den ersten Teil gut. Den habe ich gespielt, mehrfach. Und dann habe ich irgendwann Metal Gear Solid 5 gespielt. War massiv verwirrt, war aber ein tolles Spiel. Ah, und dazwischen hatte ich Metal Gear Solid, äh, Rising? Hieß das Rising? Ja, ne? Ich glaube, Rising war es. Und, äh, nee, war, war, war schön. Bei Final Fantasy 7 kannst du, äh, kannst du uns so, so, so gut wie jeden Zeitpunkt sagen, wo es lang geht. Ja, nee, da kenne ich halt nur das Remake. Ich hatte damals Final Fantasy 8 und Final Fantasy 9 auf der Playstation und, äh, den siebten Teil hatte ich nie und jetzt kann ich ihn halt einfach nicht mehr spielen, weil die Grafik macht mich einfach fertig und deswegen, ich konzentriere mich aufs Remake. Und Metal Gear Solid ist Liebe. Ja, ist es, ist es. Nugget die Pute. Ja, Nugget. Haha, schön. Hahaha. Oder Pute? Wie schreibt man das mit einem T? Nugget braucht Boxershorts. Naja, findest du? Ich, also, ich mag ihn eigentlich sehr in seinem Mankini. Ich, ich finde, das steht ihm sehr, sehr gut. Also, ich, ich brauche eine Zoom-In-Funktion. Wir brauchen einen Fotomodus. Ich meine, guckt euch das, opala, guckt euch das an. Nugget ist einfach vormschön im Mankini. Und schaut euch diesen wohlgeformten Hintern an. Na? Ihr kennt bestimmt alle diese komischen Mauspads, diese ergonomischen Mauspads mit Anime, ähm, meistens weiblichen Anime, äh, Charakteren drauf, wo dann die Brüste, die Gelpads abbilden oder auch analog der Hintern. Kann man mit Nugget hervorragend machen. Hahaha. Metal Gear Rising Revengeance war kein Metal Gear Solid. Ja, nee, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Es hat eine Menge Spaß gemacht. Ich würde das gerne mal irgendwann wieder spielen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich hatte da echt richtig Freude an dem Ding. Final Fantasy VII hattest du eine Zeit lang gespeedrunt. Ja, ich habe da auch schon, nee, ich habe keine Speedruns dazu gesehen, weil ich will mich ja nicht spoilern fürs Remake, aber, äh, ja. Acht ist Liebe. Andere hatten damals Freunde. Du, Final Fantasy VIII. Ja, so ging es mir mit Final Fantasy IX. Aber Acht ist auch Liebe. Absolut. Ich wünschte mir ein Remake von VIII und IX, wenn ich ehrlich bin. Rules of Nature? Na? Was? Worauf bezogen? Auf Nugget? So ein Ding würdest du kaufen von Nugget. Ich glaube sogar, dass die Entwickler sowas selbst schon mal im Gespräch hatten. Also, ich habe es zumindest über deren Twitter-Account gesehen, dass da so ein ganz, ganz merkwürdiges Screenshot oder so ein ganz, ganz merkwürdiges Bild war mit genau dem Shit. Deswegen komme ich da drauf auf dieses lustige Mauspad. Kennst du zwar nicht, aber jetzt willst du so ein Ding haben. Ja, such mal nach Anime Mauspad auf Amazon oder einem beliebigen Online-Shop deiner Wahl und du wirst sie finden. Garantiert. So. Ah ja, genau. Digon kennen wir schon. Den haben wir schon kennengelernt. Sobald ein Spiel irgendwie RNG hat, hast du instant keinen Bock auf einen Speedrun. Und das kann ich verstehen. Ja, das kann ich absolut verstehen. Ach so, Rules of Nature ist das erste Boss-Theme aus Rising. Ja, okay. Ich erinnere mich tatsächlich nur ans Spiel und dass ich davon ziemlich begeistert war. An die Musik habe ich keine Erinnerung mehr. Bin ich ganz ehrlich. Das war noch vor dem Zeitpunkt, als ich Musik in Spielen aktiv wahrgenommen habe. Und es mir halt egal war, was da für gedudelt ist. Was ist denn das da unten eigentlich für ein lustiges Fliegen-Taxi? Das ist ja auch irgendwie süß. Du hast vor allem für die 13 nie zu Ende gespielt. Hast du so sehr gerusht, dass die normalen Gegner für dich so stark sind wie die Bosse. Oh. 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 Ja, das ist ungut. Also Final Fantasy XIII würde ich sagen, solltest du schon nochmal durchspielen. Hoppala, ich habe da gerade was gesehen. Das ist schon kein schlechtes Spiel, auch wenn es gerne so dargestellt wird. Final Fantasy XIII 2 ist auch nicht zu verachten. Das vertieft diese ganze Story nochmal auf die Lightning Returns Variante, also den dritten Teil, auf den kannst du dann allerdings verzichten. das ist dann nicht mehr gut. Rollenspiele mäßig musst du unbedingt die Trails-Reihe mal wieder mal weiterspielen. Trails in the Sky fast Chapter gespielt und kann echt was werden. Das sagt mir gar nichts. Ich dachte, dass im allerersten Moment du rierst weil ähnlicher Name irgendwie von der Tales-Off-Reihe, die ich übrigens auch sehr liebe. mittlerweile aber offensichtlich nein. 13 ging echt gut zu rushen, wenn man wusste, wie man es machen musste. Ja, das glaube ich. 12 wahrscheinlich auch. Kann ich mir gut vorstellen. 13-2, 13-3 fandest du schon super optimal. Ja, mit 13-2 hatte ich tatsächlich noch Spaß. 13-3 habe ich dann sehr, sehr schnell abgebrochen. weil das war dann wirklich nicht mehr gut. Okay, warte mal. Hat er hier eigentlich was zu sagen? Nö. Gut. Schade. Wo müssen wir hin? Ah ja. Da drüben ging es rein theoretisch auch weiter. Ja, wir gucken erstmal hier runter, glaube ich. Okay. Was? Oh, okay. Wir gucken doch erstmal nach oben. Würde ich sagen. Holy shit. Das kann man nochmal mit Meilen machen. Du glaubst, die steigen nur... Äh, ja. Richtig. Die haben aktuell keinerlei Grund, außer, dass du irgendwann damit angeben kannst. Die sind auch ein Überbleibsel. Und ich bin auch unsicher, ob ich die irgendwann mal komplett rausnehme. Hoppala. Ähm. Oh nein. Oh Gott. Oder ob ich sie doch drin lasse und irgendwie weiß ich nicht was irgendwas damit mache. Äh, Tales-Off-Spiele sind auch toll. Nerven nicht aber oft, weil sie schlecht gebalanced sind, wenn man sie auf schwer spielt. Ja, okay. Das habe ich noch nie gemacht. Ähm, weil ich da... Da sehe ich persönlich jetzt keinen Sinn darin, die auf schwer zu spielen, weil Story-Games sind. Ähm. Aber die sind großartig. Also seit Exilia. Das war ein Zufallskauf im Media-Markt damals, weil ich mir dachte so, okay, cool, das sieht eigentlich ganz nett aus. Und seitdem Fan der Reihe. Absolut. Arise müsstest du dir noch anschauen. Oh, das ist so gut. Das ist so gut. Ähm. So. Elo ist fast Top Ten. Was? Bist du nicht Top Ten? Du bist nicht Top Ten. Komm mal, da root ist in den Top Ten. Ja, da seht ihr mal, wie gut ich die Meilenlisten pflege. Komm mal, da root ist ein Bot, der da gar nicht mal drin sein darf. Geheime Höhle. Ja, voll gut. Voll gut. Und wir haben wieder ein Zicklein entdeckt. Was du dachtest, wir hatten mehr Zeit zu zweit? Ja, offensichtlich nur knapp 100 Stunden. Also, tut mir leid, aber, nee, war anscheinend nicht mehr. So, Arise willst du auch mal testen? Das sah cool aus und der Soundtrack war nice. Arise ist so gut. Ich hab's auf der PS5, glaube ich, ja genau, auf der PS5 hab ich's gespielt und ich hab's einfach komplett durchgesuchtet. Also, wirklich komplett durchgesuchtet innerhalb kürzester Zeit. Und die neue Grafik passt auch super. Das sieht einfach überall durchaus Screenshot-würdig aus. Also, richtig, richtig geil. Das waren noch Zeiten, als man seine Kaufentscheidung bei Spielen anhand der Verpackung ausgesucht hat. Ja, und ich hab tatsächlich nie Pech damit gehabt. Nie. Voll geil. Voll geil. So. Und Hallöchen, Amy. Hi. Hallöchen, Hallöchen. Moment. Du wünschst mir alles Gute, nachträglich und nur das Beste. Auf viele schönere weitere Jahre. Außerdem meldest du dich hiermit mal wieder aus der Versenkung. Hallo in die Versenkung. Huh. Und Dankeschön natürlich für die eineinhalb Jahre. Holy shit. Auch schon wieder so lang. Krass. Es ist doch insane, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist echt krass. Aber hi. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hattest eine schöne Zeit in der Versenkung. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bist. So. Sind das deren Hintern, die da übrig bleiben? Ich bin gerade unsicher. Aber hey. Also jetzt sagt mir bitte, dass diese Früchte, die hier hängen, nicht doch sehr eindeutig sind. Jetzt hängt Nugget da dahinter. Also die sind doch schon sehr nun ja speziell, oder? Du bist so weit weg von den Top Ten. Ach, Charo. Ach, Charo. Das ist überhaupt nicht schlimm. Du bist jetzt hier. Charo. Charo. Charo Symphonie war das einzige Spiel der Reihe, was du spielstest und hast bis kurz vorm Finale gespielt, aber dann ging die Controller beim Unzug kaputt. Oh nein! Oh nein! Das ist ja gar nicht gut. Das ist ja... Oh nee. Das musst du nachholen. Das solltest du auf jeden Fall nachholen? 18 Monate schon. Ja, krass. Die Versenkung hatte dich schon ganz schön tief verschluckt, die Arbeit eben. Bei mir alles klar soweit? Ja, alles wunderbar. Ich kann nicht meckern. Wir haben das beste Spiel des Jahres gefunden. Abgesehen von Elden Ring. Ich habe es gestern schon mal irgendwo gesagt. Ich glaube, das war nicht mal on Stream, aber das hier wäre mein Game of the Year, wenn es Elden Ring nicht dieses Jahr gegeben hätte. Es ist einfach so gut. Okay, das hier ist ein Dorf. Oh! Oh, man kann die doch kaputt machen. Schön. Ähm. Okay, nee, da drüben ist mehr Party als hier, also gehen wir später darüber. Das passt schon. Da bräuchte ich neue V-Controller plus diese komischen Nuckeldinger. Im Nackt-Talk, äh, Nacht-Talk. Achso. Oh, Entschuldigung, Dekobert. Was für ein schöner Tag, oder? Ja, total schön. Ohne Scheiß, ist es überhaupt Tag? Ich habe keine Ahnung. Der ist schon relativ dunkel hier, ne? Oh. Badest du? Noch ein Miocha. Willkommen in unserem bescheidenen Zuhause. Was führt euch in die Gegend? Warte, sag nichts mehr. Ihr seid wegen der Party hier. Man sagt, Club Luxuria hat die cremigsten Cocktails in den Dschungelreichen. Ha, ich wusste es. Also geht hin und amüsiert euch. Übertreibt es nur nicht. Ihr wollt ja nicht bei Dr. Cell aufwachen, oder? Dr. Cell. Kennt der Abroad in Japan? Den, äh, den, den Kanal, der, äh, der sehr sarkastische Brite, der in Japan wohnt und einer der größten YouTuber, glaube ich, ist? Ähm, großartig. Ähm, der hat mal ein Fake-Commercial gemacht für so ein, was ist denn das? Wie nennt man das Zeug? So, so ein komisches Energie-Jelly. Quasi ein Energy-Drink in etwas festerer Form. und hat das Dr. Celli ähm, genannt. Und ich liebe es. Es ist großartig. Dr. Celli ist Kult. Hä, 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 was schießt er auf uns? Ach, du da drüben bist das. Okay, nice. Ähm, ähm, war er on-stream? Ne, ich glaube, es war danach. Ich bin nicht mehr sicher. Habe ich das Spiel nicht schon mal gespielt, oder ist das eine Fortsetzung? Äh, wir haben die Demo davon mal gespielt vor ein paar Monaten. Und, äh, das ist jetzt tatsächlich das Full Release davon. Und es ist alles, was wir damals gesehen haben und noch viel, viel mehr. Es ist mindestens genauso dämlich. Mindestens genauso obszön. Unvulgär. Alles gleichzeitig. Und es ist einfach nur, es ist einfach nur ein Fest. Dieses Spiel ist einfach der Wahnsinn. Und es ist ein verdammt guter Plattformer. So. Jetzt habe ich das Ding nicht getroffen. Scheiße. Müssen wir nochmal hin. So. Und, äh, seht ihr ab? Dankeschön fürs Sub. Dankeschön. Das kam überraschend. Ganz, ganz großes Danke. Nice. Freut mich, freut mich. Ja, willkommen. Viel Spaß mit den Emotes. Mit den Flugzeugen. Du hast auch irgendwann dann die nächsten paar Emotes mehr. Das sind nämlich gerade welche in der Mache. Dauert aber noch. Den kennst du? Ja, also Abroad in Japan ist so ein geiler Channel. Vor allem die Produktionsqualität. Das ist geiler als jede Doku, die du über das Land sehen kannst. Muss man einfach sagen. Guten Tag, Mr. Unschuldige Tiere, Töter und die Kacke, Hauer und Gang. Ja, aber auf die Kacke haut man doch. Also, unschuldige Tiere, okay. Das, das, ja, das lasse ich mir jetzt nachsagen. Ähm. Wobei wir das halt tun müssen. Es tut mir leid. Aber das ist leider eine Mechanik, die es braucht in diesem Spiel. Aber ansonsten. Ähm. Ja. Haut man doch auf die Kacke. Das Sprichwort gibt es ja nicht umsonst. So. Wartet mal. Kurz mal hier hoch schwingen. Weil ich will, ich weiß nicht mehr, wo ich hin will. Irgendwo darüber. Genau da zu diesem, zu diesen lila Popeln, pinken Popeln da. Irgendwie magst du Begleiter wie Nugget nicht. Nugget tut aber nichts. Außer blöd daherlabern. Ich ignoriere ihn auch eigentlich. Und ansonsten schlagen wir mit ihm zu und schwingen uns an ihm herum und machen Dinge. Er ist eigentlich mehr eine Waffe als alles andere. Er weiß es nur nicht. Warum überraschend? Weil ich immer über neue Subs, bei neuen Subs überrascht bin. Ich kann das immer noch nicht fassen, dass Leute hier tatsächlich freiwillig Geld ausgeben. Das ist ein Konzept, das sich mir nicht, äh, nicht, ja, erschließt. Obwohl ich es ja selbst bei anderen auch tue. Puh! Das ist Skill, Leute. Wir sind nicht nach unten gedüst. Es wäre so einfach gewesen. Nein! Stopp! Hier bleiben. Hier bleiben. Oh, da drüben ist es aber. Wo sind wir eigentlich gerade? So im Vergleich zu gerade eben. Ich wollte darüber. Jetzt sind wir hier. Okay. Von wo kommen wir? Von da. Achso. Oh. Verstehe. Okay. Ich habe verstanden, wie das Level aufgebaut ist. Sehr gut. Ist jetzt schon nervig? Ja, einfach, einfach ignorieren, was Nugget da sagt. Ich weiß, das ist für euch wahrscheinlich deutlich schwerer als für mich, weil ich steuere das Spiel in der Zwischenzeit. Ich habe eine Ausrede, die Sprechblas zu ignorieren. Aber einfach versuchen, so gut wie irgendwie möglich zu ignorieren. Der labert halt tatsächlich nur Blödsinn, den niemand wissen will. Was Zauberei am Schlangenfuß nennt man das im Fußball, ist das so? Wir sind oben. Ja, wir sind immer noch oben. Also tatsächlich auch da oben, wo ich jetzt gerade sein will. Klingt komisch, aber das ist tatsächlich noch genau das, was ich will. Okay, ich weiß nicht, warum du hier eingesperrt bist. Ist mir aber auch egal. Ich werde dich nicht befreien. So. Okay. Das heißt, wir kommen von da hinten und jetzt sind wir irgendwie hier gelandet. Hi. Na. Oh. Die verbrennen Dämonen. Die Assis. Das ist nicht nett. Das ist nicht nett. Geld ausgeben kannst du. Das sehe ich. Dankeschön für die 300 Pits, Amy. Dankeschön. Dankeschön. Also ich bin es gewohnt, nervige Companions auszublenden, weil ich oft genug mit dir im Discord abhänge. Du hast dieses Jahr mit niemandem mehr Nächte verbracht als mit mir. Ist das jetzt eine Ehre oder ist das schlecht? Chargo, definier das doch mal für dich. So. Wir sind hier, um unzivilisierten Kreaturen Gottes Wort zu schenken. Moment. Unglücklicherweise gehen sie dabei manchmal in Flammen auf. Ich bräuchte irgendwie jetzt ein Fußpedal. Ich frage mich, ob meinen Brüdern am Ritualfels etwas ähnliches wie der Fahren ist. Okay. Ja gut. Wenn man Dämonen mit Religion konfrontiert, dann geht das halt meistens ein bisschen schief. Also. Kann ich mir jetzt schon durchaus vorstellen. Wild. Sehr wild. Aber hey. Leider kann ich die nicht hauen. Ich würde sie hauen. Ach man. Also. Okay. Oh. Sehr schön. Okay. Da haben wir noch ein unschuldiges Zicklein gefunden. So unschuldig sind die nicht, sonst würden die sich nicht hier aufhalten. Sind wir mal ganz ehrlich. Au. Stopp. Vor Schock oben gegen die Wand geflogen. Ähm. So. Ja, ups. Wo geht's denn hier hin? Diese Dinger hier haben bestimmt noch irgendeine Bewandtnis. Ich weiß nur nicht welche. Die hat sich bis uns, äh, die hat sich uns bisher noch nicht erschlossen. So, aber. Hier war noch was. Und da können wir direkt mal reingehen. Nice. Haben wir was zu beichten? Nein. Wir reden des Öfteren miteinander. In diesem komischen Ding namens Internet mit einer komischen, auf einer komischen Plattform, die sich Discord nennt. Ich weiß, es klingt total schräg und so, überhaupt mit, also mit anderen zu sprechen. Aber. Wir machen das offensichtlich. Warum wissen wir selbst nicht so genau? Okay. Ich weiß, dass ihr jetzt wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel seht. Ich auch nicht. Aber bis hierhin ging's noch. Fuck. Ah, okay. Jetzt brauchen wir ein bisschen Licht. So. Wegen den nervigen Companions für alle, die Dragon's Dogma gespielt haben. Happy is weak to fire. Basically jedes fucking Mal. Ach ja. Igitt Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Ja, ne? Was? 105 hat den Millennium vielleicht gefixt? Du kriegst den Aufzug nicht hoch? Kann nicht sein, weil ich den erst gemacht habe. Ende 105. Also das wäre mir jetzt tatsächlich neu. Okay. Sehr gut. Wartet. Da steht noch was. Ähm. Ach ja, zum Thema nervige Companions. Also ich finde Nugget tatsächlich einfach nur dadurch, dass er nicht redet. Also eine Tonspur hat. Tatsächlich noch halbwegs angenehm. Was ich zum Beispiel mal versucht habe zu spielen, war Genshin Impact. Und da hast du ja dieses, auch diesen, diesen sehr, sehr, nennen wir es übertrieben niedlichen Companion. Und, äh, ich habe das Spiel innerhalb von 30 Minuten beendet, deinstalliert und nie wieder angeschaut, weil mich dieser Companion so genervt hat. Ich, ich mag auch diese, diese übertriebene Niedlichkeit in Spielen nicht. In Breath of the Wild gab es auch irgendwie so einen Charakter. Weiß ich mehr, wer das war. Genau. Ähm. Kann ich mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern. Ähm. Und, äh, ne. Das ist einfach die pure Unsympathie. Moment. Ich kenne dich nicht. Mach ja keine dumme halten. Alles klar, Dicken. Chill mal die Base, ne. Ich mach schon nix blödes. Ich schau mich nur um. Klaue euch sämtliche Ressourcen und dann bin ich wieder weg. So. Nugget ist doch einfach da und stört auch nicht weiter. Ja, Nugget hat vor allem noch einen Vorteil. Mit Nugget hauen wir zu. Aber Genshin Impact war, dass, 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 das ultimative, der ultimative Worst Case an Begleitern. Das war halt wirklich nicht mehr feierlich für mich. So. Okay, Dunga. Ja, super. Schon wieder näher drückt den Eingang zur Opferstätte blockiert. Jetzt werden wir das Ritual verpassen. Können wir hier? Jo. Gar kein Thema für uns. Was das Beste denn heute für dich ist, dass denn hier nicht so matsch ist wie gestern Abend? Was ist für euch heute das Beste? Manchmal hilft das bei der Laune. Was ist für mich heute das Beste, dass ich bisher, also dass ich nachmittags nicht auf der Couch eingeschlafen bin? Weil ich es rechtzeitig geschafft habe, Kaffee zu trinken. Was? Na, wie stört dich in Ocarina? Nein, OOC. Das war nicht Ocarina of Time. Das war, ja, irgendein Zelda. Man kann sie ignorieren. Anders als die Eule. Oder es ist wie auf Skyward Sword. Ja, okay. Vertippt? Also doch, Ocarina of Time. Ja, okay. Ich habe nur Breath of the Wild tatsächlich gespielt und Link's Awakening hatte ich mal irgendwie das Remake ganz kurz davon angeschaut. Das war es dann auch. Mehr Zelda-Erfahrung habe ich tatsächlich nicht. Hatte ich nicht mal dieses eine Spiel gespielt, wo alles übertrieben niedlich war mit der Insel und den Bonbons und dem Rest? Du meinst... Ja, warte. Es war nicht Tinykin. Tinykin ist großartig. Das kommt übrigens am 30. August. Auch das werden wir hier spielen. Das war einfach nur super. Das ist zwar auch niedlich, aber nicht so übertrieben niedlich. Was du meinst ist, wir hatten das glaube ich mal bei den Demos dabei. Das kann aber sein, dass das vor Dingens war. Ja, ich glaube, das war vor vor dem Relaunch, vor der Pause. Ja, ich kriege den Namen gerade nicht hin. Das steht auch auf meiner Wunschliste. Ich weiß genau, welches du meinst. Irgendwas mit Billy und Rainbow. Das war aber schon wieder... Das war... Das war aber... Das war nicht so... Dieses... Es war halt pur Kitsch. Das ist dann schon wieder so viel, dass es schon wieder cool ist. Das war halt einfach pur übertrieben. Das geht dann wieder. Das ist so... Das ist einfach so over the top, dass es schon wieder ins Positive umschlägt. So. Genshin Impact hast du bis jetzt wegen dem Gacha-Element ignoriert. Sieht halt echt gut aus, sodass du dir dennoch manchmal denkst, eigentlich müsste man es mal ausprobieren. Ja, und ich glaube auch, wenn man nicht dafür zahlt, geht das auch erstaunlich gut. Also, man kommt da halt auch gut durch. Also, das muss auch ohne irgendwie mal einen Cent dafür auszugeben, auch voll in Ordnung sein. Au! Hör doch auf, mir weh zu tun, du Sack! Aua! Rainbow Billy, The Curse of the Leviathan. Ja, genau das. Genau das. Das ist halt wieder so übertrieben, dass es wieder in Ordnung ist. Also, finde ich, es gibt da irgendwie so ein Maß und wenn das überschritten ist, dann ist es halt vorbei. Es geht nicht darum, kein Geld auszugeben. Du bezahlst ja gern, wenn dir ein Spiel gefällt. Ach so, ja gut. Dann halt das Gacha-Gedöns an sich, oder? Ja, okay. Kann ich auch irgendwie, ja, nee, kann ich nachvollziehen. Was ist, wenn ich da reinlaufe? Ja, okay. Ich bekomme Damage bei diesen Dingern. Gut zu wissen, das war jetzt nicht nur der da oben, das sind grundlegend, diese Teile. So, was hast du zu sagen? Verbrennt mich bitte nicht, hab der Barmen. Oh, du gehörst nicht zu ihnen. Möge der Herr sich deiner Seele erbarmen. Ich bin seit Monaten bei diesen Leuten, um das Wort Gottes zu verbreiten. Und plötzlich setzten sie grausame Masken auf ihre Gesichter, zehrten uns aus unseren Häusern und begannen uns zu verbrennen. Ich konnte nur mit Glück entkommen. Der Herr lenkte sorgfältig meine Schritte. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele meiner Brüder auf den Scheiterhaufen verbrannt sind. Tja, doof gelaufen, ne? Okay, gut. Findest du halt nicht so koscher, generell Lootboxen nicht. Ja, 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 gut. Ja, ja, ich kann es verstehen, ja. Es gibt ja auch einen Grund, warum Lootboxen auch in gewissen Ländern einfach verboten sind. Die Niederlanden zum Beispiel. Ihr habt doch nicht vor, die Sicherheitsumgehen, oder? Ich? Nein, niemals. Das würde mir niemals einfallen. Also bitte. Welche Sicherheit? Ich weiß ja nicht mal, wovon du sprichst. Hier ist alles. Also das ist ja... Hier ist ja nicht mal was, was man irgendwie tun könnte. Ach da. Das war doch gerade weg, oder? Ja, das ist ein Aufzug. Hahaha. So. Hier. Du weißt halt gern vorher, was du dir kaufst und nicht irgendein Zufallsding. Ja, ja, kann ich, kann ich verstehen. By the way, wusstet ihr, dass sowas wie die Predictions auf Twitch hier in den Niederlanden zum Beispiel verboten sind? Also in den Niederlanden kannst du keine Prediction. Oder kannst du nicht teilnehmen. Du kannst die natürlich starten, aber jeder, der von der niederländischen IP quasi kommt, ist dann vorbei. Prediction, ja, die Vorhersagen. Schafft er das? Ja, nein. Und du gibst dann Kanalpunkte dafür aus. Und es besteht theoretisch die Chance zu gewinnen. Ja, dieses wunderschöne Twitch-Feature im Chat. Weil das gilt in den Niederlanden tatsächlich schon als Glücksspiel. Also wetten. Ja, genau. 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 Ich glaube im Deutschen heißen sie sogar wetten, ja. Ich nutze die so selten, deswegen weiß ich jetzt gar nicht, wie genau die heißen. Sind dann auch Sub-Bomben dort verboten? Weiß man ja auch nicht vorher, wer eine bekommt. Boah, das nee, ich glaube, die sind in Ordnung. Aber ja. Vorhersagen. Stimmt, ja. Stimmt, Vorhersagen heißen die. Richtig, es gibt Umfragen und Vorhersagen. So war das. Okay, ja. Ich nutze die halt so selten. Du bist schon zehnmal richtig gelandet auf dem Elevator und er fährt nicht hoch. Ja, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht gepatcht wurde. Ich habe zumindest auch noch nichts in der Richtung gelesen. Aber, I don't know. Ansonsten, der Weg hintenrum ist tatsächlich gar nicht mal so wild. Habe ich neulich auch erst gemacht. Das geht schon. Stopp! Ihr könnt Tollok, die Hauptstadt der Dix, nicht betreten. Wir bereiten uns auf Tolunfel vor. Das große Ritual. Nur wahren Dix ist es erlaubt, daran teilzunehmen. Ortsfremde stören das Reich der Geister für ärgern den Kreis der Götter. Das Ritual vertreibt böse Kreaturen des Waldes und Dämonen gleichermaßen, indem das Blut einer Jungfrau dem Korn-Tackel geopfert wird. Korn-Tackel wahrscheinlich. Jeder, der es wagt, das Ritual zu stören, wird auf dem Scheiterhaufen enden. Das gilt auch für dich, deinen kleinen Freund und all die Seiten heute, die uns ständig belästigen. Ja, aber sag mal, ich will da hin. Das ist, warte mal, das ist mir gerade sowas von egal. Au! 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 Oh! Den habe ich übersehen. Okay. Wo geht denn hier der Groove ab? Sag mal. Das ist ein geiler Beat. Oh. Hilfe. Was verbrennt Eol? Der hat einen Deal mit dem Teufel. Stimmt, der Nächste, der dich braten will. Eol, du bist offensichtlich sehr beliebt. Gott. Die haben ja ein Anlehrungsradar, das ist ja schlimmer als beim Rückwärtsfahren im Auto. So. Okay. Dann halt erst mal hier zum Checkpoint. Kann man mit dir sprechen? Ja. Ich mach kein Geräusch. Wenn sie euch anstarren, brennt ihr von innen heraus. Dieser Busch hat mir das Leben gerettet. Sie können euch in den Büschen nicht sehen. Geht mit Gott, meine Kinder, aber geht. Okay. Oh, das ist ja. Oh mein Gott, wir haben Stealth. Mit Stealth kann ich halt gar nichts anfangen. Also kann ich schon, aber es geht immer schief. Immer. Per se. Immer. Was Eol sagt vorher, dass es heute Nacht dunkel wird. Kommt drauf an, wo du wohnst. Tatsächlich. Kommt drauf an. Obwohl, inzwischen dürfte es sogar am nördlichsten Punkt wieder halbwegs dunkel werden. Ja, doch. Sollte eigentlich. Sonnenwind ist ja vorbei. Was für eine Glaskugel. Moment. Was für eine Glaskugel. Ach so. Das ist was zwischen euch. Gut. Laut einiger Fohlen ist es gepatcht worden. Ja, Charo. Dann lauf außen über die Mauer. Das ist der angenehmere Weg. Also nutzt den Weg vorbei am Avatar und dann lauf den Rest da hinten lang. Dann kannst du auch den zweiten Avatar sehr bequem erledigen. Was ist eine Hexenglaskugel? Mit der man normalerweise die Zukunft voraussieht. Ah. Okay. Apropos Zukunft, Amy. Warst du nicht eigentlich mitten im Jobwechsel oder so? Hat sich da was ergeben? Hat das funktioniert? Ich kann mich da an irgendwas erinnern. Kann ich mich hier dranhängen? Ich bin mir nicht sicher. Ah, oh. Oh. Da oben. Okay, cool. Das sah niedlich aus. Vielleicht kann ich's töten. Hier sieht alles irgendwie niedlich aus. Und am Ende kann ich nahezu alles irgendwie töten. Oh, das ist auch gut so. Nice. Okay. Weiter. Er redet nicht mit uns. Schade. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll denn das funktionieren, bitte? Oh. Ja, so nicht. Oh, shit. Okay. Aber es war knapp. Es war echt knapp. Das hätte besser laufen können, aber es hätte auch schlimmer laufen können. So. Ich bin echt gespannt, was die hier für ein Ritual feiern, wenn die jetzt schon überall Party-Mucke haben. So. Leider ist da nichts raus geworden. Äh. Bist leider immer noch beim gleichen Saftladen. Du gibst nicht auf. Ja. Dranbleiben. Dranbleiben. Aber schade. Ich hatte gehofft, dass das wird, aber soll halt nicht sein, sollte halt nicht sein, ne? Kennt man halt. Leider. Stopp. Stopp. Das war kacke. Das war definitiv nicht gut. So. Dreh dich mal um. Weiter gehen. Weiter gehen. So. Sehr schön. Ich wusste fast, dass das jetzt kommt, ne? Ich wusste es. Oh, Mann. Was ein Scheiß. Okay, das war so knapp, dass die Hitbox uns schon erwischt hat. Aber nur die Animationen davon. Äh, schade. Okay. Gut. Hoppala. Hoppala. Alles wunderbar. So. Jetzt. Äh, wäre perfekt gewesen, weil die Stelle, auf die du dich beworben hattest, halt echt zu Fuß 15 Minuten weg ist, wenn du wirklich richtig, äh, gemütlich laufst. Wenn du zügig gehst, wären es sogar 10 Minuten zu Fuß. Sogar mit dem Bus könntest du fahren. Du konntest direkt vor deiner Haustür einsteigen und dort direkt vor der Tür wieder aussteigen. Wäre ideal gewesen. Sollte wohl nicht sein. Ja. Aufgeben ist keine Option. Ja. Ja, auf jeden Fall. Dranbleiben. Da findet sich schon was. Da findet sich was. Ich drück weiter die Daumen. Das kann ich angehen. Dass du uns da in dem Laden versauerst. Sag mal. Echt jetzt in der Luft? Arschloch. Hatte ich gerade echt so passiv den falschen Rhythmus genommen? Oh, shit. So. Bis kurz AFK. Alles klar. Bis gleich. Ich frage mich halt wirklich, wo diese Musik herkommt. Die scheint hier irgendwie aus den Bäumen zu kommen. Wie auch immer das funktioniert. Holz an sich ist hier für Subwoofer ein sehr beliebtes Material. Aber das wollen wir selbst Sound von sich geben. Das ist mir halt jetzt zum Beispiel neu. Das gibt's doch nicht. Ey, mein Timing ist echt scheiße. Die hatten doch vorhin den Rhythmus, dass ich bequem eigentlich zwischen den Plattformen hin und her huschen hätte können. Aua. Lassen wir den noch mal ganz kurz. Genau. So. Weil wir das Thema vorhin schon hatten. Oder schon so angeschnitten hatten, sage ich jetzt mal. Was es heute zu essen gab bei einigen Leuten. Andere Frage. Was war das exotischste Essen, das ihr je hattet? Also, ne, was ihr halt als exotisch bezeichnen würdet. Bei mir war es Straußenfleisch. Inzwischen habe ich rausgefunden, dass das gerne in Hundefutter verarbeitet wird. Was ich ein bisschen wild finde. Ähm. Aber Strauß kurz gebraten vom Grill ist mega lecker. Das ist tatsächlich der Hammer. Hatte ich irgendwann, glaube ich jetzt auch bald 20 Jahre her, bei einem, äh, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube Thailänder, thailändischen Laden. Äh. In Holland. Und war richtig, richtig geil. Habe ich aber seitdem auch nie wieder gegessen. Nicht deswegen, weil es scheiße war, offensichtlich, sondern weil ich es einfach nie wieder irgendwie so in der Richtung gefunden habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Du hast schon so viel gegessen. Ja. Das ist eine kleine Denksportaufgabe. Die haben den Rhythmus. So. Okay. Es war jetzt nicht unbedingt schön, wie ich hierher gekommen bin, aber wir sind hier angekommen. Das ist das Wichtigste. Würde ich jetzt mal behaupten. Der Eintopf in Peru, der war abenteuerlich. Da war alles drin. Okay. Kannst du alles definieren? Du glaubst, es war nur Sashimi? Ich muss jetzt gerade selber überlegen, was Sashimi genau ist. Da bin ich mir jetzt nämlich gar nicht so genau sicher. Ich weiß, dass irgendwas mit... Ach so, einfach nur roher Fisch. Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, es hat irgendwas mit Sushi zu tun oder kann damit zu tun haben. Wobei Sushi ja im Normalfall mit rohem Fisch ist. Ja, stimmt. Klar. Sashimi. Benni. Dein Kopf. Ne? Furchtbar. Zum Kotzen. Ja, aber das mag ich tatsächlich ganz gern. Aber Sushi ist für mich jetzt auch nichts Exotisches oder roher Fisch. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass für mich nicht mal Kaviar unbedingt was Besonderes ist, weil ich schon so viel schwarzen Kaviar in meinem Leben hatte, dass... Ja. Meine Oma hat den immer an Weihnachten benutzt. Und dementsprechend... Leider ist er halt auch lecker. Sah aus wie eine Mischung aus Gemüse, wenn ich es wie Insekten aussah. Tiere, die wie Kohle aussahen und Reis. Bedenkt den Reis. Okay. Vielleicht waren da auch ungeplante Insekten drin. Ja gut, kann schon sein. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich ganz gerne mal ausprobieren würde. Also, wenn ich mal irgendwo... Wenn es mir mal irgendwo unterkommen sollte, dass, weiß ich nicht, frittierte Insekten oder sowas in der Richtung so... Essensstand mäßig. Ich würde das gerne mal ausprobieren, weil ich... Ich stelle mir das schon lecker vor. Und ich glaube, das ist... Au! Ganz, ganz viel... Au! Kopfsache dabei, dass man das irgendwie komisch findet. Ähm. Sushi ist doch Reis in Alge mit allem möglichen drin. Ähm. Ja, Jein. Also, ja. Reis, genau, ganz bestimmter Reis sogar. Der muss sehr klebrig sein. Ähm, Algenblatt kann drumrum sein, muss nicht. Es kommt darauf an, äh, was, was das für, äh, für ein Sushi ist. Wenn es ein Maki ist, hat es zum Beispiel ein Algenblatt drumrum, ansonsten nicht. Es gibt auch Inside Out, wo das Ganze quasi innen drin ist, wo der Reis außenrum ist und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Und ja, prinzipiell kannst du da alles machen, aber klassischerweise ist halt so mit, mit, mit Thunfisch, mit, äh, in Deutschland auch gerne mal mit einem Räucheraal, glaube ich, ähm, was sehr, sehr geil ist. Ähm, oder auch mit, mit Tintenfisch und so weiter und so fort. Aber ja, der, der Fisch ist halt im Normalfall roh. Gibt es auch anders, ähm, aber ist eher nicht so das, das Normale, sage ich mal. Gibt aber auch ganz viel mit Gurken und weiß nicht was innen drin. Also es gibt auch vegetarisches, äh, vegetarisches Sushi. Ist meistens deutlich günstiger. Aber ja. Straußenbratwurst oder Straußenfleisch? Bei dir, Halogen? Straußenbratwurst? Okay, das habe ich noch nie gehört. Also Straußen hatte ich ja auch gesagt. Ähm. Oh, fuck. Oh. Puh. Das war knappig. Ähm. Aber Straußenbratwurst? Okay. Das habe ich noch nie gesehen oder gehört, ähm, dass es das tatsächlich gibt. Was? Leute, das war ein Bug. Kann das jemand klippen? Das war ein Bug. Das sollte nicht so sein. Gut, dass es hier keinen Fallschaden gibt. Hahaha. What? Schön. Finde ich geil. Finde ich mega. Oh. Onigiri ist geil. Das hast du ja auf Hokkaido so oft bekommen. Ja, das glaube ich, ja. Was ich unglaublich gern mag, ähm, aus der japanischen Küche, ist, äh, Takoyaki. Ich liebe das. Das ist so gut. Und diese Bällchen mit, mit Oktopus drin und, äh, geil, ähm, irgendeinem Soja-basierten Gedöns obendrauf als Soße. Das ist so gut. Kann man wohl auf der Straußenfarm in der Nähe holen? Ja, okay. Dann, dann, dann macht's Sinn. Ja, klar. Wenn da eine Straußenfarm ist, ja. Ja, absolut. Ich vergesse, dass das inzwischen gar nicht mehr so, gar nicht mehr so exotisch ist, aber vor die, vor 20 Jahren oder so, ähm, war das für mich halt super exotisch und ist es immer noch, weil ich es seitdem halt nie hatte. Und hallochen, Denise. Du hattest mal Kängurofleisch. Zumindest stand das drauf, ob's auch drin war. Schmeckt das nicht so sonderlich exotisch. Ja, am Ende schmeckt alles wie Hühnchen, ne? Ja, okay. Japanisch findest du an sich sehr lecker. Warst mal bei einem Japaner. Äh, Oliokin It. Weiß gar nicht, was du da alles gegessen hast. Hast dich auch hartig bedankt. Dumme Regatte gozaimasu. Ja, 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 sehr cool. Ich bin halt ganz, ganz großer Sushi-Fan. Aber Sushi zu bestellen ist halt immer super teuer. Ähm, also richtig, richtig, richtig super teuer. Das steht halt gefühlt in keinem Verhältnis mehr. Und mir ist so ein All-You-Can-Eat oder so ein Running Sushi eigentlich am liebsten bisher. So, kurz mal laufen, bevor der hier wieder umdreht. Wartet. Ich schau gleich wieder. Ich weiß nicht, wie weit der läuft, aber das wird sich rausstellen. Was ist denn das? Oh, ein Jump-Pad. Okay. Der kommt bestimmt hier rüber. Ja. Okay. Ich finde es halt schade, dass du an das meiste nicht ran kannst, weil kein Fisch oder ähnliches. Mh, okay, okay, ja. Du musst dir mal so ein Ei kaufen, so ein Straußenei, meinst du? Das hatte ich noch nie. Ich weiß nicht mal, wie groß die sind. Ich weiß nur, dass die deutlich größer als Hühnereier sind. Also deutlich größer. Das weiß ich. Okay, schön. Endlich wieder ein Stückchen weitergekommen. Da drüben geht es weiter, offensichtlich. Nein, du sagst nichts. Du sprichst nicht mit uns. Okay. Läuft. Sehr schön. Straußenei, circa ein Liter Ei, äh, ein Liter Ei-Flüssigkeit laut einem Kumpel. Wow. Okay, das ist tatsächlich eine ganze Menge. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. Ach du Scheiße. Okay. Das war kürzer als erwartet. Ich kann sowas ja immer hervorragend gut. Ich bin da super drin. Aber das lief erstaunlich flüssig, wie es ausschaut. Nur etwas größer, ja. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal, was waren das? Wie heißen diese kleinen Eier? Wachteleier, glaube ich, waren das. Ist jetzt geschmacklich auch nichts Besonderes. Ähm, hoppala. Kann man eigentlich darauf verzichten, aber es sind halt irgendwie, weiß ich nicht, High Class, ne? Wir waren halt von der Firma an Weihnachtsfeiern gerne mal irgendwie so, ja, ich nenne es jetzt mal Schickimicki Restaurants mit entsprechenden Menüs. Leute, gebt mir ein Schnitzel und ich bin glücklich. Ich war auch keine fünf Gänge, wovon wir vier nicht unbedingt schmecken. geschweige denn, geschweige denn, dass man wirklich davon satt wird. Ähm, aber da gab es, glaube ich, mal irgendwas mit Wachteleiern. Das war auch wild. Braucht halt eigentlich auch kein Mensch. Straußenwings sind auch größer als Chickenwings. Ja, das definitiv, ja. Du glaubst jetzt, was das Exotischste war? Du wurdest gefragt, äh, wie du gern die Onigiri hättest. Deine Antwort bitte, die süßen, nur mit Sennfüllung anstelle Konfitüre. Die hat geguckt. Die hat's auch geschmeckt. Moment, sie hat's gemacht, tatsächlich. Ohpala. Oh shit. Oh shit. Ja, das dann, das ist aber dann auch schon wieder irgendwie cool. Voll gut. Voll gut. Was ich ja bei Sushi unglaublich gerne mag, hoppala, ähm, sind die, äh, die Sushis mit, äh, mit, mit, mit diesem japanischen Rührei obendrauf. Äh, oder japanisches Omelette. Ich glaub, Omelette heißt's dann. Ähm, das ist einfach unglaublich lecker. Oh shit, das sind ja zwei von denen. Okay. so. Achso. Mhm. Mhm. Da ist nix, das heißt, wir müssen darüber. Alles klar. Ähm, Wachtel-Ei hat es ja auch mal, die sind winzig, das Gegenteil vom Straßenei. Ja, ja, absolut. Die sind halt wirklich nur so groß oder so, also, wirklich, wirklich, wirklich mini. Ähm, aber, brauchen tut's halt echt, also, ja, es gilt halt, es gilt halt als Delikatesse, ne, wie so viel ist. Okay, lass mal schauen, ob ich da rüberkomme. Kommen wir so hoch, wie ich sie bräuchte? Nein. Ah, dammit. Die kann man bei euch im Edeka kaufen. Ja, die, die findet man schon relativ häufig, ja. Gesehen habe ich die auch schon mal irgendwo im Supermarkt. So selten sind die gar nicht mehr. Oh, warte mal. Oh nein, wir sind wieder hier. Oh shit. Ich dachte, wir wären ein bisschen weiter. Fuck. Ich zögere nur den Tod hinaus. Was, langsam kriegst du wieder Hunger, wo, dabei wolltest du eine Diät machen. Aber E.O.L. Diäten bringen nichts, außer den, außer dem wunderbaren Domino-Effekt. zum Abnehmen. Entweder Ernährung umstellen oder Sport machen. besten Fall ist tatsächlich beides. Und ich weiß, das will niemand hören, aber das ist leider die einzige Sache, wie man es wirklich machen kann. Wie man auch dauerhaft abnimmt. Du hast die Wachteln ja geschenkt bekommen als Tausch gegen Unterwolle von deinem Hund, damit sie Wachteln im Winter warm und kuschelig haben. Okay, okay, das, 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 das finde ich aber cool. Das finde ich cool. Ich meine den Jojo-Effekt, ich meine den Jojo-Effekt, genau. Den kann man halt tatsächlich nur umgehen, indem man, äh, nur umgehen, indem man grundlegend was ändert. Und das ist halt leider keine Diät. Ne, Diät ist immer eine temporäre Sache, die halt einfach eigentlich nichts bringt. Also nichts Dauerhaftes. Außer du machst dir die Ad für immer. Dann ist das logischerweise auch dauerhaft. Der Effekt. Hm. Du isst nur noch die Hälfte von dem, was du kochst. du machst jetzt doppelte Portionen. Mal so ganz grob im Kopf überschlagen. Kommt doch exakt genau das gleiche dabei raus, oder? Oder bin ich jetzt doof? Hm. Was du glaubst, äh, du hast heute etwas mega widerliches gegessen? Brot, darauf Kräuterbutter, darauf Schweinenackensteak, darauf Backkäse, darauf Bacon, darauf Brot. Daniel, wo muss ich hin? Also, geilo. Voll gut. Ähm, ja. Ähm, ja. Diäten sind eigentlich nur für kurzzeitige Effekte. Ja, genau. Genau, richtig. Oh mein Gott, ich fahre nächste Woche in Urlaub und muss noch irgendwie schnell drei Kilo runterkriegen. Für die perfekte Strandfigur. Das ist so ein Klassiker. Da kann man möglicherweise mal eine kurze Diät machen. Ähm, die hält dann halt, aber auch nicht ewig. Die ist halt wirklich nur temporär für den Urlaub. Könnte man so sagen. So. Doch, sehr schön. Überall, wo diese Fenster sind, ist voll die Partymucke. Und ich lieb's. Wenn du drei Kilo abnehmen willst, rassierst du dich. Ja, gut. Ähm, hm. Also Haare haben ja schon ein gewisses Gewicht. So ist es ja nicht, ne? Also. Irgendwie die Frau mit den längsten Haaren, die es gab, die ja irgendwie, weiß ich nicht, drei Meter oder so fast lang waren. Also Kopfhaare. Die hat ja, was weiß ich, ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, die musste die tatsächlich abschneiden lassen. Oder hat sie selbst abgeschnitten, weil Haare lassen sich ja auch durchaus selbst schneiden. So ist es ja nicht. Ähm. Weil sie so massive Rückenprobleme deswegen bekommen hat. Aber im Normalfall. Gut. Eol ist halt frei nach dem Motto. Wie viel Bart willst du haben? Oder. Muss ja nicht mal Bart sein. Wie viel Körperbehaarung willst du haben? Ja. Okay, was mit euch beiden? Nichts. Cool. Ähm. Ich würde gerne die Etage hier hochkommen. Da ist bestimmt auch noch irgendwas Tolles. Oh. Da ist noch was Tolles. Oh. 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 Rettung. Geschafft. Nice. Ei, 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 ei. Eine Darmspiegelung hilft auch. Ja gut, das glaube ich auch. Es ist, äh, es gibt auch bestimmt die Leute, die sich vor und nach dem Kacken wiegen. Oh. Oh. Ich wollte es auch spannend machen. Ich will es immer spannend machen. Das war nicht spannend. Das war einfach nur dämlich. So. Okay. Sehr gut. Kann ich nicht einfach hier... Oh. Einfach vor allem. So. Oh. Ja, ja. Ich kann auch einfach hier so entlang. Warte. Ja, da ist tatsächlich was hinter ihm, hä? Oh, cool. Sehr schön. Hat sich also voll gelohnt, da hinzukommen. Ah, ja. So. Was sind wir da hoch? Wird sich gleich zeigen. So. Ne, das ist auch nochmal so ein Zwischending da. Okay. Du gehst baden. Du wirst uns hören. Bis gleich. Ja, gut. Dann schwimm nicht zu weit raus. Ne? Nicht, dass du irgendwie untergehst. Also dir die Kraft ausgeht. Du untergehst. Weil wir können dich von hier aus nicht retten. Ähm. Und wir hören dich leider auch nicht schreien. Also, aufpassen. Baden ist gefährlich. So. Okay. Checkpoint. Checkpoint. David Hasselhoff wird's hören. Und dann kommt da eine Zeitlupe an, die laufen. Braucht die nächsten drei Folgen, bis er bei dir ist. Und, äh. Und dann rettet er dich. Ich verstehe. Ja, wohl. Warte mal. Das war eher gerade die Mischung aus Son Goku, der eine Genki-Dama vorbereitet. Und David Hasselhoff. Das passt nicht so 100% zusammen. Einer ist definitiv cooler als der andere. Und wir alle wissen, wer es ist. Okay. Und zu Barsa. Ja, gut. Das, äh. Ja, könnte sein. Wenn er wieder seinen 30 Stunden, äh, Salto vorm Tor macht, ne? Gott, das fand ich damals schon immer so, so. Au! Dämlich. Drei Folgen aufs Tor zugelaufen und dann erscheint das, dann schießt es langsam am Horizont. Ja, es ist, oh. Es ist so doof und so gut gleichzeitig, ne? Ich finde David Hasselhoff cooler als Son Goku. Ja, glaube ich. Jetzt habe ich mir einen Schädel angehauen und mit Schädel-Hirntrauma weiß ich nicht mehr, was ich tun muss. Ach, Mann. Also bitte, David Hasselhoff ist Kitt gefahren. Hey, und er hat Deutschland wieder vereint. Also bitte. Keiner kann nicht bremsen, keiner macht ihm was vor. Immer der richtige Schuss, immer ins richtige Tor. Hatten die nicht auch diverse Eigentore? Im Laufe ihrer Serie. Und waren dann immer sehr, sehr traurig. Oh shit, warte mal. Da war vorhin schon mal irgendwann so ein komisches Tor. Und ich glaube, da sind wir dran vorbeigelaufen. Also eins, dass er auf dem Weg lag. Oh shit, haben wir was übersehen? Habe ich was übersehen? Habe ich das echt voll und ganz ignoriert? Das ist nicht gut. Ich kann die dafür nutzen, dass die das aufspringen. Alles klar. Ah nee, nee. Wir sind nicht an dem Tor vorbei. Das war das Tor, das die Rutsche beinhaltet hat. Passt schon. Alles gut. Alles gut. Du glaubst nur eins von Rio? Ich habe keine Ahnung mehr. Das ist so lang her. Ich bin unzurechnungsfähig. Das bin ich immer. Das ist nichts Neues. Das ist absolut nichts Neues. Der hat halt in den 90ern ein superschnelles Auto mit 0,7 Liter Verbrauch. Aber keine Ahnung, ob das auf Meilen oder Kilometer bezogen haben. Kit war auf Meilen? Ja, definitiv. Amerikanische Sendung. Und du kennst doch die Amis. Die können doch nicht mit logischen Zahlensystemen. Ne? Meilen, Fuß, Zoll, Inch. What? Das Ritual ist mein Lieblingsstag im ganzen Jahr. Und dazu groovt er so ein bisschen durch die Gegend. Der Moment, wenn der Felsbrocken den Abhang hinunterrollt. Was? Es lässt mich fast fühlen, wie die bösen Geister aus dem Wald verjagt werden. Ja, no shit. Bei einem Felsbrocken? Hallo? Das ist jetzt nicht unbedingt die größte Überraschung, dass das gegen Plagegeister hilft. So. Elle und Fuß gab es bei euch auch. Ja, aber sie haben sich glücklicherweise nicht durchgesetzt. Und die 80er liegen nicht weit genug zurück. Gut, wir haben auch noch das Pfund, das ein halbes Kilo darstellt. Warum auch immer. Aber das nutzt halt heutzutage eigentlich auch so gut wie niemand mehr. Alter, ist das hier grell. Holy shit. Ich habe das Gefühl, wir sehen jetzt dann bald die krasseste Lightshow ever. Ihr seht echt wie echt Dicks aus. Aber da niemand unsere unüberwindlichen Hindernisse bewältigen kann, da niemand unsere unüberwindlichen Hindernisse bewältigen kann, gehe ich davon aus, dass ihr keine eindringlich seid. Aha. Unüberdringlich, sagt er. Das würde ich jetzt auch behaupten an seiner Stelle. Wahrscheinlich ist er der Chef der Sicherheit oder so. Und will einfach nur nicht zugeben, dass es verkackt hat. Was, du bist Pfund und Viertelpund echt? Nee, dann bist du nicht niemand. Dann bist du eher die Ausnahme heutzutage. Also ich kann halt tatsächlich niemanden mehr, der es irgendwie nutzt. Ich finde das eher spannend. Ich sage halt ein Kilo oder 250 Gramm oder was weiß ich, ne? Okay. Wir kommen da nicht ran an ihn. Gut, war fast klar, dass das nicht geht. Passt aber auch. Wer war der Mörder? Niemand war es. Ja. Normal, oder? Und im Zweifelsfall war es dann immer der Gärtner. Das ist die universelle Mörderwahrheit. Oh, wie... Shit. Da habe ich irgendwann mal so einen Film gesehen. Mir fällt es gerade leider der Name nicht mehr ein. Spielt in einem Haus. Familien treffen. Ich glaube, der Familienälteste, also quasi der Opa, Vater, was auch immer, stirbt. Und dann wird ermittelt. Ist noch gar nicht so alt, der Film. Ich habe aber den Namen vergessen. Der ist großartig. Der ist absolut großartig. Deine Waage misst nur ein Zentner. Ich weiß auch nicht, was ein Zentner ist. Aber die schrägste aller Größen, ähm, Einheiten ist immer noch ein Fußballfeld. Die sind verschieden groß. Knives Out, genau. Den, den Film meinte ich, Schabo. Großartiger Film. Der ist wirklich so gut. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, ich bin mir sicher, den gibt es auf einem Streaming-Service eurer Wahl. Ähm, schaut ihn euch an. Der ist einfach nur großartig. Der ist richtig, richtig, richtig gut. Ähm, die einzig wahre Währung sind Kippen, Schnaps und Kalaschnikow. Damit kann, äh, kann man in jeder Apokalypse zahlen. Brot oder Weizen. Ist vielleicht auch noch ganz gut. Aber ja, das ist wahrscheinlich das für, was am meisten wert sein wird. Du rechnest auch in Millimeter? Ja, ja. Centi und Deci hast du vor 20 Jahren zuletzt genutzt. Ja. Gut, Zentimeter wahrscheinlich noch, aber. Ähm. Was mein Dad quatscht, auch noch in Doppelzentnern? Ich weiß halt nicht mal, was ein Zentner ist. Ach so, da, 50 Kilo. Ah, okay, ja gut. Im alten Griechenland hat man den Stadien gemessen. Ähm. Hm, okay. Die Griechen wieder. Komisches Volk, vor allem die Antiken. Ähm. Wer wäre ich lieber, der mit dem Brot oder der, der mit der Kalaschnikow auf dich zielt? Ich wäre am liebsten der, der mit dem Brot in der einen und der Kalaschnikow in der anderen rumsteht. Das ist eigentlich das, was man erreichen sollte, dann in so einer Apokalypse. Ähm. Kommen wir da hoch? Da kann ich mich ja nicht... Doch, da kann ich mich dranhängen. Das ging doch vorhin nicht, oder? Ja, aber keine Ahnung. So. Bonk. 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 Ne, 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 ne. Ah. Ne. Da. Okay. Shit. Oh Mann. wir hatten ganz kurz bodenkontakt deswegen hat sich das alles wieder aufgefüllt und dann dachte ich mir so ja nice dann ja kriegen das vielleicht doch noch hin aber war offensichtlich nicht so soll jetzt auf nummer sicher sagt geht doch eigentlich alles nicht so schwer man kann sich doch deutlich schwerer machen moment ich habe alles gegeben ja habe ich auch es hat nur nichts gebracht wir brauchen das herzchen das ist jetzt gerade relativ wichtig 105 mal 68 meter ist die standardgröße für fußballfelder ok und woher sollen das leute wie ich wissen die mit fußball absolut nichts am hut haben das frage ich mich halt immer dabei die die gehen immer davon aus bohr geil die deutschen die mögen alle fußball alle ok das hat erstaunlich gut funktioniert auch ne kommt schon endlich luft wirklich machte ich mal vom acker bei bord so dann im tennisfelder da das ist nicht besser sehe ich so aus als würde ich sport treiben und wüsste wie groß diese felder sind ich liebe fußball ich weiß es nur noch nicht ja ich wage das tatsächlich zu bezweifeln ist das hier kein aufzug hallo hallo lift boy bitte muss ich dagegen hauen kein aufzug offensichtlich das ist jetzt gar nicht mal so gut oder pools wassermassen werden ja nicht in littern sondern pool füllungen gemessen ja 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 das ist die masse seine doch die menge von fünf fuß von fünf allen bädern okay bei denen weiß ich wenigstens dass die 25 mal 10 meter lang sind im normalfall aber was ist wenn die das olympische hallen wahrnehmen das 50 meter länge hat was sind denn das wird das ist doch einfach keine die sollen sich einfach mal darüber gedanken machen wie wir menschen zahlen in relationen setzen und dann irgendwelche sinnvollen vergleiche nehmen die man halt auch nachvollziehen kann noch nicht irgendwas ich habe da irgendetwas tolles mal gesehen und dann ich nutze das jetzt als grösseneinheit gut eishockey felder das gibt es auch hallo gehen guten hunger guten hunger neben leibniz packung größe da gibt es auch verschiedene größen da sind ja auch nur die kekse standardisiert die packungen sind wieder unterschiedlich groß das ist doch alles beschiss also checkpoint oh hallo das ist eine murmelbahn oh ich weiß was hier geschehen wird oh schön das 0,05 milliliter sind ein tropfen ja aber großer tropfen kleiner tropfen marbles on stream in hell genau das genau das naja ihr seht die kugel oder die leuchtet auch schon so komisch und dann seht ihr dass das hier so runter geht runter runter und guckt mal wo das landet was wird hier wohl geschehen puh du bist kein wilder eingeborener das licht des herrn leuchtet heute hell auf mich ich habe mich hierher gerettet nur um festzustellen dass ich genau zu dem felsen geflohen bin den sie für profanes ritual benutzen es wäre eine schande wenn ihn jemand zu früh anstoßen würde und diesen albtraum für uns alle beendet okay gut so ich schaue mich aber hier nochmal ganz kurz um ob hier irgendwo noch was ist was ich jetzt übersehen habe irgendeine futterdose oder sowas in der richtung weil ich trau es mir durchaus zu da hinten steht noch einer das heißt wir müssen da auch runter laufen irgendwann sieht jetzt aber nicht so sieht jetzt nicht wirklich wild aus ja gut ähm ich würde aber jetzt an der stelle go 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 ja ich go mal ganz kurz in die pause richtig fieser cliffhanger ähm ne aber ihr könnt euch jetzt noch schnell popcorn holen für die action show die dann gleich starten wird und äh ne ich bin gleich wieder da ähm ihr könnt ja tetris in der zwischenzeit spielen oder euch noch ein bisschen aufheizen äh ja ne bis gleich eol das war zu früh erst wenn wenn das der pausenscreen sichtbar ist dann geht das so ausblenden auf pause schalten bis gleich ich hab euch gerade in der kamera gewunken so toll aber das ist Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay Gut Du hast es zweimal getriggert, was man erstmal nicht gezählt hat War das noch, bevor der Pausen-Screen sichtbar war? Ich dachte, das wäre danach gewesen Aber gut, so Okay, das ist unsere Zutat, Leute Und es hat Flatsch gemacht So, was ist das hier? Irgendein Blut, Blut, Blut einer Jungfrau, Blut einer Jungfrau, okay, 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 verstanden Sehr gut, ja, nice, dann haben wir eine der Zutaten hier Ich hab dich mit Chargo verwechselt, welche Ehre Ja, ihr habt halt tatsächlich leider die gleiche Farbe, das macht's manchmal nicht einfacher Oh, hier sind wir, und deswegen gibt's Hier die Hier diese Schmetterlingsdinger, alles klar Wie kommt man denn da hinten hin? Interessant Du bist grad mit dem Gebiet durch, das die Assets von dem Annalondo-Gebiet recycelt Das hatte zwei sehr ätzende Bosse Wo du dir so dachtest, wenn du hier ohne Companion wärst, hättest du wahrscheinlich Rage quittet Ja Ohne Companion ist das Spiel halt schon auch Ja Onsin und Smough in kleinerer Arena und viele AOIs Ich glaube sogar, dass ich die noch gemacht hab Also das kommt mir gerade sehr bekannt vor Ich bin aber nicht mehr sicher, das ist schon so lang her inzwischen Das ist tatsächlich schon ewig her So Sehr gut Dann haben wir Eine Sache entledigt, ne? Bist wieder da Dein Homer Cosplay ist auch fertig Hast du im Kochtopf gebadet? Also Es klingt so Und wenn ja, warum? Abgesehen von der Frage, wie groß dein Kochtopf ist Oh Das habe ich jetzt gar nicht gesehen, dass hier Nugget-Verpflegung war Voll gut So, genau da wollte ich noch nicht hin Ihr seid Deko Dann gehen wir jetzt nochmal zurück Darüber, weil das ist eigentlich das, wo wir hin wollten Ursprünglich Und dann waren wir halt plötzlich woanders Klassiker Man will eigentlich ganz woanders hin Und plötzlich steht man Vor irgendeinem anderen Gebiet Und es ist geschehen ganz, ganz merkwürdige Dinge Du bist beim Lurk weiterzocken Alles klar Viel Spaß dabei Lass dich nicht zu sehr verhauen Okay, wir kommen auch von hier aus Darüber Sehr gut Was sind das eigentlich für Viecher? Will ich das so genau wissen? Ich weiß es nicht Also die Formensprache in diesem Level ist schon sehr eindeutig Du brauchst es das? Ich habe nur gefragt, wie heißt du geduscht hast? Das war keinerlei Kritik So Und ja Und ja Und Nicht mehr hopp So Da ist ein Teleporter Den hätten wir uns vorher schon mal holen können Ihr solltet auf den Wegen bleiben Der Dschungel ist ein dunkler und gefährlicher Ort Und außerdem gibt es überall Stolperfallen Sagte Digobert Okay, wer ist hier? Dick Pick Okay Und deshalb sage ich euch Haltet euch von dem Pilzwesen fern Wer weiß, was wir als nächstes abbeißen werden Okay Will man das so genau wissen? Ich bin mir da nicht so sicher Wenn ich ehrlich bin Oh So Erstmal Lizards hauen Sehr schön Okay, da hinten ist auf jeden Fall was, wo wir rein können Dann kommst du mal aus dem Lurk raus Und verdammt, Benny Über die Mauer außenrum ist es einfach Am Arsch Ich habe gesagt einfach Von einfach habe ich nicht gesprochen Es ist angenehmer als Als Den anderen Weg So Sehr gut Geberadet Auf Maximum Du bist, äh, was? Auf Maximum bist du rein Poren tief rein Du glitzerst mittlerweile Was? Bist du einer dieser Twilight Vampire? Die glitzern doch auch Oh Neues Nugget Outfit Ist das? Das ist Hyper Hyper, oder? Ich bin nicht 100% sicher Das müsste Hyper Hyper Outfit sein Ja, nice Cool, cool Sehr schön Dann haben wir das auch endlich Sag mal, wie viele von den Viechern Kommt denn hier noch runter? So Okay Da drüben ist noch was Wir brauchen demnächst mal wieder einen Schrein, glaube ich Wir müssen mal wieder Dinge tun Einfach als was? Weil sich selbst eine Vasektomie durchführen Das ja 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 Schon Ja Doch Auf jeden Fall Was, du gehst für die Nulls auch mal duschen Watschago Aber es ist doch noch gar nicht Weihnachten Das sind noch 5 Monate und einen Tag Das ist Du Duscht einfach mal 5 Monate zu früh Leute, wir wissen jetzt wie groß Lissarder Eier sind Weil wir vorhin wieder Vorhin bei der Diskussion waren Wie groß den Straußeneier sind Und Wachteleier und so Sind auch nicht so wahnsinnig groß die Dinger So Was und die Twilight Vampire glitzern im Sonnenlicht Du weißt was, du musstest die Filme sehen Ich hab die nie gesehen Hi Glam Hallöchen Hi hi Wie geht's dir? So Oh Das ist eine Zutat, oder? Lass mal gucken Ich glaub das ist eine Zutat Sehr schön Du weißt, aber du willst es hinter dir haben Ja, okay, gut Dann kann ich es Ja, dann kann ich es nachvollziehen Schargo Dann, äh, ja Grüße von Raven an uns Ja, dann auch Gerne einen Gruß zurück Dann erweitere ich meine Frage Wie geht's euch? Und das ist eine Scheiß-Zecke Ich hasse Zecken so dermaßen Eine Gift-Zecke Und wir brauchen noch eine Krankheits-Zecke Und wir brauchen auch noch cremigen Cocktail- und Kraftpillen Und eine Chlamydien-Zecke Bitte was? Warum suchen wir Zecken? Niemand sucht Zecken Außer wenn man mit dem Hund draußen war Dann sucht man die schon mal In der Hoffnung, keine zu finden Euch geht's gut? Leider neigt sich der Urlaub gegen Ende Ja, das Problem kenne ich Ich habe auch nur noch Morgen Aber ich hatte auch nur eine Woche War ein kurzer Urlaub Oh Mann Doof, dass Urlaube enden müssen, ne? Habt ihr was unternommen im Urlaub? Ich bilde mir ein Du hast das schon mal irgendwann erzählt Dass ihr, äh, Urlaub habt Aber ich glaube Wir haben nie drüber gesprochen Ob ihr was gemacht habt Irgendwas Schönes Außer entspannen und so Und rumliegen Er war nur zu Hause und im Pool Ja, okay Das ist hervorragend Das ist absolut hervorragend Das ist eine wunderbare Art Seinen Urlaub zu verbringen So, Kleinvieh macht auch Mist Deswegen zerstören wir hier diese ganzen Eier Au Au Wir wurden von Eichelköpflingen gehauen I get Und ouch So Gut Das ist der Dingo-Bärt Den kennen wir schon Was ist denn das? Oh, das ist Ein Ein Zicklein Gut Und du bist mal ein Pendel-Lurk? Was ist denn ein Pendel-Lurk? Warst du gerade noch auf Arbeit, Eol? Oder wie, oder was? Oder fährst du jetzt in Arbeit? Und Zecken hast du mehr als Mückenwespen? Ja, ja, ja Auf jeden Fall So geht's mir auch Ach so Du bist bei mir und bei Hütchen Ah Ja, verstehe, verstehe Das Spiel rechnet mit Bugs Ja, das finde ich gut Das finde ich hervorragend So Okay Ja dann Alle zartbeseiterten Jetzt einmal kurz weggucken Du zitierst Nugget Vielleicht entdecken wir eine neue Art von Fehler Ja Wir haben tatsächlich schon ein, zwei Bugs gefunden Aber alle nicht tragisch Ja Armhorn-Schrein Freischalten für zehn Zicklein Das Heiligtum von Ronom Sie war ziemlich pervers Und nutzte ihre starken, leuchtenden Armhörner Vor allem für unangebrachte Handlungen In der Hölle wird sie vor allem von männlichen Dämonen gefürchtet Okay, Leute Stark sein Ich finde den Kontrast gerade großartig Mit unserer Klamotte Und unserer Brille Okay Wegschauen In drei Zwei Eins Jetzt Oh Es muss leider sein Es ist eine Spielmechanik Die wichtig ist Es tut mir leid Aber Das Ist tatsächlich eine Notwendigkeit Okay Cool Yep Jetzt haben wir Arme auf dem Kopf Hat auch nicht jeder Oh Oh Dafür sind diese Dinger da Oh mein Gott Ist das genial Ist das geil Das ist ja richtig Oh Oh Das gibt uns so viele tolle neue Möglichkeiten Oh Wie geil ist das denn Ich liebe alles daran Hat sich gelohnt Das hat sich jetzt nicht gelohnt Aber egal Wie barbarisch Und dazu Dass das Oh Emote Das passt irgendwie nicht ganz zusammen Amy Wenn ich ehrlich bin So Okay Du findest schon Achso Ja gut Okay Dann habe ich das jetzt gerade falsch interpretiert Ich sehe Wir verstehen uns Ich traue mich diese 10 niedlichen Ziegen zu töten Ja ja auf jeden Fall Gar kein Thema Gar kein Thema Also Das kriegen wir schon hin Ne Errungenschaft freigeschaltet Niemals den Armtag auslassen Okay Cool Andere machen Leg Day Wir machen Arm Day Uns fehlt aber tatsächlich noch ein Einhorn Typ Ich finde es sehr sehr interessant Wie der Wie diese Arme jetzt mitlaufen Äh Wartet mal Hier war irgendwo ein Loch in der Wand Ach ne Das haben wir schon aufgesprengt Ich bin doof Da waren die Kackewürste Äh Die Kackewürste drin Richtig So Dann schauen wir jetzt gleich mal Hier rein Bevor wir da reinschauen Dafür brauchen wir diese Hörner Wenn wir jetzt schon in so einer Art Platforming Dungeon waren Dann können wir jetzt auch gleich in den nächsten gehen Mhm Okay Okay Okay, sehr schön. Nee. Okay, ich musste zwischenlanden, glaube ich. Anders geht's nicht. Ich dachte, vielleicht schaffe ich's. Aber ich glaube, wir müssen da drüben landen. Oh. Wenn ich noch an der richtigen Stelle landen würde, wäre das natürlich auch hervorragend. Gut. Schön, schön. Oh, warte mal. So. Ja, okay. Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh, schaffen wir's da hinten? Nein, never. Oh, das ist fies, dass wir an diese Rohre dran müssen. Die sind nicht ganz so griffig, wie man das vielleicht meint. Zumindest nicht, wenn man sie gerade anvisiert. Der erste Teil lief so gut, ne? Aber ich sag's, wie es ist. Diese Dinger hier erinnern mich total an Blue Fire. Aber total. Ich hab grad das Ziel gesehen, das ist noch eine ganze Weile weg. Okay. Okay, jetzt aber. Nein, nein, nein. Nein, nein. Nee, nein. Nee, nee. Nein. Lass mich mal ganz kurz was nachgucken. Kriegen wir den vierten Schwung? Ähm, das war diese Feder hier. Oh ja, wir kriegen den vierten Schwung. Das kostet, weiß ich nicht, auf jeden Fall genug. Äh, halte LT und da geht in die Luft. Preschen, richtig schaden bei Gegner, dann kannst du ihn angreifen. Uh. Ja, okay. Ja, in den Arschrahmen finde ich gut. Und dann nehmen wir das hier. Da haben wir nochmal ein zusätzliches Herz. Da haben wir einen Nugget-Furz. Okay, cool. Vielleicht sollte ich vorher etwas Nützliches freischalten. Wie schön ist das denn? Ähm. Okay, und Nugget erholt sich schneller. Ja, cool. Ja, dann, das ist jetzt gar nicht mal so die doofe Idee. Dann haben wir jetzt nämlich vier Schwünge. Das ist einer mehr. Der wird uns sehr wahrscheinlich den Arsch retten. Ja, nicht wirklich. Dafür muss man auch wissen, wie man mit diesen vier Schwüngen umgeht. Shit. Okay. Moment. Wir kriegen das hin, auf jeden Fall. Da bin ich zuversichtlich. Aber es dauert vielleicht ein bisschen länger. Die nachfolgende Sendung verschiebt sich um unbestimmte Zeit. Oh, komm. Ich opfer lieber ein Herz an diesen Rohren. Aber dafür muss ich sie halt auch treffen. Das ist das grundlegende Problem bei diesen Dingern. Dass sie so scheiße zu treffen sind. So. Und hopp. Und hopp. Ja, sag ich doch. Ich mach's tatsächlich lieber so. Nein, bleib halt hier, du doofes Ding. Nein. Ah. So knapp. So. Super knapp. Oh mein Gott. Also die Dinger hier sind echt herausfordernd. Ne, das Plattformen im Spiel. Sonst. Ja, okay. Schön und gut. Aber die Dinger hier. Sind nochmal eine ganz eigene Liga. Oh mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Dass es da hinten ein Sprungpad ist, habe ich übersehen. Damit hatte ich jetzt irgendwie nicht gerechnet. Jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Das ist aber in Ordnung. Hier. Ich würde an dieser Stelle gerne noch kein Herz verloren haben. Blufire kam dir da auch in den Sinn? Ja, absolut. Das ist halt... Ich will nicht sagen 1 zu 1 Blufire, aber das Konzept ist ein sehr, sehr ähnliches. Und die Schwierigkeit hier ist nicht so viel anders als in Blufire. Also gerade der letzte Dungeon von Blufire, der ist halt auch höllisch schwer. Um mal ganz kurz hier so ein bisschen im hellpaischen Wort zu bleiben. Okay. Hat mich noch erwischt? Das gibt's doch nicht. Da hat ein... Da hat ein da. Da muss er auch mal wieder weiterspielen. Hat es dir ja Blufire wegen mir gekauft. Ja. Auf jeden Fall. Ich muss es auch nochmal weiterspielen. Hoppala. Also, wir waren zwar durch. Aber zum einen fehlt mir noch ein... Einer der Dungeons. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Dinger in... ...in Blufire hießen. Diese Herausforderungsdinger. Die leeren, ja, genau, genau. Die Voids. Ja, ja, ja. Richtig. Genau. Äh, und mir fehlt noch eine. Dann hab ich alle. Wobei, ich glaube, inzwischen wurden DLC released. Und da kamen noch ein paar dazu. Aber ich hab neulich mal wieder den Clip mit Cody gesehen, den wir einfach knallhart die Klippe runtergestürzt haben. Um an diesen Schlüssel zu kommen. Es ist brutal. Es ist einfach brutal. Cody tut mir immer noch leid. Und hi Karas. Hallöchen. Höö! 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 Ruhig, so Sammeln Das darüber sollte jetzt nicht mehr so schwer sein Man kann auch Pech haben Man kann auch ein bisschen Glück haben Gerade eben war ein bisschen Glück Eher vorhanden Das guck mal links Da war eine Plattform Nö, nö Das sind einfach nur Steine, die hier rumfliegen Das ist alles gut Das ist alles gut Ja, wir haben schon mal ein Tor verpasst Das heißt, wir haben einen Schwung weniger, als wir haben müssten Alles gut Wow Das Ding war heftig Das Ding hier ist richtig heftig So Zu deiner Frage Wie es geht, wie es springt Gehen tut es hervorragend Springen hast du gesehen Das war gerade Superschwer Also das war echt schwer Und das ist ein super Plattformer hier Aber Das war jetzt gerade ein bisschen Die Grenze der Präzision Die ich hier erreicht habe So Hi Wer bist du? Sprichst nicht mit mir Okay, kann ich verstehen Nugget ist ein toller Tänzer Oh, okay Gut Das hier sieht ein bisschen nach einem Club aus Ich finde es schön, dass er wieder mit seinem Lohem Ypsom-Tattoo hier rumsteht Oh Nugget hält endlich die Klappe Er murmelt nur noch Es ist soweit Wir haben Nugget zerstört Ups Das ist so angenehm, wenn da nichts drin steht Nugget tanzt den Schwabbel oder den Arschklatscher Ja, beides kann er ziemlich gut Karos, wie geht es dir? Das ist auch noch eine Frage, die existiert Das Schweigen des Nuggets Ja Oh, Club Luxoria Okay, nice Ich mag die Mucke in dem Spiel Ich muss mal irgendwann gucken, ob es vielleicht doch einen Soundtrack gibt Den man sich irgendwo kaufen kann Die ist nämlich echt gut So, bevor wir mit dir reden Gucken wir mal da hoch Okay, Moment Bevor wir mit dem reden Gucken wir mal da hoch Okay Moment Bevor wir mit dem reden Gucken wir mal da hoch Okay Moment Bevor wir mit dem reden Gucken wir mal da hoch so jetzt geht doch ja dahin die platte gerade tschuldigung für die technische störung also kann ich leider nichts dir geht es müde du hast dich heute entschlossen ein projekt von dir von rand auf unity umzuziehen weil einfach idee weil einfach ideen ausgeufert sind in deinem kopf und du die unbedingt haben möchtest das wird ein paar zu anstrengend dass das schreiben du hast dich kurz wie eine endlos schleife gefühlt charas schreibt deine eigene engine die alles kann was du brauchst ist bestimmt eine super geile übung hatte mit dem auge gezuckt ja erzeugt mit dem auge so ein bisschen erzeugt mit der ganzen linken seite naja seid ihr wegen der cremigen cocktails hier pech gehabt cremige cocktails werden im vip bereich serviert und wir bereich ist tabu es sei denn die party eskaliert richtig du musst die leute zusammenbringen okay mach mal glaube ich okay party people wir sind am start endlich mal eine sinnvolle sache von nugget und wir müssen jetzt hier die leute zusammenbringen oder was ich frage mich wie wir müssen mehr pieps mitbringen what oh god ja so gut bist du nicht in coding ja aber warum nicht das ist eine sache die man ändern kann karras das geht du ich schaue tatsächlich einige devlogs von spielen mit leuten die ihre eigene engine geschrieben haben das ist super interessant ich würde gern zu euch reinkommen der typ da unten ist mir gerade egal ich will da rein aber warte mal man kann da oben drüber so erstmal das optionale zeug machen bevor wir uns um die typen da kümmern doch mal an schön sehr schön ja glaubst du sofort bist ja aber nicht sicher wie zielführend das ist bei dem was du vor hast das kann ich jetzt nicht beantworten aber unity ist glaube ich eine ganz gute entscheidung das ist nicht verkehrt vor allem weil es da auch 40 milliarden tutorials und hilfeartikel und was weiß ich dazu gibt auch wenn unity gerade in letzter zeit vermehrt in der kritik stand weil die offensichtlich jetzt nicht unbedingt die geilsten geschäftsentscheidungen getroffen haben aber da stecke ich zu wenig drin alles dass ich das groß beurteilen könnte so okay ich glaube wir haben erstmal alles eingesammelt was wir so einsammeln können das heißt wir müssen jetzt tatsächlich leute auf die tanzfläche bringen hey du ach so wir müssen ihn tatsächlich so richtig selbst auf die tanzfläche bringen habt ihr das gesehen party power ich glaube eher dass wir gerade hier als so ein bisschen als manuelles tinder auftreten also ohne swipen wie schön die hier rumbobbeln es ist ein fest ups ich bin sowas von voll wie zur hölle bin ich hier hoch gekommen ja das kann ich dir auch nicht sagen aber du bist jetzt da unten okay der wip bereich ist offen ich hoffe euch fällt auf wie gut die hier zusammenpassen jeweils die da haben wir zusammengebracht die beiden haben wir zusammengebracht passt halt alles wie die faust aufs auge oh warte mal da sind noch ein paar dinge hier habe ich noch ein kätzchen ne glückskatze ähm du musst in erster linie nach plugins schauen ja gut da gibt es aber auch weiß ich nicht wie viele ne für unity also da gibt es ja eigentlich nichts was es nicht gibt muss man halt auch dazu sagen und hast du mal deinen eigenen plattformen mit unity entwickelt ich hatte tatsächlich auch schon mal überlegt mir einfach mal unity zu installieren und irgendwie was ganz was simples zu bauen ne so ein mini plattformen keine ahnung irgendwas irgendwas wo man rum hüpfen kann oder so ich glaube so ein plattformer ist so so kommt mir ab und zu so vor wie das lorem ipsum in unity jeder macht irgendwie als erstes irgendeine art von plattformen einfach deswegen weil ich glaube ich die engine das auch so von sich aus schon bereit stellt oder alles was man dafür braucht was ja nicht was ja nicht schlimm ist oder was was überhaupt nicht wild ist aber irgendwie witzig ich lasse ich auf keinen fall in die vip war aber wenn sie es tun dies ist der weg ok ja gucken wir doch mal ob wir uns da reinlassen das was bei euch das reden über programmieren ist klingt ein wenig danach wieder ein pen paper arbeitest die man geschrieben hat dass du größer und mehr will man beim nächsten besser machen und dadurch dauert es länger aber mit weniger gibt man sich nicht mehr zufrieden das ist so das ist absolut so ja du machst ein 2d turn-based rpg ok stimmt das hat das glaube ich schon mal irgendwann erzählt ich habe es nur wieder vergessen weil man kennt mich was sind das denn für die hier ja jetzt hören wir nur noch den bass jetzt sind wir diejenigen die hier eigentlich mit dem besenstiel an die decke klopfen müssten weil die nachbarn zu laut sind wir wurden entdeckt oder meine ich reden ich weiß nicht mehr was ich gesagt habe aber ich glaube es war auf den dass das das rpg tatsächlich gezogen gerade die mucke ist echt nice pen paper ist auch rpg ja das hilft nicht ja nein dass das 2d dingens wobei ein pen paper ist auch 2d weil papier ist halt mal 2d okay das hier ist optional da gehen wir erst hier rein aber beides ist cool aber schlussendlich ja nein es ist es immer genau so wie du es beschrieben hast daniel man will immer mehr und mehr und mehr und gerade je mehr erfahrung man in irgendwas hat desto schlimmer wird weil man auch weiß dass man es kann nur ob man dann auch die motivation dazu hat ist das andere der hat mich erwischt der hat mich erwischt und wir sind was war die aussagefrage bier ja die definitiv bier guck mal wo wir sind du musst hier bier trinken so warum warte ich eigentlich auf die plattform das ist vollkommen unnötig jetzt aber jetzt gehen wir auch mit von live hier rein glaube ich das ist besser das ist deutlich besser wasser trinkst du schon kaum alk ja ich auch deswegen vertrage ich so unglaublich wenig also eigentlich nichts mir reicht halt ein bier damit ich es merke da stehen zwei von diesen typen rum die auf uns schießen wir hatten das hier gestern schon mit dem einen typen vor dem wir ja direkt standen warte so eigentlich zielte er voll genau auf uns aber sie treffen einfach nicht sie sind die perfekten stormtrooper und selbst mit hunde also mit doppelter chance weil zu zweit sie treffen nix ich liebe es ich liebe es dass die nichts treffen so das ist wunderbar dann einmal kurz im im klo baden das macht man so dass das gehört sich so das sind ja noch mehr von denen ok da oben ist auch noch was moment so waschbecken an machen ich finde es ein bisschen schade dass sie nicht überlaufen aber die haben so ein überlauf loch da drin warte mal leute raytracing endlich fällt es mal auf dass wir tatsächlich raytracing anhaben richtig echtes raytracing nice so wow ja das ist es ändert schon auch grundlegend einige sachen aber bei so einem spiegel ist es halt schon auch schon auch irgendwie offensichtlich ist mir jetzt gerade so eingefallen aufgefallen das ist aber schon geil da sieht man es halt richtig gut hey es mega ich liebe es auch wenn die kette von nugget da im spiegel gerade so ein bisschen falsch hängt aber hey du verträgst du manchmal warst du den meisten tagen gar nicht an den meisten tagen reicht dir ein bier um betrunken zu sein und es zu merken einmal warst du auf einem konzert du glaubst du im laufe des abends vier bis acht getrunken nichts gemerkt aber halt wirklich null wahrscheinlich hast du den zustand des des merkens direkt übersprungen ja möglich das kann auch sein das kann durchaus sein ach das ist nicht lämpchen und dingens genau wegen sowas hier habe ich raytracing angemacht ich liebe es aber deswegen spielen wir das spiel halt auch mit dls s sprich mit a i upscaling weil sonst würde es meinen rechner echt nicht packen und wir würden hier keine ahnung mit 20 frames oder so spielen wenn überhaupt man sollte meinen licht ins spielen wäre relativ einfach darzustellen aber wenn es dann physikalisch korrekt sein soll ist es halt leider unglaublich schnell unglaublich komplex vor allem unendlich komplex das ist das problem deep learning super sampling schon was nettes ja ja also ich habe ein paar fragmente ab und zu mal ab und zu fällt mir schon auf wo der algorithmus das nicht 100 prozent hier hinbekommen hat oder ab und zu ist auch mal so ein komisches flackern irgendwie hier so am bildrand und so zu sehen ich glaube das kommt dann irgendwie daher aber so im großen und ganzen mega gut also saugeil ich liebe diese technologie so was haben wir mit dir hier ist also die party zauberer vom ersten dance floor dann fang mal besser an hier ein bisschen stimmung zu machen ich sehe hier absolut keine party power okay überlass das uns wir sind die party people naga zeigt dir seine moves ich bringe die leute zusammen und am ende wird es ein fest und zwar eins das du noch nie gesehen hast es verträgt sich kaum bis null mit v sync v sync habe ich an v sync habe ich immer an und ich weiß das kostet performance aber ich will auf gar keinen fall diese dämlichen zackten bilder haben ich habe den fachbegriff dafür vergessen das geht halt gar nicht das hat der andere auch schon gesagt ja okay dass er sagt das gleiche nur anders frame jobs eigentlich nur also hier nicht also ab und zu gehen halt die frames ganz allgemein kurz mal ein bisschen runter aber das sind jetzt nicht die frame jobs die ich jetzt irgendwie dings bezeichnen würde das ist eher ganz ganz normale drop der ab und zu halt mal passiert also hier funktioniert es offensichtlich der sagt das gleiche nur anders ja weil wir ihn nicht ansprechen mussten und deswegen ist es anders doch logisch okay da will ich hoch und da will ich wahrscheinlich auch hoch und ich glaube darüber ist erst mal leichter gibt es hier eine höhere plattform ich bin mir kopf hallöchen was meint er diesen thomas you're my heart you're my soul es geht in die richtung vom sound her ist schon so ein bisschen modern talking die artefakte und die die ich habe werden sehr oft von der kombi aus faus und modell ist es verursacht ach so ja okay okay ja gut aber die sind ganz ganz selten also von dem her mir ist jetzt kaum was aufgefallen also wirklich nur 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 ein bisschen halt ne überhaupt nicht schlimm oder so dass es irgendwie das erlebnis schmälern würde aber da muss ich dann tatsächlich sagen mir ist ein 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 nicht zerrissenes bild wichtiger als das ob wir mal irgendwo kurz ein artefakt sehen weil zerrissene bilder sind einfach das ist keine ahnung habe ich überhaupt keinen bock drauf finde ich furchtbar wenn das irgendwo ist in dem stream oder sonst was geht halt gar nicht meiner meinung nach so jetzt sind wir hier ich glaube ich will erstmal darüber aber ich weiß nicht ob wir es darüber schaffen ok leute jolo wir haben vier schwünge das schaffen wir ohne problem nice okay tearing ist schon merkwürdig ja ja also ich finde es halt immer sehr sehr schade ne manche spiele oder so haben halt kein kein v-sync und lustigerweise v-sync ist halt irgendwie immer noch das maß der dinge für das ganze obwohl das eigentlich die schlechteste sync technologie ist die wir haben es gibt freezing es gibt g-sync wobei das ja eigentlich auch nur darauf basiert gibt glaube ich noch ein paar aber solange halt capture cards auch noch nicht sauber können ist das halt ein bisschen schwierig weil dann hast du spätestens wenn du mit einem zwei pc setup arbeitest echt ein problem und deswegen finde ich zerrissene bilder immer furchtbar schade wenn man die irgendwo sieht in let's plays oder in streams und was weiß ich ich verstehe es durchaus aber das macht es halt nicht besser die musik ist doch cherry cherry lady ja nee das klingt schon noch ein bisschen anders glaubt mir habt ihr noch was schönes hier rumstehen nein dann kommst du mal mit mir mit so bitteschön und da hinten fahrzeug ist halt die technologie von nvidia und wenn du es einbauen willst musst du halt die lizenzen von nvidia holen das wusste ich zum beispiel noch gar nicht dass das nvidia technologie ist das war mir jetzt neu errungenschaft freigeschaltet sexy time ok ja ne ihr viel spaß beim rudelbumsen ich gehe mal weiter bei also er sagt immer noch das gleiche baby jago das geile raffioli gemacht hast du basilikum reingemacht so wie es dir so wie ich dir beigebracht habe okay ich bin gespannt wir haben wahrscheinlich ich weiß nicht haben wir noch einen dance floor oder so vor uns es wirkt nicht so als hätten wir dann noch einen y ok auf einzelne von den dingen kann man halt eigentlich auch verzichten wir müssen nur so viel mitnehmen wie irgendwie möglich wir haben jetzt knapp 18 k das ist zu wenig das war nicht so schlau mit dss und raytracing ist es meistens dasselbe bei der godow engine die du für deine spiele nutzt ist halt ab der nächsten version die gesamte palette der amd technologie enthalten du kannst sie einbauen wie du lustig bist nur das testen ist dann blöde ja aber dass das ah ne stimmt das upscaling verfahren das neue von amd gibt es ja logischerweise nicht auf dings grafikkarten das ist ja tatsächlich auch ein grafikkarten ding ja ja ok ja shit das dann doof wobei freezing kannst du einbauen also meine monitore hier würden auch freezing unterstützen und die sind bei mir zumindest in der grafikkarte ja bella als g-sync erkannt oder g-sync kompatibel wie sich das genannt hat ähm 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 japsala so sorry für jeden der jetzt äh sorry an alle denen jetzt gerade hier schlecht wurde bei dieser wunderbaren Kamerafahrt bei dieser einfach alles aus du siehst eh keinen unterschied ja gut da das gibt's auch ja ähm wo du gerade fahrzeug liest äh das ist bei vielen äh vielen spielen serienmäßig aus und es gibt tearing wieso sollte man das überhaupt ausmachen wenn das spiel denn tearing hat du verstehst das dich hast das schon so oft gesehen und erlebt ähm ähm früher tatsächlich wegen der leistung weil äh dadurch dass v-sync ja software basiert ist und nicht hardware basiert wie zum beispiel g-sync oder freesync ähm hast du natürlich leistung die vom spiel abgezwackt wird so gesehen ne und das ist natürlich nicht unbedingt schön weil dein spiel dann weiß ich nicht fünf fps weniger hat ist jetzt heute nicht mehr so das wahnsinnige problem bei der hardware die wir haben glücklicherweise ähm ähm gilt aber prinzipiell immer noch und das ist zum beispiel auch der deal den ich hier ganz bewusst eingehe mit v-sync lieber habe ich weiß ich nicht zwei drei frames weniger aber die dann stabil und ohne tearing ähm so warum es aus ist gerade bei neueren spielen könnte ich mir durchaus vorstellen weil natürlich viele inzwischen oder viele viele gamer ähm ich mag eigentlich mit dem begriff nicht sonderlich aber das beschreibt gerade am besten was ich meine ähm inzwischen halt auch relativ moderne äh monitore haben mit freesync äh g-sync whatever und äh da brauchst du dann natürlich keine software lösung mehr hoppala ne da brauchst du dann keine software lösung mehr weil die grafikkarte kümmert sich drum dass äh dein monitor genau das anzeigt an frames was auch rauskommt ne und dann gibt es halt keine zerschnittenen frames mehr weil warum auch ne wenn der 13 millisekunden angezeigt wird dann wird er 13 millisekunden angezeigt wird der nächste 25 millisekunden angezeigt weil die frames runtergegangen sind dann werden es halt 25 millisekunden aber das entscheidet dann die hardware und nicht mehr die software ja und das könnte ich mir also so könnte ich mir zumindest erklären dass es in neueren spielen äh aus ist und in früheren halt tatsächlich wahrscheinlich wegen der leistung weil ich kenne auch immer noch die leute die heutzutage sagen mach sofort freesync äh v-sync aus weil dann hast du quasi 10 prozent weniger grafikleistung im spiel was halt bei den heutigen mühlen im normalfall nicht mehr das große problem ist äh freesync ist mit von imd ja 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 das wusste ich aber sie haben halt das offene standard veröffentlicht glücklicherweise ähm wie die meisten imd features kannst du kannst du die auch bei nvidia karten ähm was kannst du die auch bei nvidia karten kannst du die imd sachen ja kannst du ja genau richtig ne meine meine monitore sind halt freesync ähm und nicht nicht g-sync ähm aber sie sind trotzdem als g-sync kompatibel eingebunden wow was das denn hui 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 ähm da 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 wie fällt sich das dann wenn du das über obs einspeist obs ist ja nicht der monitor und hat somit dann nicht die hardware lösung des monitors oder nicht korrekt obs arbeitet aber in der frame rate die du eingestellt hast also beispielsweise 60 fps wenn du dann frame drops hast und das Ganze auf 57 zum Beispiel runtergeht, hast du Tearing. Und, äh, ja. Ne? Weil dann passt es halt trotzdem nicht mehr. Das ist zum Beispiel auch, wenn man Konsolenspiele spielt, relativ häufig das Problem. Das ist mir leider auch bei Bloodborne oft aufgefallen. Wenn du dich da so langsam rumdrehst und so, sieht man es ja ganz gerne. Und das zerreißt dir das Bild einfach brutal. Also, das ist, das Bild ist halt einfach kaputt in der Mitte zerteilt. Und, äh, ja. Moderne Konsolen können ja inzwischen, ich glaube, so PS5 als auch Xbox können, äh, VRR, also Variable Refresh Rate. Ähm, was wiederum dann aber ein HDMI Standard ist, was dann wiederum von der Capture Card unterstützt werden muss. Und davon gibt es noch nicht viele. Ich glaube, zwei. Und, ja. Und hallöchen Felix. Hi. Wo ist der, äh, EC-Skin? Äh, warte. Warte, können wir den, können wir uns hier umziehen? Ich glaube, wir können uns hier nicht umziehen. Ähm, ne, glaube ich, geht nicht. Aber wir haben ein paar davon. Also, kann ich dir zeigen. Kann ich dir zeigen. Ähm. Was? Du hast dank mir im Hintergrund heute die Rang-E-Angriffe geschafft. Fehlen nur noch D, C, B, A und S. Vielen lieben Dank. Für was, Daniel? Jetzt, jetzt bin ich verwirrt. Was habe ich getan, was dir geholfen hat? Hä, 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 hä. Ähm. Es macht FreeSync als Streamer doch dumm? Ja. Ja. Vsync. FDW. Die älteste und schlimmste Technologie, aber, ja. Nimm sie. Ähm. Es stand eine mäßige Auswahl, die Hardware von manchen Herstellern hustt, AMD, hustt, das sofort blockiert und die Spiele gar nicht erst starten oder nur mit starken Leistungseinbrüchen. Bei Vsync? Ja, okay. Könnte. Könnte. Das, das ist möglich, ja. Das ist möglich. Wie ist das Spiel so? Erster Eindruck? Erzähl ich gleich. Erzähl ich gleich. Nachdem ich die Zossis begrüßt habe. Hallo. Juhu. Willkommen in der Disco. Hi. Hallo, hallo. Na ihr? Viva Raft. Habt ihr es geschafft? Oh Gott. Nein. Es tut mir leid. Aber ich habe ja selbst sowas im Titel stehen. Hi. Hallöchen, Raymond. Und, äh. Hi, böse Alte. Perfekt. Komm drüber. Macht sofort den Shoutout. Nice. Hallöchen, Glotzi. Sowas erwartet man von dir, aber nicht von mir. Ja, hast du eine Ahnung, Chargo? Hast du eine Ahnung? Hi, Carsten. Hallöchen, Hallöchen. Ja, wie gesagt, willkommen in der Disco. Willkommen, willkommen. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Benni. Ich mache Dinge. Wir spielen hier Indie-Games und quatschen ziemlich viel, tatsächlich. Und ja, wir spielen aktuell Hellpye, das wohl obszönste Spiel, das wir seit Conker's Bad Fur Day gesehen haben. Ähm, und es ist einfach nur großartig. Ist übrigens von einem deutschen Entwicklerstudio, ich glaube aus Essen sind die, Sluggerfly nennen sich die. Und es ist einfach nur großartig, das komplette Spiel. Es ist brutal, es ist obszön. Hier laufen irgendwo Penisse rum und Vaginen. Was ist der, was ist der Plural? Ähm, wir mussten die schon zusammenbringen, dann haben wir ein Achievement bekommen. Hahaha. Vaginas, okay, sehr gut. Und äh, ja. Das hier ist quasi die, die Pop-Disco. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hallöchen Deliane, hi. Ähm, gleichzeitig ist das Spiel aber auch noch super brutal. Und äh, es fließt Blut in Massen. Also, es ist super. Es ist einfach nur super. Also, für mich persönlich, das Game of the Year wäre da nicht Elden Ring. So. Schön. Äh. Und das Floß ist gut gewachsen und du bist circa 10 Mal gestorben. Mario hat dich gerettet. Ja, ein paar Mal habe ich ja mitbekommen. Hahaha. Ein paar Mal habe ich ja mitbekommen. Sehr schön. Was für ein böse Alter ist gerade wach geworden. Ach so, ich dachte du wärst jetzt von den Sossis hier mit rüber geschwemmt worden. Ah, nice. Es ist speziell, aber hat was. Das Spiel hier, ja. Es ist so gut. Es ist einfach, es ist unglaublich gut. Für alle, die nicht unbedingt an dem interessiert sind, was ich gerade erzählt habe. An den Obszönitäten und so weiter. Es ist auch ein verdammt guter 3D-Plattformer. Also, richtig guter 3D-Plattformer. So. Und ich habe das Gefühl, wir müssen den Laserstrahlen ausweichen. Auf unserem Weg. In die Bar. Ja, das wird lustig. Ist die Musik ingame? Die Musik ist ingame, ja. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hüpfen habe, äh, hüpfen musste. Warte mal. Hüpfen ist angesagt. Die Sirene war auch ingame. Shit. Nein. Moment. Ah. Das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut, das geht nicht gut. Moment, 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 Moment. Ja. Ja. Okay. Gut. Schade. Ähm. So. Du glaubst, es war die Musik? Das weiß ich nicht. Ich glaube, äh, weiß ich nicht. Interessante Musik, mich interessiert, äh, mich, mich, ähm, mich erinnert die Musik total an, äh, an Matrix, an den ersten Teil, Club to Death, ähm, ganz speziell diesen Song. Das ist großartig. Wie die Entwicklung stattgefunden hat, würde ich interessieren. Ähm, es gibt Deathlogs auf Steam. Ich weiß aber nicht, wie weit die ins Detail gehen. Ich weiß, dass es, glaube ich, vier bis sechs Leute waren, ähm, die das Spiel entwickelt haben, über die letzten Jahre hinweg. Ich meine, vier, fünf Jahre war das tatsächlich jetzt in Entwicklung. Und die sind super happy, dass es so gut ankommt und der Release jetzt so erfolgreich war. Obwohl sie das Switch-Release verkackt haben und das jetzt, äh, einen Tag vor dem Release verschoben werden musste. Aber hey. Habe ich eigentlich mal Ben & Ed gespielt? Nee, ich glaube nein. Nee, ziemlich sicher sogar nein. Aber apropos Ben & Ed. Ben & Ed ist entweder von den Entwicklern hiervon oder von denen, die Xel gemacht haben. Ich bin nicht mehr 100% sicher. Ähm. Ich bin nicht mehr 100% sicher. Oder das war einer der Publisher, der eins von den beiden Spielen rausgebracht hat. Club to Death. Ja, hier tatsächlich jetzt gerade im wahrsten Sinne des Wortes, ne? Diese wunderbare Analogie ist mir jetzt gerade gar nicht aufgefallen. Okay, kommen wir da hoch? Nein. Never. Okay, schade. Schade. Den Ray fühlst du übertrieben. Der hat auch, also der hat gut was. Wenn ich das jetzt hier auf großen Lautsprechern hätte. Holy shit. Ich weiß, dass mein Sideboard vibrieren würde. Und zwar massiv. Au. Ey. Das Ding wurde gerade langsamer. Oh fuck. Warte mal. Wir kommen da rüber. Wir kommen da hin. Da sind wir safe. Da sind wir nicht. Schade. Tatsächlich ist Ben & Ed auch von Sluggerfly. Ja. Ja, sehr schön. Wusste ich's doch. Wusste ich's doch. Dass es irgendwie entweder mit Excel oder mit dem hier zu tun hatte. Ich war nicht mehr 100% sicher. Und Hallöchen Specki. Hi. Nach einer Woche programmieren sind die Entwickler erstmal aus dem Zimmer gekommen. Haben wir Wasser? Ja, wahrscheinlich. Musik ist schon mal top, aber Jump'n'Run ist nicht deine Skill-Liga. Meine auch nicht, Glotzi. Überhaupt nicht. Ich spiele Plattformer und gerade, also gerade Plattformer trotzdem viel zu gern, obwohl ich sie nicht kann. Aber 3D geht bei mir irgendwie meistens besser als 2D. Ich erinnere nur an Celeste. Es tut mir leid, böse Alter, aber ich musste das böse Wort in den Mund nehmen. Oh, da müssen wir hin. Okay. Nein. Oh, shit. Shit. Moment. Retten. Retten, retten. So. Gleich nochmal. Okay. Wo ist denn das Nächste, wo ich hin muss? Ich glaube, das ist hinter mir, oder? So. Da. Ach da. Okay, das war in Ordnung. Das musste ich jetzt kassieren. Okay. 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 Oh, Sicherheit. Zumindest fürs Erste. Zumindest fürs Erste. Hm, hm. Und zeige uns nochmal, wie man das hinbekommt. Ihr seid lernwillig. Ja. So, wie ich es gerade gemacht habe. Ab jetzt ist es relativ easy. Jetzt müssen wir nur noch darüber. Und einmal kurz nach da oben, um zu gucken, was da ist. So. Oh, und darüber. Aber da drüben ist der Checkpoint. Das heißt, den holen wir uns jetzt gerade mal das Erste. So. Bitteschön. Ihr dürft jetzt eure imaginären Hüte vor mir ziehen, von meiner Leistung. Wir müssen nur noch da hin und da hin und nach da hin. Ja, genau. Wir müssen da rüber. Und da hinten auf die hohe Plattform, weil da habe ich gerade Items entdeckt, die ich noch haben will. Aber das sollte machbar sein mit unseren vier Schwüngen. Sagt er und hat es verkackt. Und zwar massiv. Was ist mit der Musik los? Das könntest du als DJ zocken und die Zuschauer machen einfach einen Rave nebenbei. Ich finde es so gut gerade. Ich liebe es. Es ist so geil. So. Okay. Moment. Oh, shit. Oh, shit. Das hilft uns jetzt nichts. Moment. Das machen wir nochmal. Was? Ich habe meinen Hut auch nicht vor den Pferdemaster gezogen. Was? Welcher Pferdemaster? Meinst du Ludwig? Der hat mir den Hut gezogen. So. Gar kein Problem. Sehr schön. Ähm. Ja. First Try. Es ist immer der First Try. Es ist halt der First Try, der funktioniert hat. Ist in Ordnung. So. Sehr schön. Jetzt kriegen wir es hin. Das war übrigens gerade Hundefutter für Nugget. Unseren kleinen Engel an der Kette. Der lernt mit genug Hundefutter irgendwann neue Fähigkeiten. So. Na, bitte. Gar kein Problem. Ach, du meinst den Pferdemaster, der die Deeproot-Wurzeln runtergespeedrunnt ist? Äh. Ja, warte. Das ist mein Hut? Ich habe ihn gezogen. Er spricht nicht mit uns. Okay. Das kann ich nachvollziehen. Ich weiß nicht mal, was es ist. So. Du ziehst deinen Hut vor mir. Moment. Bedeutet das, du nimmst die Mütze ab? Das ist die höchste Ehre, die einem ein Chargo machen kann. Wenn er die Mütze abnimmt. Okay, Ausgang. Da will ich aber noch nicht hin. Das heißt, wir müssen eh mit ihm da rüben. Äh. Da. Da. Da hüben drüben reden. So. Warte. Ich habe noch Dinge zu erledigen. Oh. Nice. Keiner macht den Drogen, Leute. Ihr seht, was dabei rauskommt. Oh. Hi. Wer bist du? Was bist du? Ach, du heilige Mutter Maria und Jesus Christus. Was bin ich sehend? Das Spiel ist großartig, Lucky. Es ist absolut großartig. Lass mich raten. Du willst einen dieser cremigen Cocktails. Wie cremig soll er sein? Extrem cremig. Du scheinst ein echter Genießer zu sein. Das ist ein echter Genießer. Das ist ein echter Genießer. Was? What? Ein Xenomorph. Oh, ich liebe es. Ich liebe es. Okay, cool. Wir haben den Cocktail für Satans Geburtstagstorte. Nice. Sehr schön, der cremige Cocktail. Fehlt nur noch eine Kraftbilde? Und zwei verschiedene Zeckenarten. Nice. Und dann geht die Tür auf. Viele bunte Bilder willst du haben. Davon hast du hier eine ganze Menge. Also viele Bilder und sehr, sehr bunte Bilder. Oh, du hast das Regenbogenlevel nicht gesehen, ne? Das ist großartig. Falls du willst, Ausrufezeichen WOTS. Und ab morgen 18 Uhr ist das Wort dann online mit dem Regenbogenlevel. So. Okay. Okay. Eine Perle der Unterhaltung. Ja. Absolut. Absolut. Das darf die Dackelinie nicht erfahren. So spielt sie es vielleicht auch noch. Was, dass das Hellpye ein großartiges Spiel ist? Oh, jetzt geht es aber los. Das ist einfach nur großartig. Aber ich glaube, es würde gefallen. Doch, doch. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Was nach der Welt findest du den Inhalt fragwürdig? Bitte was? Das ganze Spiel ist fragwürdig. Langsam bist du dir sicher, dass die Entwickler im Fledermausland waren. Was ist das Fledermausland? Ist das irgendein Insider, den ich nicht kenne? Und Brokkoli sagt bei dir immer für so einen Zeitlupenseen. Was? Brokkoli? Wirklich? Okay. Interessant. Und Carsten, schlaf gut. Schlaf gut. Danke fürs Reinschauen. So. Was hast du zu sagen? Woo! Was für eine Party! Schade, dass ich rausgeschmissen wurde. Kein Plan, ey. Wie auch immer. Wenn du das auschecken wolltest, seid ihr hier falsch. Das hier ist der Ausgang. Wenn du brutal abfeiern willst, musst du den Eingang benutzen. Der Eingang ist halt irgendwo anders. Verdammt, ich bin voll wie in Eimer. Ja. So wirkst du. Ach, wir in Laufingen in Las Vegas. Oh, den Film habe ich einmal gesehen, glaube ich. Und dann danach vergessen. Und zwar ganz, ganz schnell. Ich fand den tatsächlich nicht so prickelnd. Ah, hier sind wir. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut. Oh. Das ist sehr gut. Ach, Brokkoli ist halt Bubatz. Ach. Okay. Ja. Okay. Gut. Da habe ich tatsächlich null Ahnung. Deswegen. Nope. Interessante Pilze. Interessanter Maulwurf. Der Film ist auch nicht besonders gut. Nur die ersten fünf Minuten. Ja, genau. So ist es, ja. Dass sie so Eichelhütten haben, fällt nur dir auf, oder? Nein. Oder Eichelhüte. Nee, nee, nee. Das fällt nicht nur dir auf. Das ist mir auch schon aufgefallen. Aber wir sind hier im Dschungel, der uns beschrieben wurde vom Chefkoch, der uns hierher geschickt hat. Also der Chef, also kurz zusammengefasst. Die Story ist, wir müssen für Satans Geburtstagskuchen die Zutaten sammeln. Genau. Und deswegen hat uns der Chefkoch der Hölle auf den Weg geschickt, uns, ja, die Dinger halt zu suchen. Und das hier ist offensichtlich erstens sein Lieblingsgebiet und ja, das ist, er hat so ein bisschen wie so ein Swinger-Club beschrieben. Sagen wir es mal so, das ist, glaube ich, jetzt die harmloseste Version, die ich irgendwie nennen kann. Okay, warte. Nugget redet jetzt von Pizza. Das finde ich etwas unfair. Oh nein, wir haben das Ding da übersehen. Ja, Moment. So. Au. Sehr schön, dass wir hier hin sind. Du warst mal ein paar Minuten in der Küche und hast wohl was sehr Unterhaltsames verpasst. Hast mich nur ordentlich lachen hören. Äh. Ja. Oh ja. Oh ja. Ani, da ich ja keine Worts habe auf Twitch, musste wohl oder übel übermorgen ins Wort auf YouTube gucken. Das tut mir leid, aber. Aber ich kann dir die Timestamp nennen. Das müsste ungefähr bei vier Stunden sein. Ja, nee, das, das, äh, wie wir die letzte Zutat erhalten haben, ist einfach nur großartig. Das ist einfach nur großartig. Okay, das hier ist nur ein, oh, oh, was ist denn da? Oh, wir müssen da hoch. Oh, wir müssen sowas von da hoch. Ja, okay. Wie kommen wir da hoch? Wie hoch sind wir denn von hier aus? Äh, stopp. Gar nicht mal so krass. Wenn der Chefkoch der Hölle, äh, der Hölle den Kuchen verkackt, dann kommt er in Teufelsküche. Was bin ich froh, dass wir hier in bester Flachwitze-Gesellschaft sind? Shit. Das reicht leider nicht an Höhe. Okay, wo haben wir einen höheren Ausgangspunkt? Über die Fliege, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Theoretisch, aber auch die müssen wir erstmal erreichen. Wir müssen auf jeden Fall höher als da kommen. Da oben ist nämlich garantiert eine Zecke. Obacht, Zecke in diesem Fall gut, weil Zutat. So. Also wir waren jetzt gerade hier, ne? Wir klettern einfach mal hier hoch. Oh. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung. Das mächtige Donner an des Gewitters erfrischt meinen Geist. Wie dem auch sein, mit Blitzen ist nicht zu spaßen. Äh, das, das dachte ich mir fast. Blitze gleich. Warum wurden wir jetzt hier schon geblitzt, Dings? Wir sind doch außerhalb des Gebietes. Nugget ist geschockt. Entschuldigung. Ich muss darüber lachen, dass Nugget geschockt ist. Okay. Oh, ich glaube, ich weiß, wie wir hinkommen. Oh, ich glaube, ich weiß, wie. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Äh, du bist hartstache müde, dein Biorhythmus scheint in Ordnung zu kommen. Wie lange möchte ich noch streamen? Oh, ja, wenn du so fragst. Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall bis zum Ende dieses Levels. Ähm, potenziell länger. Also das ist, das... Ich glaube, also ich habe das Gefühl, dass ich nicht vor Mitternacht aufhören werde. Also Nugget hat es verdient, geblitzt Dings zu werden. Oh. Es tut mir leid, Daniel. Das ist Wochenende. Das stream ich prinzipiell meistens ein bisschen länger. So. Okay. Wir haben die Zecke. Die Krankheitszecke. Okay, cool. Gut. Dann wäre das erledigt. Ähm. Oh. So. Bring uns mal wieder. Da rüber, bitte. Da musst du kämpfen. Oder über Handy einschlafen. Du, wenn du es nicht aushältst, geh schlafen, bitte. Es ist... Es muss sich hier niemand absichtlich in irgendeiner Art und Weise wachhalten oder so. Das reicht schon, wenn ich das mache. Ähm. Ähm. Nee. Ähm. Es ist ja nicht so, als würde man das Wort nicht irgendwie nachträglich auch nochmal gucken können. Okay. Das Display von meinem Handy ist gerade angegangen. Ich bin verwirrt. Warum? Ähm. Ja. Ja. Nee. Äh. Man kann es ja auch ohne Probleme nachträglich schauen. Das gibt es ja auf YouTube. Oh. Oh. Wenn Nugget geblitzt, dingsd ist, kann ich nichts machen. Oh. Das ist ja eine ganz, ganz fiese Sache. Das ist mir nicht aufgefallen, dass da unten das Symbol ist. Erst als es jetzt gerade zu spät war. Wirklich? Geh weg. So. Eine Zecke fehlt noch. Nee. Ja. Es ist... Äh. Ich weiß, wie das klingt. Es ist ganz, ganz wild. Hahaha. Okay. Aber ich kann doch dashen, oder? Ja. Das sollte gehen. Was, wenn du dich nicht wachhalten würdest, dann wärst du seit sieben Stunden im Bett. Ich wollte gerade sagen, ich bin gerade mal sieben Stunden wach. Aber nee, es sind inzwischen zehn. Ähm. Was es jetzt nicht so viel besser macht, aber hey. Oh nein. Oh, das ist fies. Ah, ich weiß wie. Ja, ja, ich weiß wie. So, wir haben ja auch noch das. Das stürzen wir ja auch nicht ab. Du glaubst, ich versuche den Rückweg? Ich glaube nein. Guck mal, die gehen nämlich gleichzeitig. Wir haben gerade nur diese eine Möglichkeit. So. Siehste? Gar kein Problem. Oh, warte mal. Dr. Dr. Cell. Und dann irgendwas Russisches? Strong pain. We got stronger pills. Und das ist drschmecker at aol.com. Hat jemand von euch vor, an diese Mail-Adresse zu schreiben und mal zu gucken, ob die existiert? Ich fände es super. Äh, okay. Okay. Wir sind hier. Offensichtlich. Ein Blitzableiterhorn? Ne, leider nein. Aber ich habe eins, mit dem ich coole Dinge tun kann, wie hier durch die Gegend sliden. Oh. Wir gehen in die Praxis von Dr. Cell. In die Klinik. Jetzt ist nur die Sache, würde ich rein theoretisch... Ich habe das Gefühl, dass ich hier drüben... Ja, genau. Zurücksleide. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich habe das Spiel gecrasht. Hahaha. Hahaha. Das mochte das Spiel gerade gar nicht, dass ich in dieser Richtung... Da entlangsauce. Ja, ups. Ja gut, dann, äh, zack. Spielen läuft. Dann seht ihr auch mal die, äh, die Warnungen am Anfang. Wieso kriege ich in letzter Zeit gefühlt jedes Spiel zum Absturz? Das ist ja furchtbar. Pfff. So. Das Logo habe ich übrigens auch noch nie gesehen, was da gerade war. Das von Sluggerfly, ja. Ähm. Das mag es nicht, wenn man falsch rumläuft. Ja, das habe ich gerade eben gemerkt. Ja, ups. Ähm. Großes Ups. Na ja. Na ja. Es, äh, gibt Tragischeres. Wir haben hier einen Checkpoint. So ist es ja nicht. Äh, so ist es ja nicht. So. Du dachtest, dein Stream wäre wieder abgekackt. Nee, nee, nee. Mit dem ist tatsächlich alles in bester Ordnung. Schade, dass ihr die Fehlermeldung nicht gesehen habt, weil die nicht in Engine war. Das war eine klassische Windows-Fehlermeldung. Spiele-Tester. Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich sowas machen könnte. So. So, alles nur, weil ich hier runterrutschen wollte. Also nicht mal unbedingt hier, sondern eigentlich da oben. Okay. Wie wir da hinkommen, wird sich noch zeigen. Was? Die halten ganz schön was aus hier. Was ist denn da los? Au. Das sind die ersten, die nicht sofort tot sind. Die sind irgendwie geschützt. Oh, die haben eine Rüstung. Das ist eine scheiß Mechanik. Rüstungen sind kacke. So. Dann so rum. Okay. Man merkt aber gerade sehr an diesem Level-Design hier, alleine an diesem kleinen Ausschnitt hier, äh, Abschnitt, dass es darauf ausgelegt ist, dass man nicht schwingt, weil Nugget einfach lahmgelegt ist. Okay. Das ist schön. Das verändert die Spielmechanik gerade so extrem, dass es eine echt tolle Abwechslung ist. Ah, da sind wir. Guckt mal. So. Dann laufen wir jetzt in der richtigen Richtung entlang und dann sollte das eigentlich alles wunderbar funktionieren. Theoretisch. Sehr theoretisch. Es gibt ein Steam-Startbefehl, um diese Logos und Codes zu überspringen, beziehungsweise sie würden gar nicht erst angezeigt werden. Äh. Ja, aber was ist, wenn ich die tatsächlich anzeigen will? Also normalerweise, also mich stört's nicht und normalerweise steigen wir erst ins Spiel ein, wenn die alle durchgelaufen sind. Die Dinger. Ähm. Und jetzt gerade ist auch nicht schlimm, weil es ist das Entwickler-Logo. Und es ist ja eines meiner Ziele hier auf diesem Kanal, ähm, kleineren Indien-Twicklern eine Plattform zu bieten. Ist also gar nicht mal so verkehrt, wenn deren Logo angezeigt wird. Hehehe. Ne? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Gar nicht so doof eigentlich. So. Ab in die Klinik. Ähm. Bestimmt bekomme ich, äh, was für die Gegend beim Dock. Das kann sein, ja. Das war, das, das, ja. Ja, das kann sein. Wäre gut für die, äh, Elden Ring Flashbang. Aber gibt's nicht, gibt's doch nicht schon eine, eine Low-Mo, äh, eine, eine Low-Mo, genau. Eine No-Logo-Mod und so? Behebt die nicht den Flashbang? Ich hatte es noch nie installiert, deswegen, keine Ahnung. Okay. Dr. Chell. Der Doktor, dem die Frauen vertrauen, wahrscheinlich. Trust him, he's a doctor. Ja, auf jeden Fall. Vertraut eurem Arzt. Okay, hi. Wer bist du? Willkommen in der Praxis von Dr. Chell. Wir bieten Entbindung von Kindern, Amputation, Abnormer, Gliedmaß und geistiges Heilen an. Wie kann ich Ihnen helfen? Äh, ich hätte gerne einen Termin. Es tut mir leid, der großartige Doktor führt gerade einen prekären chirurgischen Eingriff durch. Wenn Sie Ihre Pille haben wollen, müssen Sie, wie alle anderen, in der Schlange warten. Und stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Nummer bereithalten, wenn Sie aufgerufen werden. Okay, Klassiker. Natürlich mit Nummern. Ach Gott. Scheiß, warte ich lang. Niemand mag das. Du bereitest dein Handy gucken vor. Wie gesagt, Daniel, wenn du schlafen musst, dann schlaf. Halt dich bitte nicht wegen mir hier extra, extra lang wach. Oh nein. Blätter, die verschwinden. So. Ah ja. Oh. Okay. Schön. Sehr schön. Ähm. Wie komme ich denn da wieder hoch? Also da hoch. Obwohl, ist eigentlich gar nicht so doof, dass ich hier unten bin. Letztes Mal war die nicht auffindbar. Ja, okay. Überall Mathematik? Was? Zahlen alleine sind noch keine Mathematik, Chargo. Oh. 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 Ich wusste nicht, dass wir hier Fans haben. Da drüben ist ein Herzchen. Aber das Risiko, das Herz zu holen, ist größer als alles andere gerade. Okay. Checkpoint. Der hört auf zu schießen. 5.398. Oder? Habe ich das gerade richtig gesehen? Oh. Okay. Oh, okay. Ab ins Wartezimmer. 89? Okay. Okay, ich wollte gerade sagen, einer weniger vor uns. Kein Problem. Also, je weniger wir warten müssen, desto besser. Hi. Kann ich mal deine Nummer sehen? Was wollt ihr? Mein Ticket? Holt euch euer eigenes. Zieht euch noch eins von den Losern da hinten ab. Verpisst euch. Okay, Grobold. Guckt mal, er steht drauf. No, ho, 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 ho Ich schwöre, mein Gott. Was denn? Dr. Cell hat die besten Schmerzmittel nördlich der Hölle. Mhm. Eigentlich sind sie viel besser zum Feiern geeignet als zur täglichen Schmerzlinderung. Aha. Okay. So, was hatten wir? 5389. Warte mal. Sicher? Da steht 98, nicht 89. Und da steht vor allem 41.000 irgendwas. Oh. 50.468. Okay, das ist schon mal deutlich, deutlich weit. Äh, deutlich, deutlich weiter voran. Ich bin schon so lange hier. Ich glaube, meine Dickdarmperforation verschmilzt bereits mit meinen Innereien. Hoffentlich übernimmt meine Versicherung die zusätzlichen Kosten. Okay. 46.503... Oh. Okay, wir kommen näher. Hi. Wer bist du? Egal. Gib dein Ticket. 46.374. Nice. Das läuft ab. Ich glaube nicht, dass da irgendwas abläuft. Ich glaube, wir schlagen jetzt einfach so lange die Leute, bis wir hier die Ticketnummer haben, die da gerade drankommt. So. Was haben wir hier? Die 4.200. 856. Ich habe an diesem Ort zwei Kinder zur Welt gebracht. Und ich bin stolz darauf, dass sie praktisch hier aufgewachsen sind. Die hüpfen so lustig. Ich kann hier gerade schlecht rumhüpfen, deswegen. Dr. Shell ist wirklich einmalig. Der hat nichts gemacht. Ja. Cool. Bye, Loser. So. Wir sind dann wohl ganz ehrlich nach vorne gekommen in der Schlange. Und ich finde das gut. Danke, Daniel. Dankeschön. Oh, da unten ist jemand, der unsere Hilfe benötigt. Also ich weiß nicht, ob er unsere Hilfe benötigt, aber er schreit nach uns. Ohne es zu wissen vor allem. So. Hi. Oh. Oh, na. Oh, no. Ja, das Ticket liegt da unten. Das heißt, wir müssen uns noch weiter Tickets erschleichen. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Peniskorpione. So genau habe ich noch gar nicht drauf geschaut, was das sind. Äh, was die darstellen. Aber wundern würde es mich nicht. Nicht in diesem Gebiet. Oh, da drüben ist noch. Da. Oh. Oh. Oh, hier sind überall Tickets. Ja. 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 34.947. Ich bin nur für meine jährliche Untersuchung hier. Ein paar Tage länger und ich kann vielleicht meinen nächsten Check-Up direkt mitmachen lassen. Oh, nice. Mhm. Mhm. Das sind dann zwei zum Preis von einem, richtig? Ja, bestimmt. Auf jeden Fall. Ticket hier geblieben. 26.238. Uh. Okay. Wir steigen auf auf der Leiter. Und zwar so richtig. Oh, da ist auch noch jemand. Hallo. Was hast du für eine Ticket-Nummer? 23.101. Cool. Ich weiß noch nicht mal welche... Oh, 3876 steht davor. Ach du Scheiße. Okay. 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 Ich gucke mich noch mal um, ob wir möglicherweise nach oben müssen. Nee. Okay. So. Bonk, bonk. Es ist seltsam. Wenn ich aufhöre, mit dem Kopf zu wirbeln... Moment. Wird mir übel. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es andersherum sein sollte. Hatte ich jemand Erfahrung von euch? Mal so nebenbei. Kann ihm vielleicht jemand helfen? Wie auch immer. Zurück zum Rotieren. Ich bin hier geblieben. Nein, 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 nein. Stopp. 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 Oh, nein, oh, nein. 120.638. Boah. Shit. Schade. Ähm, das hat nicht funktioniert. So. Okay. Ich hätte erst damit gerechnet, dass er hier unser Ticket hat. Aber offensichtlich nein. Das waren nur die 21.000 irgendwas. Hallo. Nope. Okay. Das ist Schutzglas. Sehr viel, das Ticket von dem ersten Heini. Ich weiß es nicht, weil warum sollte jemand mit einer vierstelligen Ticketnummer noch hier, noch da draußen stehen? Das ergibt jetzt irgendwie so, so rein logisch betrachtet, nicht so wirklich viel Sinn, oder? Aber ich kann hier irgendwo irgendwas kaputt schießen. Ach so, das ist der, das wäre der Käfig da unten. Einfach kotzen und dann wird er schon wieder. Beim Kotzen, aber bitte nicht wirbeln. Ja, okay. Okay. Was, jetzt kommen wir nicht mit Logik? Was? Das war auf Rapid Killer bezogen. Hier bin ich doch gar nicht mit Logik gekommen. Zumindest heute noch nicht. Bisher logiklos. Okay, wo ist diese Nummer? Haben wir hier irgendwo jemanden übersehen? Ja, da hinten, aber er hat kein Feindchen über dem Kopf. Kommt im Chat nicht mit Logik. Also jetzt übertreibst du aber Charo. Ach, dieser, diesen ersten meinst du wahrscheinlich. Aber das kann, das kann sein. Zudem bin ich ja noch gar nicht hin. Oh, er spricht sogar mit uns. Oh, Moment. Ah, neuer Grunde. Haben Sie jetzt satt, auf einen Termin zu warten? Haben Sie das Gefühl, dass Sie besondere Kontrolluntersuchungen brauchen? Schauen Sie nicht weiter als hier. Für den Preis von 10.000 Einsamlese halten Sie sofort eine bevorzugte Behandlung. Nee? Tja, ihr Pech. Das ist die einzige Klinik in der Region. Die Wartezeiten übersteigen die Lebenserwartung einiger Patienten. Hi, du? Ähm, äh, wollen wir nochmal bezahlen? Eine weise Entscheidung. Das Tor hinter mir wird sie direkt an all diesen verarmten Aussteigern vorbeiführen. Ich trau dir nicht. So. Hi. Okay, Errungenschaft freigeschaltet. Die 1%. Die 1% von was? Oh mein Gott, das sieht wild aus. Aber ich glaube, wir müssen da hinter. Hallo? Warum? Warum sind sie blutig? Oh, guck mal, Brüste. Ähm, Entschuldigung. Ich war kurz abgelenkt. Äh. Warte mal. Ist das hier eine... Was ist das? Wisst ihr, woran mich das erinnert? Ich habe vergessen, wie das Spiel heißt. Aber an dieses Ding, wo man an Patienten rumschnippelt und das eigentlich so ein bisschen ist wie dieses Dr. Bibber. Nur schlimmer in digital. So. Das Spiel ist schon echt genial. Ja, ist es, Medo. Es ist so gut. Hi, Lele. Hallöchen. Du kommst zum Bubi-Content. Warte, soll ich nochmal? Hier, guck. Guck, Bubi-Content. Wird auch ganz genau beäugt hier. Nicht von uns. Da. Das ist ein Auge. Weil. Beäugen. Hehe. Surgeon Simulator. Ja, genau. Dankeschön. Das meinte ich. Gott. Ich und Spiele. Und ich und Namen. Ja. Es ist... Ich weiß, einige sind hier noch vom Surgeon Simulator traumatisiert. Ich verschreibe ihnen hier mit Donuts. Mann, bin ich gut da drin. Oh mein Gott, Nugget. Du bist so kacke, ne? So, was ist das hier? Das ist die... Oh. Wartet mal, das ist Dr. Cell. Oh shit. Wir sind bei Dr. Cell gelandet. Das war gar nicht der Plan. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Ich hab doch noch gar nicht meine Symptome ausgedacht. Ich weiß doch noch gar nicht, wie ich ihn belügen kann. Mit, mit, mit Dingen. Ähm. Das ist... Oh, oh, oh. Was, dein Teufelsküche Witz soll schlecht gewesen sein? Ja. Nein, der war besser als meiner gerade eben. Das war auch weniger ein Witz als einfach nur ein Witz. Ne? Verstehst du? Ja. So. Okay. Wir müssen da hoch. Da oben ist nämlich Hundefutter. Also Nuggetfutter. Gucken wir uns das mal ganz kurz an. 97 zu 32. Das ist ein verdammt niedriger Blutdruck. Wenn ich das gerade richtig sehe. Puls von... Oh, um die 90 ist noch in Ordnung. Hm. Ich würde sagen, der Patient ist bewusstlos oder narkotisiert. Ich hoffe letzteres. Für den Patienten. Oh. Warte mal. Können wir da... Können wir? Können wir? Können wir? Können wir? Hm. Hm. Okay. Gut. So. Haben wir hier sonst noch irgendwo? Ja, da drüben ist noch was. Bevor wir ihn bei der OP stören, ne? Das... Gucken wir erst mal, was wir so noch alles finden. Logischerweise. Oh Gott. Der hat... Das hat uns wirklich 10.000 Einsamleas gekostet. Aber hey, wir wissen, dass das die Einsamleas heißen. Oh, schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier fehlen ein paar Organe. Ich weiß nicht, wie ich da draufkomme, aber... Es wirkt ein bisschen so. Du sagst, er ist tot. Das würde auch erklären, warum er zugedeckt ist, ne? Aber guck mal, er hängt immer noch an Luft. Aber ich weiß halt auch nicht, wo die Luft hingeht, wenn ich ehrlich bin. Das sieht so ein bisschen aus wie der Ausgang der Luftröhre, aber... Hm. So. Wir sprechen gleich mal mit dir. Ähm. Ähm. Was, kreativer Name für ne Währung? Ach so, die Einsamleas. Ja, ja. Ja. Großartig. So. Y. Na toll. Jemand, der meine chirurgischen Assistenten ersetzt. Ich versuche, das Leben dieses Patienten zu retten, aber diese stinkenden Käfer unterbrechen ständig den Eingriff. Wenn dieser Befall nicht gestoppt wird, könnte dieser Patient einen Herzstillstand erleiden oder schlimmer noch, er könnte nicht mehr in der Lage sein, mich zu bezahlen. Nehmt euch Werkzeug und entfernt diese Maden, während ich hier ein chirurgisches Wunder vollbringe. Werkzeug. Maden. Chirurgische Wunder. Alle Maden vernichten. Oh mein Gott. Da. So. Wir sind Dr. Cell in Aktion. Ey, ganz ehrlich, der Patient wird doch nie wieder gesund. So. Da. Oh, da oben ist eine Leiste mit wie viele Wellen noch kommen, oder? Ja, scheiße. Das sind noch ein paar. Ah, nee, das hier sind die Maden. Okay. Das heißt, wir müssen nur noch eine finden. Oder besser gesagt, sie muss hier runterkommen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Die Krabbelviecher hier stören einen nicht, ne? Nur die Maden. Alles klar. Haben wir die gesehen? Bin ich da hinten. Da hinten, 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 da hinten. Warte, Moment, Dr. Celli. Ah, shit. Oh, was ist das? Oh. Ja, gut. Das ist hervorragend. Ah, shit, das geht ja so nicht. Okay. Operationszahl gereinigt. Okay. Warte, ich muss noch ganz kurz Zeug einsammeln. Warte, Dr. Celli. Ich finde nicht, dein Patient sieht lebendiger aus. Vor allem nicht mit den ganzen Flecken hier. Das sieht ein bisschen ungut aus, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Aber, hi. Hi. Ich wusste es. Ich wusste, dass ihr für die Notaufnahme geeignet seid. Nerven aus Stahl und eine ruhige Hand. Ihr zwei wärt großartige Praktikanten. Allerdings nehme ich derzeit eine Bewerbung in An. Also, äh, auf Wiedersehen hier. Aber zumindest eine kleine Entschädigung für euch. Ist das das, was wir vermutlich brauchen? Ja. Das ist eine Zutat. Das ist die Zutat. Bye. Schön. Oh, Kraftpille. Hm. Okay. Ja, verstanden. Ja, okay. Alles klar. Ah. Ei, 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 ei. Okay, schön. Oh nein, wir werden angerufen. Oh nein, wir werden angerufen. Das ist nie gut. Gut gemacht. Du hast genug Zutaten gesammelt, um eine neue Welt freizuschalten. Ja, warte, Chef. Ich bin hier noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig. Uns fehlt nämlich tatsächlich... Uns fehlt nämlich tatsächlich noch was. Uns fehlt noch eine scheiß Zecke. Das könnte aber möglicherweise sein... Oh, nee, nee, nee. Ich glaube, ich weiß, wo wir die finden. Ich glaube, ich weiß, wo wir die finden. Dafür brauchen wir aber diese... Diese Arme. Äh, Hörner, Entschuldigung. Und eigentlich brauche ich einen Teleporter dafür. Äh. Seht ihr das da hinten? Das ist nämlich noch ein Fragezeichen. Das heißt, wir teleportieren mal eben hier hin. Und dann schauen wir da Richtung Fragezeichen. Ähm. Ähm. Was? Anonymes Drohschreiben? Dass ihr die Nachtruhe einhalten sollt? Wow. Lelle war aber, solange das in dieser Form kommt, würde ich mir absolut null Gedanken machen. Also... Das mag jetzt doof klingen, aber solange das irgendwie so ist, wäre es mir halt egal. Weil was wollen die Leute groß tun? So. Okay. Letztes Gebiet hier hinten. Ich wette, wir finden hier eine Zecke. Ne, warte mal. Das ist kein neues Gebiet. Das ist der Start. Das ist der Anfang vom Gebiet. Ich bin doof. Wir sind voll in die falsche Richtung. Äh. Wir sind voll in die falsche Richtung. Ja. Shit. Komme ich hier auch andersrum? Nein. Das heißt, wir müssen nochmal zum Teleporter. Ähm. Anonym ist immer so feige. Anonym ist super feige. Also klar, ich würde es in Verwaltung zeigen. Und Dingens. Aber es ist, äh, so direkt jetzt irgendwas daraus schließen oder so, lässt sich ja eh nicht. Und wenn, dann soll sie sich halt über offizielle Wege melden. So ist halt kacke. Da müssen wir rüber. Oder? Ich glaube. Ne, da müssen wir nicht rüber. Hä? Ah. Da rüber. Da. Ne. Da hoch. Da ist es. Meine Güte. Hervorragend. Oh, wartet mal. Achtung, falls es jetzt irgendwie im Stream ruckeln sollte, dann liegt das an diesem Menü. Ich hoffe nicht. Wir können auch mal Klamotten wechseln, glaube ich. Und tot. Blümchen. Och, das ist ja süß. Okay, es ruckelt nicht. Das ist nice. Ne. Blümchen ist super. Das nehmen wir. Und für dich hier unten. Oh. Okay. Dschungelkrieger. Das ist halt einfach Rambo. Das ist halt einfach Rambo. Okay, das da. So. Ich finde es gut, dass Nugget im Blümchen rumläuft. Und wir im Anzug. Hey, kannst du mal aufhören? Durchs Bild. Alter. Fotobombt der uns einfach. Was, 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 was? Es kam auch ein Schreiben von der Verwaltung. Okay. Und sollte da nochmal was kommen, dann geben sie den Namen von, okay, von einer anderen Partei weiter, die sich beschwert. Interessant. Sehr interessant. Ja, aber gibt's denn Beweise? Das wäre mal eine ganz, ganz wichtige Frage, die ich mir stellen würde. Wenn die schon behaupten, ihr seid zu laut. Haben sie denn mal irgendwo ein Mikro hingestellt? Oder in irgendeiner Art und Weise irgendwas aufgezeichnet? Weil das macht es uns sonst ein bisschen schwierig in der Beweisführung. Vielleicht hören sie ja wirklich was. Das kann halt auch sein, ja. Das kann halt auch durchaus sein. Da hinten ist die Zecke, da hinten ist die Zecke, 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 Zecke. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so über eine Zecke gefreut. Es tut mir leid, es tut mir leid. Entschuldigung. So. Okay. Das ist dann das erste Gebiet, wo wir instant alle haben. Alle Zutaten. Schön. Sehr schön. Das heißt, wir haben im Dschungel tatsächlich alle sechs Zutaten. Das ist mega. Genau so soll es sein. Finden wir hier noch mehr? Oh, hallo. Ja. Ich glaube übrigens auch auf dem Heerweg, auf diesem Dingens hier, war auch noch irgendwas. Das heißt, wir müssen da noch mal kurz rüber. Dahin nämlich. Da, wo diese Tore enden. Ich glaube, das ist auch was. Und ich hoffe, ich kann hier loslassen, mittendrin. Aber ich vermute mal, das geht. Ja. 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 Es geht. Nicht unbedingt elegant, aber es geht. Okay. Sehr schön. GG. Dankeschön. Dankeschön. So. Hast du was zu sagen? Nein. Ist da was drin? Nein. Versteckst du irgendwas? Du versteckst da hinten ein paar Edelsteinchen. Naja. Das hätte ich die nicht gesehen, alter Mann. Aber ansonsten ist hier jetzt nix, wie es ausschaut. Oh, schade. Okay. Ich dachte, hier wäre vielleicht noch ein bisschen mehr, aber nope. Nope. Leider nein. Okay, cool. Aber. Dann können wir jetzt eigentlich kurz in die Hölle zurück. Und. Was haben wir denn noch? Ne, dann können wir jetzt eigentlich in die Hölle zurück. Und die Zutaten abgeben. Und uns die neue Welt anschauen. Weil ich habe irgendwie nicht damit gerechnet, dass hier nochmal. Also doch, ich wusste, dass noch eine Welt kommt. Oder irgendwas kommt. Ähm. Aber. Schauen wir mal. Was das ist. Ich weiß auch gar nicht, wie viele von den Zutaten wir tatsächlich finden müssen. Ob wir alle brauchen. Da ist ein Teleporter. Hi, Svart. Hallöchen. Ähm. Warum machen wir dann jetzt Arme statt Hörnern? Weil das unsere Fähigkeit ist. Das sind unsere Kraft Hörner. Das sind unsere tollen Leuchte Hörner. Das sind unsere Raketen Hörner. Das sind unsere Assassin's Creed. Ich gucke mich mal um, Hörner. Und das sind unsere. Wir rutschen an diesen langen, langen Fäden in der Gegend rum, Hörner. Die man jetzt. Da hinten ist einer ganz versteckt. Man sieht so ein bisschen, wie er da eine Kurve macht. Wir haben ganz, ganz viele Hörner. Und für diese Hörner müssen wir halt auch Opferungen begehen. Äh, Opferungen machen. Das verstört einige hier. Das ist auch definitiv der brutalste Content im ganzen Spiel. Aber, ja. Er ist leider notwendig. Er ist leider notwendig. So. Okay. Erstmal schön. Aufzugmelodie. Oh, Nugget hat einen neuen Skill. Das können wir uns auch mal kurz anschauen. Was haben wir denn hier? Wir haben 19. Das ist gar nicht mal so wenig. Dann nehmen wir... Wir haben 19. Ich bräuchte 20. Dann nehmen wir erstmal das zusätzliche Herz. Dann nehmen wir die Schwungregeneration. Und dann kommen wir uns hier um die letzten beiden. Der Nuggetwurz kommt als allerletztes. Definitiv. Definitiv. Gut. Was ist denn das? Supermarkt. Aber hatten wir den Supermarkt nicht? Die IT-Abteilung ist fertig. Da haben wir auch tatsächlich alles gefunden. Im Supermarkt ist noch was offen. Das ist interessant. Das ist sehr interessant. Ach so, richtig. Und ich glaube, wir wollten nochmal zu Greed gucken. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Du hast auch ein Horn. Hm. Kannst du das auch wechseln? Je nach Bedarf. Oder ist das eher fest verwachsen mit dir? Okay. Auf zum Chefkoch. Mal kurz gucken, was er zu sagen hat. Und in welches Gebiet er uns als nächstes schickt. Nur in der Größe verändern. Ey, immerhin. So. Das ist eine beachtliche Menge an Zutaten. Ich war kurz davor, die Kakerlaken zum Mitarbeiter des Monats zu machen. Du bringst mich tatsächlich dazu, das nochmal zu überdenken. Ich bin beeindruckt. Daran könnten allerdings auch die giftigen Dämpfe hier drin schuld sein. Wie auch immer, ich habe einen letzten Aufzug für dich freigeschaltet. Du wirst es nicht glauben. Dieser hier bringt dich tatsächlich zu den göttlichen Gärten, die zu den Toren des Himmels führen. Du fragst dich, was du an diesem Ort finden musst. Nun, es ist nichts Geringes als der Leben, aus dem alles Leben erschaffen wurde. Zeugnis für die blasphemische Großartigkeit des dunklen Fürsten, unseres unheiligen Herrschers Satan. Ich weiß nicht, was dich an diesem Ort erwarten wird und wie du deine abscheuliche Aufgabe erledigen kannst. Aber ohne diese eine letzte Zutat sind all unsere Bemühungen und Errungenschaften umsonst. Zu sagen, dass ich an dich glaube, wäre übertrieben. Du bist immer noch ein unbedeutender Handlanger. Aber zum jetzigen Zeitpunkt wäre ich nicht völlig überrascht, wenn du es schaffen würdest. Ich wünsche dir viel Glück. Okay. Möglicherweise habe ich da schon irgendwas im Trailer gesehen. Warte mal, kann ich eigentlich da reinhüpfen? Oh, hi, hey. Zeigst du... Nee? Er hat uns nur einmal seinen Hintern gezeigt. Da kommen wir halt auch nicht rein. Oh. Oh. Die Tür ist offen. So, so, so. Okay. Oh, das sind die ganzen Sachen, die wir gesammelt haben. Ach, das sind die Zutaten. Oh, schön. Oh, toll. Oh, ja. Was ist wirklich hier? Oh, ja. Der Bug. Mmh. Ja, lecker, 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 lecker. Oh, ja. Da fehlt uns noch eins. Da fehlt uns auch noch eins. Und hier, glaube ich, fehlt uns auch noch eins. Das ist aus dem Supermarkt. Ich weiß nicht, was das da ist. Aber es gibt hier schon noch Sachen, die wir entdecken können. Okay, bevor wir an die Himmelspforte klopfen, würde ich mal sagen, schauen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Erstens müssen wir sowieso hier lang, weil ich nochmal zu Greed wollte. nochmal ein bisschen Glücksspiel betreiben und so. Mit unseren lustigen Einsamleas. Du würdest gerne nochmal die RT-Abteilung sehen. Du wirst ja wissen, wo du nach deinem Ableben hinkommst. Die war toll. Die war toll. Die war richtig gut. Ich glaube nicht, dass wir da unten noch irgendwas haben, aber wir könnten rein theoretisch nochmal gucken. So ist es nicht. Mit dem hier kann ich halt nichts anfangen. Okay, Leute, wir müssen einfach hier dran ziehen. Zack. Drückt die Daumen bitte. So knapp. Scheiße. Naja. Schade, schade, schade. Okay, da kommen wir rein. Für nur sechs Winkelkatzen öffnet sich diese wundervolle Tür. Ja. Komm rein. Okay, um das mal einzuordnen. Wo sind wir auf der Map? Sieht man gar nicht. Aber, guckt mal, hier hinten ist nämlich was. Da ist noch ein Fragezeichen. Und hier ist halt auch noch ein Aufzug. Ach nee, der führt halt in den Supermarkt. Ja, nee, passt schon. Okay. Okay, 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 okay. Und, ja. Oh, okay. Ich habe stets streng nach der Bibel gelebt. Und doch hat mich Petrus nach hier unten geschickt. Das ist bürokratischer Unfug. Was ist hier? Okay, Leute, ihr habt mehr kulturelles Wissen als ich. Das ist bestimmt eine Referenz auf irgendwas. Aber auf was? Was ist das für ein Outfit? Also, ich bleibe mal bei Dingens. Du hast die Bar hier offen, aber du gibst mir nichts zu trinken. Kopfloser Reitachkostüm. Okay. Kann ich nicht kaputt machen. Gibt es noch mehr Kontext? Das sagt mir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel. Ich kenne den kopflosen Nick, aber das ist jetzt nicht das, was wir, glaube ich, da gerade haben. Der Blau-Mann-Geil mit Kürbis-Maske. Der Film. Ja, nicht sicher, Chargo. Also, es klingt plausibel, aber nicht sicher. Nicht sicher. Okay. Hi. Das klingt wie Modern Talking. Der fast kopflos in... Oh ja. Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist ein Vogel. Was? Why? Okay. Wie viele von den Dingern haben wir noch? Wir haben noch sechs Stück. Da bräuchten wir sieben für. Da brauchen wir fünf oder da brauchen wir fünf? So. Kurze Frage an euch. Da wir die letzte Tür da nicht öffnen können, links oder rechts? Die da für fünf oder die da für fünf? Links oder rechts? Das ist eine Krähe. Krähen sind doch Vögel. Er hat es aber lieber, wenn man ihn Sir Niklas nennt. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ja. Das ist auch richtig. Links, links, rechts. Mehr Meinungen. 2 zu 1. Da geht doch noch mehr. Okay. 2 zu 2. Wir haben diese wunderschöne Tür. Und wir haben diese wunderschöne Tür. Wunderwunderwunderwunderwunderschön. 3 zu 2 für rechts. Alles klar. Du lässt es mit links oder rechts. Das hat bei Tetris schon nicht funktioniert. Ja, aber Rotate bringt uns jetzt gerade nirgendwo hin, Charo. Siehst du das? Und Down haben wir gerade nicht zur Verfügung. Ich kann mich nicht ducken. Oh. Oh, guckt mal. Ah, neues Feature. Cool. Wir sind seit 15 Stunden im Game oder so. Ich habe gerade herausgefunden, dass es eine Ego-Perspektive gibt, um sich umzuschauen. Uh. Okay, aber immer noch 3 zu 2 für rechts. Nice. Im Grunde, was denn im Grunde eine Dullohen? Der Begriff Dullohen stammt aus der irischen Mythologie und bezeichnet eine Art böses Wesen, welches als kopfloser Reiter oder auch kopfloser Ritter in Erscheinung tritt. Es handelt sich meist um gefallene Soldaten und Helden, die als Geisterscheinung in Form eines kopflosen Reiters weiterleben. Und wenn du denen versehentlich die Tür öffnest, überschütten die dich mit Blut und sagen dir so, dass du den Tod geweiht bist. Der Sensenmann der Irländer. Oh, das ist cool. Das ist viel cooler als jeder andere Sensenmann. Außer Shinigamis. Die sind cool. Äh, Shinigami. Das S ist die Verdeutschung davon. Ähm, du warst dabei, als ihr drei Reihen geschafft habt. Ja, ja, absolut. Und der Vogel ist, äh, deines Erachtens auf den New Jersey Devil eine Anspielung. Oder was, Mothman? Eins von beiden soll eine riesige Eule mit leuchtenden Augen durch Reflexionen sein. Okay. Ja, gut. So, letzte Staus für Meinungen. Ähm, momentan stieß 3 zu 2 für diese Tür hier. Was für ein schönes Arbeitsumfeld. Macht Nugget hier drüben auch einen Kommentar? Nein? Okay. Dann 3 zu 2 für rechts. Dann machen wir das. Okay. Das ist unerwartet. Die Kunst macht das weg. Ich glaube, das könnte ein Konzeptarzt vom Spiel sein. Weil was sollte es sonst sein? 345 Jahre. Ein Raum. Kein Entkommen. Nur weil ich von Satan Salzstangen probiert habe. Ja, was machst du auch sowas, Blödmann? Es könnten tatsächlich Konzeptarzt sein. Das ist irgendwie... Das ist cool. Das fies ja ekel. Haben wir das schon gesehen? Oder wird das unser Kuchen? Das könnte unser Kuchen werden. Ich finde, dieses Büro braucht ein Bällebecken. Ja, auf jeden Fall. Genau hier. Wir bauen hier drin ein Bällebad. Im Museum. Na klar. Auf jeden Fall. Voll coole Galerie. Ja, voll gut. Richtig gut. Und das da... Das da... Das ist nicht aus diesem Spiel. Das sind keine Welten, die hier existieren. Nee. Definitiv nicht. Jedes Büro braucht ein Bällebad. Ja, absolut. Absolut, ja. Absolut, ja. Was? Sehr genital, das Bild. Ja, das... Ja. Ist das obere nicht der Generator aus Frostpunk? Das... Nee, ich glaube, das sieht ein bisschen anders aus. Aber so prinzipiell könnte möglicherweise. Das mittlere erinnert mich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen an Tunic. Aber... Keine Ahnung. Ich frage mich auch, wer sie hier oben ist. Warte mal. Ich habe doch gerade was gelernt. Wir können uns hier umschauen. So. Das da drüben sind die Welten hier. Oder müssten. Das untere müsste ja eigentlich das Restaurantding sein. Nee, aber das passt auch nicht ganz. Was ist das dann? Ich bin massiv verwirrt. Und vor allem, was bist du? Okay. Ich kann es nicht hauen. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Okay. Genau. Eine Winkelkatze haben wir noch. Das heißt, wir brauchen insgesamt noch zwölf. Also elf. Elf sollten wir noch finden, um hier die letzten Türen zu öffnen. Ich glaube, das kriegen wir auch hin. Ob wir das heute noch schaffen, wage ich jetzt mal ganz stark zu bezweifeln. Aber wir kriegen das hin. Verworfene Artworks. Ja, das könnte halt auch sein. Mega cool. Super gut. Oh, wartet. Moment. Moment. Ich muss noch mal. Komm. 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 Grün. 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 Arschloch. Leute, spiel nicht Lotto. So. Okay. Oh, ich dachte gerade, da drüben wäre eine Tür zu einer der sieben Todsünden offen. Aber nee, leider nein. So, wo könnten wir... Wir haben halt hier auch noch so viel... Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich erinnere mich an Dinge. Das kommt nicht oft vor. Also. Ne? Ähm. Werbung für andere Spiele von denen. Das könnte halt auch sein, ja. Das könnte auch sein. Aber ich glaube, so wahnsinnig viele. Haben die noch, oder? Ich bin jetzt gar nicht sicher, wie viele Spiele es Lagerfly schon hat. Oh, hallo. Ja, genau hier. Fucking Roombas. So. Okay. Ich dachte, Florian konnten wir mal irgendwann helfen. Aber... Offensichtlich nein. So. Guckt mal. Hier ist nämlich Stuff. Mit dem wir jetzt was anfangen können. Oh, schön. Hallo. Nein, nein. Den Weg finde ich doch nie wieder. So. So. Moment. Wo waren das? Da sind die Aufzüge. Wir sind hier lang. Dann. Wir müssen jetzt wieder einsam finden. Weil uns wurden halt 10.000 abgezogen. Bye, bye, Juni. Moment. Aber wir haben doch... Wir haben doch Juli. Also. Nee, nee, nee. So. Aufpassen. Da war's. Obwohl, warte mal. Wir können hier lang gehen. Dann müssen wir nicht so viel da außen. Oh. Moment. 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 Ein satanisches Ritual mit ein bisschen Dosenfutter. Nice. Das war doch von echt. Ja, ich glaube auch. Ja, ich... Ja. Irgendwie sowas in der Richtung. So. Tür. Tür. Tür, die aufgeht. Ah. Wir sind wieder bei den Aufzügen. Das ist interessant. Neulich. Interessiert mich nicht, Kleiner. So. Wo sind wir denn hier das letzte Mal lang? Also, ich weiß, dass wir in einer anderen Richtung hier außen an diesem Balkon rumgelaufen sind. Das war irgendwo von... Hier. Ja. Okay. Gut. Wo auch immer jetzt dieser Raum ist, in Relation zum anderen. Da. Wir brauchen aber das Ding ist noch. Wir brauchen auf jeden Fall noch hier das Dosenfutter. So. Na, bitte. Schön hier, ne? Also, könnte man schon mal den Urlaub hinbuchen. So gesehen. Wird sich schon lohnen. Kann man auf jeden Fall mal machen. Wie viel haben wir jetzt hier eigentlich? Wir haben jetzt zwei, eins. Okay. Und null von zwei. Heißt das, sind das eigentlich die Zutaten? Ich bin jetzt hier gar nicht sicher, ob das die Zutaten sind. Ähm. Das könnten tatsächlich die Zutaten sein. Fünf von sechs. Das sind die Zutaten. Ja, genau. Das heißt, uns fehlen hier unten allein noch zwei Zutaten. Abgesehen vom ganzen Rest. Krass. Das ist mehr, als ich erwartet hatte. Da haben wir alles. Da fehlen uns noch Katzen. Teleporter. Aufzug. Ja, das heißt, wir müssen uns hier nochmal ein bisschen genauer umschauen. Wie es ausschaut. Entweder das oder Katzen finden. Damit wir... Oh. Ich habe da was ganz Tolles gesehen. Ähm. Katzen finden wäre die andere Alternative. Dass wir bei Greed weiterkommen. Weil da scheint es ja auch das eine oder andere zu geben. Das wir brauchen können. So. Obst du da? Okay, wie komme ich da hoch? Wie kommen wir da hoch? Von hier aus, von diesem Level, müssen wir irgendwie nach oben kommen. Da ist oben. Das heißt, wir suchen von hier oben aus einen Ausgang. Da ist aber wahrscheinlich keiner. Was ist denn das? Ach so, einfach nur eine Spiegelung. Oh. Oh, dieser Raum. Ich erinnere mich. Den gab es auch mal, ja. Ich weiß gar nicht, was wir hier drin gefunden haben. Irgendwas war hier. Ich dachte, sie fällt nicht auf. Hier bitte. Für euch. So. Das ist übrigens tatsächlich sau schwierig, hier dann noch gerade auszulaufen. Da wohnt Greed. Glattini. Oh. Ja, stimmt. Glattini haben wir ja kennengelernt. In einem anderen Level. Ähm. Cool. Wir können schweben. Aber hier ist nichts drin, was uns irgendwie gut ist. Dafür mache ich das verdammt gut. Tja, Chargo. Alles nur virtuelles Training. Und hier ist irgendwas, wo man normalerweise drauf rumlaufen könnte. Ich vermute, hier ist das Model von Glattini. Wir haben nur vorher nie die Tür geöffnet. Und wir könnten mit ihm hier rein theoretisch irgendwie interagieren. Aber sie haben ihn ausgeblendet. Aber die Hitbox nicht deaktiviert. Die Collision. Schön. So. Virtuelles Training. Chargo, du kennst doch die Spiele, die ich spiele, oder? Ja. Viel Spaß. Bei Price kommen wir auch nicht rein. Oh. Ach, nee. Das ist... Okay. Dann haben wir hier die Runde einmal durch. Gibt es oben irgendwelche Türen? Weil wir können uns ja theoretisch hier überall hinschwingen. Wir sind nur außen nicht weit genug gekommen mit dem Schwingen. Okay. Dann nochmal hier lang. Ja, gut. Ja, siehst du, Chargo? Ach so, irgendjemand wollte noch die IT-Abteilung sehen. Wenn wir schon in der Nähe sind. Ähm, hier. Moment. Hier ist er immer noch nicht aufgeräumt. Und das, obwohl ich für Ordnung gesorgt habe. Was ist denn hier los? Diese inkompetenten Sys-Admins hier. Das ist ja furchtbar. So. Ach so, ja. Da haben wir den ersten... Ja. Ist das die IT? Das ist die IT. Tatsächlich ja. Das Internet ist ausgefallen. Das heißt, die sind alle... Die waren alle am Durchdrehen. Also komplett am Durchdrehen. Und das hier ist quasi der Serverraum. Also ein Teil davon. Das ist das zentrale Hub. Und das hier sind die wunderschönen WLAN-Kabel. Ne? Man erkennt sie. WLAN-Kabel. Siehste... Die Hölle hat so viel coole Technologie, die wir nicht haben. Also... Ey, ey, ey. Leute. Nicht auf Leitern. Ihr wisst, dass ihr runterfallt. Und dann tut ihr euch weh. Runter da. So. Ja, nee. Hier ist eigentlich schon ganz cool. Ist nice. Ja. Eigentlich schon ganz hübsch. Kann man sich schon mal angucken. Absolut. So. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, ist... Wie komme ich hier wieder raus? War hier ein Teleporter am Anfang? Sonst muss ich jetzt das komplette Level nochmal machen. Also nicht das komplette Level, aber zumindest den letzten Teil davon. Ähm... Oh, fucking hell. Warte. Irgendwo sollte doch hier eine Art Teleporter sein. Leider ist er hier auch nicht wirklich auf der Karte drauf. Das hier ist ein Checkpoint. Ja, okay. Pass auf. Nicht so wild. Wir müssen nur da rüber zur 3. Hm. 3, 3, 3. Oh, warte. Und zack. So. Nicht vom Exit da verwirren lassen. Das ist das Exit zum Start von dem Ganzen. Abgesehen davon, dass ich jetzt gerade ins gleiche Loch nochmal reinspringen wollte, aus dem wir gerade rauskamen. War das jetzt doof? Daneben. Daneben. Das hätte uns eh nichts gebracht. Da ist eine Scheibe. Mann. Wer baut denn immer diese komischen, durchsichtigen Dinger überall hin? Das ist ja furchtbar. Niemand braucht die. Scheiben. Also wer die erfunden hat, ne? In der IT-Abteilung war es sicher nicht. Weil Scheiben zeigen das draußen und das braucht keiner von uns. So. Okay. Ja. Okay. Checkpoint. Hier war irgendwo das Ende. Oh Gott, ja. Oh Gott, ich erinnere mich. So, wir können hier jetzt, glaube ich, eigentlich relativ flott durch. Ah. Flott, habe ich gesagt. Nicht ohne Damage. Das ist ein Unterschied. So. Na, na, na. Fun Fact. Wir wissen über Glas weniger als über Strings. Na gut, Strings sind Texte, ne? Quasi Zeichenketten. Ach, Mann, no. Wurde mir kalt, dass ich in die Lava hüpfe. Ja, 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 ja. Und ich hatte einen Krampf im Arm. Also. Ich konnte mich nicht mehr an Nugget festhalten. Ganz, ganz fieser Anfall von spontanem Muskelkrater. Ganz, ganz wild. So. Hier bin ich doch irgendwie rausgegangen. Ach, da. Ja, genau. Du meinst Stringteilchen? I know. Oh. So. Da sind wir wieder. Das war mir schon klar, dass du die meinst. So, jetzt fahren wir nochmal ganz kurz in den Supermarkt. Nein, machen wir nicht. Ne? Moment. Stopp. Nein, wir fahren nicht in den Supermarkt. Ich habe gesagt, Completion kommt im letzten Stream von diesem Spiel. So. Das heißt, wir fahren jetzt zur Himmelspforte. Ähm. Das wird anders wild wahrscheinlich. Vor allem, guckt euch mal an, wie viele Aufzüge hier noch kaputt sind. Jetzt stellt euch mal vor, die bringen DLCs für das Spiel raus. Wie viele DLCs das sein könnten? Oder wie viele verschiedene Level und Welten und... Ui, ju, 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 ho, ho, hallo, ne? Ähm. Wo ist denn das hier? Nur so rein Adresse halber. Wo sind wir hier? Ich glaube, hier waren wir noch nie. Oh. Ah. Was für ein schönes Arbeitsumfeld. Du hättest damit rechnen sollen. Ja. Ja, natürlich. Ich bin ein ITler. Also bitte. Hm. Gut. Himmlische Tore. Ach so. Wir müssen den Aufzug rufen. Macht Sinn. Wir können nicht einfach reinlaufen. Hm. Dann guck mal doch mal. Und weil ich es gerade gesehen habe, da kamen zwei Follows rein. Äh, dankeschön. Dankeschön. Hm. Schon vier Minuten her. Sorry. Ich war etwas langsam. Aber dankeschön dafür. Ach so. Und, äh, genau. Wir haben hier noch Nuggetfähigkeiten. Und zwar das. Sehr schön. Und wie viel brauchen wir hier noch? Äh, 18. Das heißt 16. Da zeigt das Spiel wieder Logik bei Aufzügen. Ich weiß nicht, was du hast. Das komplette Spiel ist absolut logisch. Also komplett logisch. Das ist der Himmel. Zu wenig Weintrauben. So. Viel Spaß noch in der Hölle. Ja, wir sind gerade im Himmel angekommen. Es tut mir leid, aber... Ähm, ja. Irgendwie sind wir falsch abgebogen. Aber schlaf gut. Träum ein bisschen von Weintrauben im Himmel oder so. Keine Ahnung. Ah. Nugget, du bist wieder da. Vater war krank vor Sorge. Oh, und du hast einen Freund mitgebracht. Ein Freund von Nugget ist ein Freund von uns. Glaube ich. Okay, cool. Nugget. Du bist wieder daheim. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, wird sich zeigen. Aber wenn du hier Insiderwissen hast und wir da doch besser vorankommen. Sehr gut. So. Erstmal den Teleporter aktivieren. So. Was können wir jetzt schon kaputt machen hier im Himmel? Oh. Da. Okay. Okay, himmlische Jump-Pads. So. Himmlische Schleime. Oh Gott, was? Himmlische Sniper. Ich wollte auch nur gucken gehen. Alter Verwalter. Was, die Frisur? Ich weiß nicht, was du hast, Chargo. Oh nein, wir laufen nicht entgegen von Spuren. Das haben wir vorhin schon gemacht. Oh, wir werden wieder in die Hölle zurückgespült. Ups. Ja, hoppala. Das war jetzt nicht so ganz das, was ich hier vorhatte. Aber naja. So. Hier. Naga, du hast keine Freunde. Guck dich an. Es tut mir leid, dir diese Wahrheit zu offenbaren. Aber du und Freunde. Nein. Nein. Stopp. Nein. Wer der Himmel ein echtes Jump'n'Run ist, wirst du trainieren müssen. Chargo, glaubst du wirklich, dass du in den Himmel kommst? Ich wäre mir da ja an deiner Stelle nicht so sicher. Wie läuft's? Hervorragend. Wir sind jetzt im Himmel. Und es ist völlig merkwürdig hier. Die haben Sniper-Engel. Ah, nee. Au. Oh, Gott. Oh, Gott. Wunderschön. Ich lass die Sniper mal gerade Sniper sein. Und wir kümmern uns. Ja. Komm. Wir kümmern uns darum, darüber zu kommen, wo ich rüberkommen will. Das ist nämlich hier. Perfekt. Ripp? Nö. Und wenn es der Weg nicht weit. Du bist höflich und zuvorkommend. Und du sagst niemals böse Sachen, für fuck's sake. Hm. Ja, ich weiß ja nicht, ob du das mit dem Fluchen so richtig verstanden hast. Also mit dem Nicht-Fluchen vor allem. Ich hab da gerade noch so... Ah. So ein bisschen meine Zweifel. Oh mein... Gott. 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 Und hi, Unicorn. Hi. Hallöchen. Und Dankeschön fürs Follow. Dankeschön. Ha. Hier. Da will ich hin. Da will ich hin. Oh. Ja, natürlich ist das Zeug hier gesichert wie Sau. Klar. Was auch sonst. So. Das Fluchen ist eine Sache, die existiert, aber die anderen Sachen stimmen. Ja, aber Fluchen allein bringt dich ja schon in die Hölle. Hast du damals im Religionsunterricht nicht aufgepasst, als du noch keine Wahl hattest und den nehmen musstest, weil du noch nicht in Ethik wechseln durftest? Oh. Ich liebe diese Architektur. Trotzdem verlaufe ich mich immer wieder. Ja, du bist hier. Schwierig. Hm. Oh, mäh. Oh, mäh. Mäh. Mö. Mö. Mä. 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 Wenn ihr in den Mähschrein seht, also in den Hornschrein, schreit ihr, ne? Weil, verstehe ich, hier schreien. Oh Gott, je spät, dass wird das so schlimmer wird. so okay da drüben ist noch was hübsches glaube ich warte mal da oben ist ein platz oder oben eine plattform schön das sind berufsschule auch freilich religion gewählt weil die evangelische religion super stellich ist praktische philosophie praktische philosophie war noch nie so meins also ich habe die erfahrung mit mit ethik gemacht du sitzt da drin hörst zu kriegst eine eins das war so meine erfahrung mit ethik auch egal ob berufsschule oder gymnasium oder was weiß ich völlig egal warte mal er wollte mit uns sprechen glaube ich sprich noch mal bitte was für eine freude sich wieder zu sehen ist das dein partner ich hatte immer das gefühl auf jeden fall seid ihr beide ein wunderschönes paar oh gott oh gott oh gott okay wenn ich hier oben wo gott schreie dann müsste gott das ja eigentlich hören oder also ich muss halt laut genug schreien ich vermute der wohnt irgendwo da hinten oder so dazu gefällig zufällig gesehen dass ich streame und du dachtest du schaust mal rein muss man deinen horizont erweitern drei box schon ziemlich nach zwei stunden hattest du dann auch erst mal genug auch ich habe drei am stück durchgespielt und das ist großartig ich will noch ein zwei trophies machen bis auf die speedrun trophy das ist also gar nicht meins und das war nix aber ansonsten ist super cooles spiel mochte ich sehr mag ich sehr so was versteckst du da drüben mein liebe also hübsch sind die nicht mehr ich habe was gehört etwas sehr schönes hervorragend ich kann es kaum erwarten dass du meinen vater kennenlernst du ich weiß nicht ob ich so den so wirklich kennenlernen will wenn ich ehrlich bin erst re spielt aktuell jeder du wünschst du würdest katzen genug mögen um das geld zu holen bevorzugs bell katzen gleich hunde ich auch chargo das ändert aber nichts daran dass trade tatsächlich ein hervorragendes spiel ist auch ganz abgesehen davon dass das das ist eine katze da die hauptrolle hat man kann das auch durchaus so spielen vergesst nicht beim scheinen zu schreien da das macht ihr doch auch immer so oder irgendwo ankommen und erst mal auf den dächern rumtouren nein ach man das war jetzt nicht so geplant okay noch mal hier rüber schwingen wunderbar du bist übelst wie alle anderen auf den hype aufgesprungen direkt beim release gekauft man kann durch die gegend zoomen und sachen umwerfen du liebst alles daran obwohl du auch definitiv mehr der hundemensch bist ja es ist tatsächlich ja es ist großartig ok treffer bis mal raus dass morgen für eine trabe ausfahrt ja dann viel spaß dabei viel spaß dabei nice oh nein oh nein glück gehabt glück gehabt habe ich jetzt schon schlafgut raymann gesagt ich habe viel spaß gewünscht und schlafgut so ja das ist warum bin ich hier oben wenn hier nix ist was ist denn das für ein beschiss ach so lassen weg wege sind toll warte mal aber erst müssen wir darüber hier super wie lange habe ich gebraucht für den ersten durchlauf du weißt gar nicht wie war du eigentlich bist du wirfst halt echt nur sachen um und ranz wie eine kasse auf speed durch die gegend ich habe so sieben acht stunden oder so gebraucht mehr war es tatsächlich nicht aber ich habe auch die eine oder andere sache übersehen das muss ich auch dazu sagen deswegen will ich noch ein paar achievements nachholen es waren halt auch story bits an denen ich vorbeigelaufen bin offensichtlich weil ich sie nicht gefunden habe also schau dich bloß ausgiebigst um und auch an stellen wo niemand nachschauen würde denk wie eine katze ist glaube ich der einzige tippe mit dem man in diesem spiel geben kann was haben wir denn hier hübsches da ist ein checkpoint hallo nächsten teleporter noch besser ja ja genau sieben bis acht stunden aber ich habe auch was übersehen was ich jetzt nicht so wahnsinnig schlimm finde mich aber ein bisschen doch aber schlussendlich ein bisschen geärgert hat in dem moment als ich es festgestellt habe ich weiß ja nicht mal wo wir hier sind auch gott oh gott hey moment meine kinder seid ihr gekommen um die messe zu besuchen leider ein bisschen spät fürchte ich aber wenn es die absolution ist die du suchst kannst du mich immer im weichstuhl treffen ich werde dich von deiner last befreien okay das war's mehr sagt er nicht jede menge lustige plattformen ich bin dafür dass du mir jetzt die tür auf machst mein lieber das war eine lange und schwierige reise hierher hallo hallo nein okay cool schade besuche ihn im beichtstuhl ja würde ich ja aber er lässt mich ja nicht rein und offensichtlich kann ich den fisch in der tür nicht wirklich effektiv verprügeln das heißt wir müssen hier runter das heißt wir müssen einbrechen in die kirche oder was auch immer das hier ist und wir haben glaube ich den größten teil vom level geskippt und das ist oh mein gott dass das hier sind sicherheitsmaßnahmen dagegen war ja alles andere bisher scheiß okay weißt du was ich nehme den weg den ich am besten kann scheiß auf plattformen niemand braucht plattformen so außer um sich darauf mal eben kurz auszuruhen und umzuschauen alter dahinten geht es ja noch mal weiter wie groß ist dieses level hier ich glaube dass hier ist jetzt gerade mit abstand das größte und ja wir haben die richtigen hörner nennen wir haben da hatten da haben da gleich noch mal die rutsche runter wie im freibad ui sehr schön der bader meister mich hat raus gehauen ich glaube ich habe mir das knie aufgeschürft wir haben es überhaupt als der man in den himmel geschafft du hast fragen ich auch aber der chef koch hat uns die tür geöffnet also den aufzug offensichtlich gibt es den aufzug von hölle zu himmel also zumindest zu den himmels toren wir sind ja noch nicht im himmel wie zur hölle rutsche ich ach so ja stimmt ja stimmt es tut mir leid ich habe die badehose nicht zwischen die arschbacken geklemmt aber ich habe rutschige schuhe das nennt sich slipper moment wir retten das kriegen wir nicht kriegen wir echt nicht scheiße was mit mir willst du mein schwimmbad wenn ich so die rutsche nehmen das doof ist die meisten rutschen inzwischen sind ja oben zu ne das sind ja alles tunnel geworden und die rutschen die auf die so offen sind wie die hier die sind halt auch lebensgefährlich wirpsala slipper nice one ja ich habe so meine momente scharro ich habe sie nicht oft aber ich habe sie okay so wir sind zum ersten mal hier ich bin gespannt was uns hier erwartet komisches plattform check okay wir sind gleich noch mal hier wo ist denn eigentlich ja moment mal sehr gut ja nein moment stopp stopp ist nur sage ich doch alles gut alles wunderbar hier und mit ihm brauchen nicht mehr sprechen der bietet uns nur den bachstuhl an viel zu knapp aber es hat funktioniert so wann fährt das ding zurück jetzt gleich okay cool cool nicht cool okay zwar mit schädel hier ein trauma aber hauptsache auf dem ding auch es war es gerade so ungefähr so wie wenn sich leute hinter dir anschleichen ja genau hinter dir anschleichen und du dich damit rechnest und auf einmal spürst du was am rücken genau so war das gerade moment hallo du hübsche plattform oh ich wollte sie gerade doof anmachen so von wegen hey wohnst du immer hier ähm hat wohl nicht funktioniert ich weiß auch nicht warum ich eine plattform anmachen wollte seht ihr das macht der himmel mit mir ich bin nicht für diese welt hier geschaffen das ist das das geht einfach nicht ich darf nicht in den himmel ich musste die hölle grillwürste bier und hoffentlich internet internet wo man alles auf netflix sieht ohne geoblocking schau die hübsche plattform ja das war die beste abfuhr oder die schlimmste abfuhr die ich in meinem leben erfahren habe wie konnte ich das verlieren ich weiß es nicht frag bitte die plattform warum sie nach links gewischt hat ich verstehe es ja selbst nicht ist es zerstört mein weltbild ja okay das gehe ich nicht anders hin ist in ordnung so jetzt aber bonk hallo oh die musik ist hübsch kaputt Murf Entschuldigung plattform ich muss mich gerade eben mal kurz von dir trennen nice okay pflanzen kommen wenn die standard mit dem ihmel leute kümmert euch um eure pflanzen denn sie werden im himmel landen Jetzt wisst ihr es. Okay. Du sprichst doch sicher mit uns, oder? Nein? Schade, 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 schade. Wer seid ihr? Das ist kein ausreichender Beweis für einen Gott. Glaub nicht an alles, was du siehst. Fake God, Fake Glaube. Das war wohl ein tragischer Unfall, bei dem... ...drei eineigige Zwillinge umgekommen sind. Holy shit. Da hat es aber ganz schön gerumst. Leute, ich kann nicht in den Himmel hier quietschen, Vögel. Das ist furchtbar. So. Das geht nicht. Ich hasse Vogelgequietsche am Morgen. Ich finde das in Ordnung, wenn ich wach bin. Aber wenn ich gerade am Aufwachen bin... Ne. Oh. Oh. Mee. Hippies. Was? Ach so, ja. Ein bisschen. Ach so, auf dich muss ich zulaufen, wenn ich... Okay. Au. Da, bitte. Oh, Doko! Hi. Hallo. Hast du dich verlaufen? Entschuldigung, ich wollte dich am Arsch rumpolen. Das war jetzt nicht meine Intention. Ich kann dich nicht streicheln. Oh. Doko! Oh mein Gott. Bin ich wirklich so klein? Hi. Na, hübscher? Jetzt kann ich wieder in den Himmel, weil da ist Doko. Das, äh... Ja. Jein. Dieser eine Doggo entschädigt nicht für... Weiß ich nicht, wie viele Doggos nicht da sind. Das muss ich halt auch dazu sagen. Oh, hallo. Hallo, meine Kinder. Hast du dich auch im Labyrinth verirrt? Ich glaube, ich glaube, wir werden beobachtet. Man kann den Hund nicht streicheln. Ja, das ist... Das wundert mich tatsächlich sehr. Das ist, äh... Das werde ich in meine Rezension schreiben. Von dem Spiel. Wenn ich da mal irgendwann eine mache. Oh, schade, ich glaube, das sah so brüchig aus. Dafür muss ich auch in den Hundehimmel. Ja, das ist... Das kommt noch erschwerend hinzu. Und? Nice. Spaceman Outfit. Okay. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Mit dem Stream ist alles in Ordnung, Lilith. Gott, wenn sowas im Chat steht, bin ich sofort misstrauisch. Oh. Du glaubst, mir folgt was im Labyrinth? Naja, der eine sah... Oh, da. Zustand ist doch gerade woanders. Ich glaube, wir werden wirklich beobachtet. Warte. Warte. Ja, ja. Es bewegt sich. Was bist du? Und warum? Und warum stehst du jetzt so da, als würdest du mich fangen wollen? Und warum kann ich mit dir nichts tun? Mir folgt wirklich was im Labyrinth. Wie cool ist das denn? Ich mag sowas. Es ist ein bisschen creepy, das gebe ich zu, aber... Das ist wie ein Weeping Angel. Das ist auf jeden Fall wie ein Weeping Angel. Ich bleib mal stehen. Und ich beobachte das mal. Und in dem Moment guckte er vom Screen weg. Hallöchen, Head. Hallöchen. Dankeschön für den Raid. Hi, hi. Wir werden gerade im Labyrinth im Himmel verfolgt. Ganz, ganz, ganz wilder Stuff hier. Wir haben sowas wie einen Weeping Angel aus Dr. Who gefunden, aber irgendwie auch nicht. Weil er kommt nicht so wirklich näher. Also doch, jetzt hat er Gas gegeben. Ich glaube, wir müssen eine Entfernung zurücklegen. So. Wie lief Schach? Wie lief Schach? Und Dankeschön fürs Follow. Danke, Dankeschön. Ich hatte gesehen, dass du live warst. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich dich nachher raide. Das hat sich dann wohl jetzt gerade anders ergeben. Gut. Ich weiß nicht, ob er uns wirklich verfolgt, aber es steht ab und zu mal anders da. So, wir brauchen kurz mal die Lichtdinger, die Lichthörner. Rief ganz gut. Nice. Sehr schön. Sehr schön. Wunderbar. Ja. Für die, die mich übrigens nicht kennen sollten. Das soll vorkommen, habe ich gehört. Ich bin Benni, wie der Name des Kanals vermuten lässt. Und wir machen hier ganz viele Dinge, unter anderem Indie-Games spielen. Oder eigentlich ganz, ganz viele Indie-Games sogar. Eigentlich nur Indie-Games. Und offensichtlich auf Plattformen sterben. Ja, nee. Wir quatschen ziemlich viel. Wir schauen uns Indie-Games an. Vor allem, oder eigentlich großteils, ich versuche immer so ein bisschen den Fokus auf deutsche Entwickler zu legen dabei. Oder ganz unbekannte Spiele. Oder völlig schräge Spiele. Das hier ist schräg und hat einen deutschen Entwickler. Ähm. Nennt sich Hellpike. Kam am Donnerstag raus. Am 21. Und ist für mich persönlich das Game of the Year, wenn da nicht Elden Ring wäre. Ach so, warte mal. Wir müssen ja nur da rüber. Warum mache ich mir eigentlich so viel Stress hier mit den Zahnrädern? Das ist ja... Das war ja jetzt völlig unnütz. Das hätte ich ja gar nicht gebraucht. Warte mal, das ist der Anfang, wo ich gerade hin bin. Ich bin so doof, ne? Ich bin zurück zum Anfang. Ah! 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 Ei, 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 ei. Fiese Stelle zum Stehenbleiben. Ja, ja. Fiese Stelle zum Nicht-Aufpassen. Ah, Plattform Sterben hat schon Updown Getaway gemacht. Ja, richtig. Das habe ich auch schon mit meinem alten Namen erledigt. Das konnte ich schon immer ganz gut. Okay. Mich verirren übrigens auch. Naja. Und, äh... Habe ich schon mal 12 Minutes gespielt? Tatsächlich nein, Leon. Ähm, ich kenne das Spiel. Ähm. Ich habe es auch schon mal irgendwo in dem Stream gesehen. Aber gespielt selbst habe ich es noch nicht. Okay, warte. Schaffen wir es da hoch? Nein. Gerade so nicht, ne? Sie sehen hier das planloseste Wesen, was man mögen kann. Nugget, hier unseren kleinen Kettenengel. Ja, definitiv. Absolut, ja. Das ist richtig. Man kann ihn mögen, man muss ihn nicht mögen. Er ist ein bisschen doof. So. So. Ja. Also 12 Minuten... Äh, 12 Midnights, genau. Ne, 12 Minutes ist auch tatsächlich... Ich will das irgendwann nochmal spielen. Ich weiß halt nur einfach nicht wann. Es gibt so viele Spiele und, äh, Dingens. Ich weiß einfach nicht, äh, ja. Und deswegen, da ich mir hier inzwischen so ein, man könnte sagen, ein gewisses Image aufgebaut habe mit meiner Spieleauswahl, dass die gerne mal sehr schräg ist, habe ich jetzt einfach beschlossen, das ist eigentlich keine schlechte Sache und das führe ich so weiter. So, jetzt ist es... Ach, da müssen wir rüber. Oh. Da sind noch mehr Zahnräder. Ähm, genau. Ja, 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 ja. Ähm, genau. Ne, habe ich beschlossen, jetzt neulich tatsächlich, dass wir halt weiter schräge Spiele spielen. Weil damit komme ich offensichtlich ganz gut zurecht. Nein! Ich schenke mir mal eben Wasser nach. Vielleicht habe ich Flüssigkeitsmangel. Man weiß es nicht so genau, man weiß es nicht. Ähm. So. Shit. Okay. Also, Taste drücken, um Licht zu machen. Okay. Nicht so wild. Okay. Stopp, das können wir retten. Können wir nicht mehr, weil ich zu doof war? Nein. Falsche Taste. Hm. Falsche Taste gedrückt. Ich hätte es zweimal retten können sogar. Zwei Mal. So. Hopp. Okay. Wir warten einfach ganz kurz. Warten ist tatsächlich eine ganz gute Taktik bei sowas. Oh, das wäre fast richtig gut geworden. Okay, das hier ist ein Jump Pad. Wo müssen wir hin? Da unten ist ein Checkpoint für uns. Da kommen wir her. Da ist der Checkpoint. Ich würde sagen, ich erreiche den auch so. Aber es hat bestimmt einen Grund, warum dieses Ding hier existiert. Okay. Jetzt sind auch noch Gegner. Das ist ja... Oh mein Gott. Du glaubst, du hattest mal was Gutes gequotet in deiner Abwesenheit. Oh ja, stimmt. Stimmt. Chago, magst du mal ausprobieren, ob du dich selbst quoten kannst? Also Quote Add mit Leerzeichen dazwischen. Ich bin mir gar nicht sicher, wie ich das eingestellt habe. Weil die Sache ist, ich weiß, dass ich es in der Ausgabe mit dem Username... Oh Gott! ...drin habe. Nein, 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 nein. Hm. Möglicherweise wollte ich das mal so bauen, dass das tatsächlich mehr Leute machen wollten. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das nicht doch noch ein reines Mod-Command ist. Ne, ich glaube, da muss schon ein Text dahinter stehen. Sonst sagt dir der Bot nicht, dass es das nicht gibt. Oder sonst was. Ach so, shit. Chago. Ich, äh... Oh! Ich verwechsel Chago heute da unten mit anderen Leuten. Hatt, ich habe dich gemeint eigentlich, nicht Chago. Oh mein Gott. Ach, Mann. Ihr roten Menschen im Chat. Deswegen hast du es gemacht. Ja, nee, ich habe dich auch irgendwie gemeint, Chago. Aber das war ja Head, der es ursprünglich geschrieben hat. Ähm, und jetzt war ich selber verwirrt. Und, äh, äh, ja. Ähm, ja. Kann man die aktuelle Anzahl der Quotes rausfinden? Äh, die liegt irgendwo beim Bereich von 52, äh, von 55. Ähm, es gibt jetzt kein Command, das irgendwie sagt, es gibt jetzt momentan 50 oder 60 Quotes oder so. Das tatsächlich, nein. Ähm. Genau. Das tatsächlich, nein. Aber ich habe die Zahl so ungefähr im Kopf. Oh Gott, die 55 ist ja ein echtes Highlight. Oh mein Gott, ey. Schön. Ähm. So, ich versuche in der Zwischenzeit mal kurz hier durchzukommen. Ohne dabei drauf zu gehen. Oh, das geht erstaunlich gut, wenn die Viecher hier schon hinüber sind. Ja, pass auf, dann können wir jetzt einfach hier rüber düsen. Und, bäms. Wunderbar. Geschafft. Sehr schön. Ach ja, das. Ja, da kann ich mich sogar dran erinnern. Ähm. Klingt komisch, aber ist tatsächlich so. Also, an das Quote, nicht ans Ende von Breaking Bad. So wirklich. So. Oh, du bist das. Hallo. Glaube ich. Ja. Ja. Hervorragend. Na, Doggo. Bye, bye. Oh, ne, du bist das. Hi. Das ist ein schönes Feature. Ich mag das gerade sehr. Dass uns dieses Vieh hinterherläuft. So, was haben wir denn hier eigentlich sonst noch so alles? Da haben wir noch jede Menge Zeug. Wir werden wahrscheinlich gleich abgeschossen von dem da unten. Nicht mal. Faszinierend. Genau, da ist wieder eine verschlossene Tür. Den Koffer hier hatten wir schon geöffnet. Auch mal auf die Dächer wahrscheinlich. Ich suche eigentlich immer noch den Schrein, wenn ich ehrlich bin. Aber die Schreine sind halt, also tatsächlich relevant für den Fortschritt. Das heißt, unter Umständen finden wir den erst relativ spät. Das Level geht auf jeden Fall noch ein gutes Stück weiter. Holy shit, da drüben auch noch. Ich glaube, wir haben die Hälfte davon einfach übersprungen gerade. Keine Sorge, wir holen ihn noch nach. So ist es nicht. Aber dadurch, dass ich erstmal auf den Dächern rumgeturnt bin, ist schon ein kleiner Teil oder so. Ich sag, es ist nicht verloren gegangen, sondern etwas schneller gegangen als wahrscheinlich ursprünglich angedacht. So, was haben wir denn hier hübsches? Oh. Ein Jumppad. Oh. Ein Engelchen in einem Gang. Ein fieses Engelchen. Jetzt nicht mehr. Noch ein Jumppad. Das, warum auch immer, hier existiert. Oh, deswegen. Oh, hallo. Okay. Das ist schön. Das ist sehr schön. Okay, passt. Wunderbar. Okay. Okay. Du wirst jetzt das Bettchen. Viel Spaß uns noch. Lilith, danke, dass du da warst. Schlaf gut. Wir sehen uns. Bye, bye. Oh. Stopp. Auch ein Jumppad. Das sind echt schöne Quotes bei... Ja, ja, ja. Die Quotes sind super. Aber warte mal. Wir gucken mal hier hin. Zack. Oh, au. Aua. Au. Was haben wir jetzt genau gefunden? War das ein Herzchen? Könnte ein Herzchen gewesen sein, ne? Ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, was das war. Ja, schön. Nehme ich. Das da drüben nehme ich auch. Das nehme ich auch. Oh, Gott. So. Hier auch nochmal. Ich weiß tatsächlich nicht, was das für ein Geklingel gerade ist. Ja. Ja. Schön. Okay. Cool. Kann man machen. Ist in Ordnung. Ich hab's kaputt gemacht, das hübsche Kreuz. Ja. Das ist, äh... Richtig, ja. Sind das Mietekatzen? Ne, das sind keine Mietekatzen. Aber warte mal. Wir haben hier noch den Skill. Den hier. Mh... Mh... Okay. So, dann brauchen wir nur noch einen und das ist Nugget furzen lassen. Den brauchen wir halt jetzt wirklich nicht. Nicht so wirklich. Okay. Das ist praktisch. Praktisches Movement Tech. Durchaus. Oh, was ist denn? Ach so, da sind wir hergekommen. Okay, cool. Hier drüben ist bestimmt auch noch was Hübsches drin. Da nämlich. Yep. Sehr gut. Wie komme ich bei dir rein? Von der anderen Seite. Mietekatze. Äh... Wie viele brauchten wir noch von denen? Von den Glückskatzen? Zwölf, glaube ich, waren das. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Müssten zwölf gewesen sein. Ja, genau. Die eine Tür braucht noch fünf und die andere... Zwölf... Äh, sieben von denen. Insgesamt. Ja, passt. Und falls noch was danach kommt, halt auch noch mehr. Aber das wissen wir noch nicht. Die Türen sind ja zu. Schade, schade, schade. Ähm... Okay. Hier. Da, da, da. Hervorragend. Eigentlich bin ich nur hier oben in der Hoffnung, dass hier irgendwas cooles ist, weil es die Punkte sind, die quasi am höchsten sind. Ja, gut. Nee, die da drüben sind irgendwie schöner. Da ist der geilere Loot oben. Ähm... Oh. Da auch. Warte mal, wie... Wie komme ich da hin? Nicht von da? Okay. Okay, das muss irgendwie da drüben gehen. Muss da drüben irgendwie gehen. Ja. Äh... 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 Autsch. So, passt auf. Da ist doch eine Kante, wo man rankommt, oder? Ja. 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 So, sehr schön. Jetzt haben wir das hier ein. Und... Und das... Ow, ow. Okay. Ich bin nicht sicher, ob hier weiter oben noch was ist, weil... Da hoch zu kommen, geht tatsächlich nicht, ohne von... Irgendwie in einem anderen Turm oder so daher zu fliegen. Deswegen... Gucken wir mal, ob die gespiegelt sind. Ja. Das sieht gut aus. Das bedeutet auch, dass hier drüben noch irgendwas sein sollte. Jawoll. Ich liebe es, wenn eine Vermutung stimmt. Ähm... Okay, das war gut. Dann hier rüber. So, erstmal hier runterfallen lassen. Gucken, was hier ist. Außerdem Engel da. Niemand hat gern recht. Chago, warst du nicht vorhin mal irgendwie ganz kurz niemand? Redest du jetzt wieder von dir? Oder schließt du von dir auf andere? Warte mal, was ist denn das da draußen? Okay. Die Ärger sind langweilig. Höp. Und höp. Und höp. Und höp. Oh. Hallo. Jetzt kommen wir nicht wieder mit Fakten. Ich weiß, Chago. Das Fakten sind dein Erzfeind. Es tut mir leid. Es ist... Ich bin untröstlich. Und hier. Und hier. Und... Da kann ich jetzt leider nicht hochsliden. Nur runter. Okay, wir müssen da rüber. Gucken wir mal, wie genau ich das schaffe. Oh. Erstens. Das. Sehr gut. Zweitens. Hier. Okay. Läuft, würde ich sagen. Läuft sogar sehr, sehr gut. Dann kommen wir jetzt da rüber. Achso. Von da aus kommen wir dann rüber zum ersten Level. Ja, verstanden. Ja. Na komm. Jawoll. Sehr gut. Passt perfekt. Dieses Level ist riesengroß. Gucken. Oh. Oh. Leute, ich glaube, ich habe rausgefunden, wo Gott wohnt. Wir haben noch ein bisschen Weg vor uns offensichtlich. Aber das ist eine lange, lange, lange Treppe ins weiße Licht. Das ist relativ eindeutig. Also, ihr dürftet es alle mal sammeln. Was ihr Gott schon immer sagen wolltet. Und ich richte es ihm dann aus, ne? Weil soweit ist es ja nicht mehr. Wie komme ich denn da hoch? Da kann ich mich doch jetzt nicht einfach hoch schwingen. Das muss ich ja eigentlich von der Fahrt da aus machen. Oder? Warte. Warte. Ja. Ja, ja. Ja, 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 ja. Dann würden wir aber in ganz düstere Gefilde rutschen. Ja, das dachte ich mir fast. Das dachte ich mir tatsächlich fast. Komm schon, wir müssen jetzt darüber kommen. Komm schon, Nugget. Das ist nicht mehr so weit. Oh. Oh. Okay. Okay. Hoppa. Ah. Oh, nein. Alter, wie wenig kann man Gegner treffen? Ja. Gib mal Herzen. Du hast bereits vor einiger Zeit einen längeren Vortrag zum Thema Menstruation vorbereitet. Krempel die Ärmel hoch. Krempel die Ärmel hoch. Kann man das kurz zusammenfassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine endlos lange Audienz, böse Alte. Ich vermute mal, wir sehen ihn. Wir reden ihn an und er schmeißt uns raus. Also es muss schnell gehen. Nur sehr, sehr wenige präzise gewählte Worte. Hier war doch irgendwo ein Teleporter, den habe ich doch gesehen. Ach da. Sehr schön. Da ist er ja. Hallo, du wunderschöner Teleporter. Was sucht ihr? Den Leben der Schöpfung? Ich weiß nicht, ob eine so heilige Substanz in die Hände von, nun ja, euch gehört. Aber, ja, warum denn? Also, ich weiß jetzt nicht, was dein Problem ist. Echt nicht. Ich will doch nur den Leben der Schöpfung. Ich will doch nur ein bisschen Dreck. Teilt doch mal euren Dreck. Ist doch nicht so wild. Wenn du damit fertig bist, zieht Gott um. Okay. Oh, warte mal. Wir trinken fast. Oh. Hey, Vögel, Schnauze. Du stellst dir gerade böse Alter vor, wie sie Gott mit blutigen Tampons bewirft. Du, ich könnte dir aushelfen, was für einen blutigen Tampon begeht. Es ist nämlich eine Sache, die wir hier schon mal besorgen mussten. Also, von dem her. Das war eine der Zutaten für den Kuchen. Das ist eine Zutat für den Kuchen. Na, gedaulder Kumpel. Entschuldigung, keine Zeit. Au. Ja, gut. Ne, wisst ihr was? Ich bin jetzt ganz, ganz fies. Was ist denn das hier eigentlich? Oh, das ist ein Tutorial. Noch nie angesehen. Es gibt tatsächlich echt viele Dinger hier. Echt viele Sachen. Das ist schön. Wisst ihr was? Wir speichern jetzt hier und machen an der Stelle tatsächlich Schluss, weil ich noch nicht weiß, wie lange das Level noch dauert. Ich habe das Gefühl, das geht noch länger. Und wir haben ja morgen sowieso noch einen Stream. Und wenn ich dann irgendwie nochmal einen Zwischen schieben muss, dann habe ich da gar kein Problem damit, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht schaffe ich das sogar am Montag. Mal gucken. Je nachdem. So. Aber dann würde ich euch jetzt nämlich tatsächlich erstmal hier ins Outro schicken. Äh, Moment. Und. Flupp. Sehr schön. Starten wir schon mal die Credits. Jetzt gucken wir mal, wer alles im Chat steht. Charo, du stehst drin. Ich bin begeistert. Hahaha. Oh nein. Das Spiel ist schon wieder ein Fatal Error. Immer beim Beenden. Warum auch immer. Wir haben übrigens 21 von 32 Achievements. Ähm. Was 65% entspricht. Und das ist sehr, sehr nice. Und die Privatversicherung nutzen. Die Dr. Cell Abkürzung. Wo wir vorhin die 10.000 Einsamles gesammelt, äh, gezahlt haben. Dieses Achievement haben nur 2,9% der Spieler. Also offensichtlich. Geben die meisten was für Klamotten aus. Ich bin halt nicht so der Typ, der groß shoppen geht, ne. Das ist jetzt ein großer Vorteil von mir. Andererseits. Wartet mal. Bringen alle sexy Pflanzen zusammen. Ist auch noch bei 8,0%. Möglicherweise ändert sich das nochmal irgendwann. Weil momentan ist noch fast alles selten. Hahaha. Das Spiel ist halt einfach so neu. Ist gerade mal 3 Tage auf dem Markt, ne. Momentan ist fast jedes Achievement hier irgendwie selten oder so. Das ist sehr schön. Ähm, ja. Genau. Leute. Als erstes dürft ihr euch jetzt natürlich auch einmal selbst hier auf die Schulter klopfen und so. Ne. Alle, die da stehen. Alle, die auch im stillen Lörg waren natürlich. Ähm, alle, die gefollowt haben. Ich, ich. Zeige nur keine Follow-Namen an. Wegen, äh. Möglicherweise Bot-Attacken und keine Ahnung was. Ne. Muss man nicht machen. Deswegen. Ne. Ich bedanke mich da immer sehr, sehr gerne für. Ich, ich, ne. Bin auch sehr dankbar. Ganz allgemein. Ähm. Aber ich schreibe sie nirgendwo hin, ne. Also da nicht böse sein. Ähm. Genau. Ansonsten, ne. Dürft ihr euch einmal selbst auf die Schulter klopfen. Ihr habt es geschafft. Nach über 6 Stunden sind wir durch für heute. Ähm. Das Wort kommt am Montag um 18 Uhr. Genau. Wir haben heute Samstag. Also kommt es am Montag. Und ich suche euch jetzt noch jemanden, wo wir, äh. Wo ich euch hinschicken kann. Und dann vor allem kommt das Nächste. Ähm. Möglicherweise. Ja, ich weiß, wo ich euch hinschicke. Ähm. Das ist zwar nicht mein Spiel, aber ich glaube, man kann sie von diesem Spiel hier überzeugen, dass wir hier gespielt haben. Ähm. Was wollte ich jetzt gar nicht sagen? Ich weiß es nicht mehr. Egal. Morgen um 18 Uhr. Morgen gleich Sonntag. Sonntag gleich heute. Seit 18 Minuten. Ihr wisst Bescheid, ne. Morgen ist erst, wenn man geschlafen hat. Und, äh. Ja. Deswegen. Ich sage jetzt einfach mal in circa 18 Stunden. Sehen wir uns hoffentlich wieder. Dann, äh. Spielen wir das Spiel erstens durch. Hoffe ich. Also ich, ne. Morgen kann ich halt nicht ganz so lang. Ähm. Weil ich Montag wieder arbeiten muss, logischerweise. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Das durchzuspielen. So vier, fünf Stunden oder so. Sollte sein. Äh. Sollte machbar sein. Genau. Und. Dann gucken wir mal. Weil ich würde gerne tatsächlich hier alles mögliche finden. Von den ganzen Sachen. Wann wir das noch machen. Aber da findet sich was. Da findet sich auf jeden Fall was. So. Auf jeden Fall. Ihr habt es geschafft. Ich schicke euch jetzt zu, äh. Zu. Ist schon mehrmals im Chat gefallen heute der Name. Dackeline. Äh. Zu Alpha Dackel. Die spielt zwar Counter-Strike Global Offensive. Aber Leute. Deswegen gehen wir nicht darüber. Nicht wegen dem Spiel. Sondern erstens wegen ihr. Nicht wegen dem Spiel. Und zweitens. Müsst ihr sie alle von diesem Spiel hier überzeugen. Schreibt einfach. Ähm. Moment. Ich gebe euch tatsächlich mal eine Raid-Message mit. Hellpie ist Liebe. Und. Ähm. Fällt euch noch ein tolles Adjektiv ein? Hahahaha. Ähm. Und. Obszön. So. Obszöne Liebe. Obszöne Liebe ist schön. Hahahaha. So. Moment. Ist eine ganz, ganz komische Raid-Message. Aber egal. Ähm. Genau. Das hier. Postet ihr bitte bei ihr. Häh. Ihr dürft auch noch Emotes dazu machen. Moment. Stopp. Das postet ihr nicht. Moment. Ich bin doof. Das hier postet ihr. Hahahaha. So. Hahahaha. Ja gut. Nice. Ähm. Es ist spät, Leute. Genau. Das postet ihr bei ihr. Und. Äh. Haben wir hoffentlich jemanden auch zum richtigen Glauben bekehrt. Und. Dann gibt's das vielleicht auch demnächst mal bei ihr. Ne. Dann könnt ihr da auch nochmal alles gucken. Oder ansonsten. Äh. Bei mir. In den Whats. Auf YouTube. Und. Äh. So. Jetzt aber. Genug geredet. Leute. Vielen Dank, dass ihr da wart. Schlaf gut. Kommt gut durch den Sonntag. Wir sehen uns hoffentlich in knapp 18 Stunden wieder. Und. Äh. Bye bye. Ciao ciao. Viel Spaß bei. Äh. Bei Alpha Dackel. Ciao. Bei Alpha Dackel. Bei Alpha Dackel.